Natascha Kampusch, Zehn Jahre Freiheit, mit Heike Gronemeyer, gelesen von Sascha Maria X, Hörbuch Hamburg Verlag, 2016 Gewidmet all jenen tapferen Frauen, die um ihre Unabhängigkeit kämpfen, in der Hoffnung auf ein freies, selbstbestimmtes Leben. Gewidmet all jenen, die es geschafft haben, einen Ausweg aus einer scheinbar ausweglosen Situation zu finden. Ich widme dieses Buch auch all jenen Menschen, die in ihrer Kindheit schrecklicher Gewalt und Missbrauch ausgesetzt waren und die nie Hilfe von außen erhalten haben. Ich hoffe, dass sie eines Tages in der Lage sein werden, ihren Schmerz zu überwinden und zu sich selbst zu finden. Geben sie sich nicht auf, so endlos lang der Weg, der vor ihnen liegt, auch scheinen mag. Vor allem die vergangenen zehn Jahre haben mir gezeigt, dass die Freiheit in unserer Seele beginnt und sich langsam von innen nach außen arbeitet. Prolog Wenn du dir etwas vornimmst und daran arbeitest, wirst du dein gestecktes Ziel erreichen. Nichts kann dich umbringen, sei tapfer. Alles, was du dir von anderen antun lässt, soll nicht dein Problem sein. Befreie dich. Fleiß zahlt sich aus. Du bekommst letztendlich immer, was du willst. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Die Wege ans Ziel mögen schwer sein, aber mit jedem Schritt wird es dir leichter fallen. Du steckst alles weg, wenn es sein muss. Wenn er dich zerfetzt oder gemein anders ist. Es ist nicht dein Problem, sondern das Seine. Diese Zeilen, mit all ihren Rechtschreib- und Interpunktionsfehlern, habe ich während meiner Gefangenschaft mit verschiedenfarbigen Buntstiften auf die Rückseite eines Wandkalenders geschrieben. Manche Sätze, die mir besonders wichtig waren, habe ich zusätzlich eingekringelt. Meine Schrift war etwas ungelenk, es war nicht viel Platz auf dem Blatt, sodass ein Satz in den anderen eine Zeile in die andere überging. So wie alles in diesem winzigen Raum ineinander überging. Tage und Nächte, Minuten und Stunden, Licht und Dunkelheit. Träume und Realität, angespannte Wachheit und unruhiger Schlaf. Ein Leben verdichtet auf wenige Quadratmeter, umgeben von dicken, massiven Mauern. Unauffindbar, vielleicht längst vergessen und aufgegeben, wie der Täter mir immer wieder einredete. Als ich diese Zeilen schrieb, war ich zehn oder elf Jahre alt, genau weiß ich es nicht mehr. Ich war überzeugt davon, dass diese Zeilen, diese Sätze mir Mut machen sollten, nur hier unten in diesem Verlies von Bedeutung sein würden. Dass sie mir über die Jahre meiner Gefangenschaft hinweg helfen würden, wie lange sie auch dauern mochte. Mir bei der Abgrenzung vom Täter und seiner Tat dienlich sein würden, was immer er mir auch antun würde. Ich habe damals definitiv nicht damit gerechnet, dass diese Sätze auch über den Tag meiner Gefangenschaft hinaus von Bedeutung sein würden. Die über einen halben Meter dicken Mauern aus Schutt, Beton und Metall wurden nach meiner Selbstbefreiung ersetzt durch andere Mauern. Auf den ersten Blick durch sehr viel durchsichtigere, scheinbar leichter zu durchdringende. Doch diese Mauern konnte ich bis heute nicht ganz überwinden. Auch weil immer wieder neue dazukommen. Wie wallartige Ringe, die meiner neuen Freiheit, in die ich so viele Hoffnungen gesetzt habe und die ich mir während meiner Gefangenschaft so unendlich gut und schön ausgemalt habe, ein ums andere Mal Grenzen setzen. Grenzen, gegen die ich anrennen konnte, so viel ich wollte, ohne dass sie nachgaben. Grenzen, die so willkürlich erscheinen, dass ich kein Mittel habe, sie zu überwinden. Das Anrennen dagegen hat mich immer wieder in meiner Entwicklung, in meinem Versuch, mich mit dem Leben, meinem Leben zu versöhnen, zurückgeworfen. Viele dieser Ringe kamen von außen, errichtet durch das öffentliche Interesse, das irgendwann keine Schranken mehr kannte. Es war sehr viel Empathie dabei und ehrliches Mitgefühl, aber auch mangelndes Gespür und Sensibilität für Ethik und Moral und die Bedürfnisse eines Opfers, das ich war, auch wenn ich es nie hatte sein wollen. Die anfängliche Anteilnahme vermischte sich mit Forderungen und Erwartungen, eigentlich klare Fakten traten hinter Spekulationen und kruden Theorien zurück. Viele, die mit diesem Verbrechen zu tun hatten oder nach meiner Selbstbefreiung damit befasst waren, sahen nicht die Menschen dahinter, sondern die Chance bekannt zu werden. Und sei es nur für die Halbwertszeit eines einzigen Interviews. Es gibt, was das angeht, viele Opfer der Tat, unmittelbar wie mittelbar. Meine Eltern und meine Familie zählen dazu. Ich weiß, dass sie in den achteinhalb Jahren meiner Gefangenschaft mehrmals durch die Hölle gingen, zerfleischt von Selbstvorwürfen und dem Unvermögen, etwas gegen die Situation unternehmen zu können, angeklagt und bezichtigt, misstrauisch beäugt, schwankend zwischen Hoffnung und Resignation und willfährige Opfer der Medien im Ringen um die ultimative Inside-Story. Meine Klassenkameraden, die in ihrem Schock die Schuld bei sich suchten und Angst davor hatten, dass ein ähnliches Schicksal ihnen selbst drohen könnte. Die vielen Ermittler und Einsatzkräfte, der Druck, Ergebnisse bringen zu müssen, trotz weniger Anhaltspunkte, Versagensängste, tatsächliche Fehler, immer neue Theorien über mein Verschwinden oder meine Zeit in Gefangenschaft, all das war eine Melange, deren Nachgeschmack bis heute sehr bitter ist. Ich selbst bin eine öffentliche Person geworden. Nicht, weil ich das immer schon gewollt hätte, sondern weil im Fall Kampusch nie Ruhe einkehrte. Verschwörungstheoretiker, Journalisten, tatsächliche oder selbsternannte Ermittler, Politik und Justiz, alle kochten ihr eigenes Süppchen, missbrauchten mich für Zwecke, über die ich keine Kontrolle hatte und deren zugrunde liegende Motive oft erst im Nachhinein sichtbar wurden. Aufklärung und ein Handeln im Interesse des Opfers waren manchmal tatsächlich nur ein Deckmäntelchen. Ich wurde beschuldigt, die Entführung selbst geplant zu haben, mögliche Mittäter zu decken, zu lügen, in Selbstmitleid zu versinken und beständig Profit aus einer Geschichte zu schlagen, die sich so, wie ich sie immer wieder geschildert habe, nicht zugetragen haben konnte. Schließlich würde so kein Opfer aussehen, das ein jahrelanges Martyrium hinter sich hat. Ich hatte lange genug Zeit, mich auf den Tag X vorzubereiten, auch wenn dann vieles anders gekommen ist und mich in seiner ganzen Wucht überrollt hat. Ich habe nicht auf einen fremden Retter oder ein Wunder gehofft, sondern mich, als ich innerlich bereit dazu war und sich eine Gelegenheit ergeben hat, selbst befreit. Ich habe die Kontrolle behalten und mich nicht meinem Schicksal ergeben. Ich habe während der achteinhalb Jahre meiner Gefangenschaft in Teilen die Rolle gespielt, die der Täter mir zugedacht hatte. Aber ich habe sie nie als meine Lebensrolle angenommen. Ich habe meine innere Identität nie aufgegeben, meinen Willen nicht brechen lassen. Wäre das passiert, hätte ich diese Zeit wahrscheinlich nicht überlebt. Die Stärke, die dazu geführt hat, dass ich mich an eine surreale Situation anpassen konnte, wurde nun nach meiner Selbstbefreiung zu einem Makel, zu einem vermeintlichen Beleg dafür, dass es so schlimm ja nicht gewesen sein konnte. Anstatt sich mit mir zu freuen, dass ich diese langen Jahre einigermaßen überstanden hatte, ging es nun darum, mich zu demontieren. Die Stimmung über das Wunder von Strasshof schlug um in Neid, Missgunst und teils unverhohlenen Hass, der mir vor allem aus der schützenden Anonymität des Internets entgegenschlug. Eine Form des Hasses, die ich bis heute nicht ganz verstehen kann. Es ging so weit, dass ich mich für ein Verbrechen, das an mir verübt wurde, zu rechtfertigen hatte. Weil der Täter nicht mehr greifbar war, gab es keinen Fall Priklopil, sondern nur noch den Fall Kampusch. Ich musste für die Verunsicherung, die diese Tat in der Gesellschaft ausgelöst hat, in gewisser Weise büßen. Eine kriminelle Tat eines einzelnen Mannes brachte zum Vorschein, wie dünn der Lack der Zivilisation ist, der unsere Gesellschaft überzieht. Wir sind die Guten. Das Böse lauert im Abgrund. Es muss eine böse Fratze haben, offensichtlich sein. Das ist es aber eben nicht. Letztlich ist das nicht mehr als eine große Selbsttäuschung. Indem man Tätern, wie das auch bei Josef Fritzl geschehen ist, Etiketten wie Monster oder Bestie anheftet und sie somit vom Normalen in eine übermenschlich grauenvolle Dimension hebt, erhofft man sich vielleicht eine Art Absolution. Mit so etwas habe man nicht rechnen können, das sprenge ja jede Vorstellungskraft. Das ist sicher richtig. Aber ist es nicht auch so, dass die Gesellschaft, ohne dass ich jetzt verallgemeinern möchte, immer wieder auch wegguckt und sich wegduckt und damit den Dingen ihren Lauf lässt? Weil sie es nicht erträgt, dass das Böse eben auch in der Nachbarschaft, in der Familie mitten unter uns ist. Genau das führt zu jener großen Verunsicherung. Genau das kann man nicht ertragen und wähnt mindestens eine große Verschwörung dahinter. Die Tat eines Einzelnen, der doch eigentlich ein ganz netter war, bürgerlich, ordentlich, gemähter Rasen, vielleicht ein Mama-Bub, aber immer freundlich, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Es muss viel monströser sein, mehr hineininterpretiert werden, damit man es erträgt, Ich musste beides ertragen, die Gefangenschaft und die stellvertretende Inhaftnahme danach. Mir kam es manchmal vor, als ob Kinder versuchten, einen seltsamen Käfer zu retten, sich darum streiten, wer ihn halten darf und ihn zum Schluss im Übereifer zerquetschen. Ich musste so vielen Bildern entsprechen, so vielen Rollen, die mir mit einem Mal zugedacht waren, dass ich mich manchmal fragte, wer ich eigentlich bin. Die meisten Menschen haben ein ganz eigenes Bild von mir als Person entwickelt. Nichts ist so befremdlich, wie sich selbst gegenübergestellt zu werden. Das ist in der Innenschau, in den eigenen vier Wänden so, aber das ist um ein Vielfaches schwerer, wenn es über die Plattform der Öffentlichkeit geschieht. Jeder Journalist, jede Person auf der Straße wusste subjektiv besser über mich und meine Lebensgeschichte Bescheid als ich selbst. Über das, was ich dachte, was ich brauchte, was ich fühlte, wie ich zu sein hatte. Es war manchmal so, als könnte ich Natascha Kampusch nicht das Wasser reichen. Ich war nicht die zur Heiligen stilisierte Ikone der Jungfrau Maria gleich, zu der ich aufgrund eines Fotos, das begleitend zu meinem ersten Interview veröffentlicht wurde, hochgeschrieben wurde. Ich war nicht die Außerirdische oder der Engel, der gesandt wurde, um eine neue Kirche der Erleuchteten zu gründen. Ich war nicht die Blaupause für Menschen, die selbst Traumatisches erlebt hatten und die hofften, ich könnte eine Lösung für ihre Situation bereithalten. Ich war auch nicht die Hure, das Stück Dreck, das man noch ein Stück tiefer in den Schlamm treten musste, damit es endlich begreift, was Dreckfressen wirklich bedeutet. Nicht die Vorlage für krude Fantasien über den richtigen Umgang mit Mädchen und Frauen, nicht das Objekt für weitere Erniedrigungen und Demütigungen. Das hatte ich, weiß Gott, lange genug gehabt. Ich war vor einem Feind geflohen und hatte mit einem Mal zig Feinde, in manchen Internetforen sogar tausende Feinde, ohne dass ich einen von ihnen gekannt oder irgendeinen Bezug zu ihm oder ihr gehabt hätte. Vor allem aber war ich nicht darauf vorbereitet, dem Draußen so schutzlos ausgeliefert zu sein. Denn dieses Draußen hatte so viele Facetten, dass ich darauf nicht vorbereitet sein konnte. Im Verlies hatte ich irgendwann gelernt, welches Verhalten welche Reaktion und Strafe nach sich ziehen würde. Der Täter ging auf eine Art tatsächlich sehr durchschaubar vor. Er wusste, welche Knöpfe er drücken musste, um mich zu treffen. Ich wusste es umgekehrt nach einigen Jahren auch. Strom abschalten, Licht abdrehen, Batterien für den Walkman wegnehmen, Nahrungsentzug, Schläge und andere Misshandlungen. Die Weigerung, ihn Gebieter zu nennen, die Macht, schlampig zu putzen und ein Haar zu hinterlassen oder Fingerabdrücke, die ihm zum Verhängnis werden konnten. Die ständige Furcht, vor allem später, als ich mit ihm an der Billerkasse stand oder an der eines Baumarkts, dass alles aufliegen, dass man auf mich aufmerksam werden könnte. Es waren wenige Fäden, die ich während meiner Gefangenschaft in der Hand hatte. Und es hat sehr lange gedauert, bis mir bewusst war, dass es diese Fäden gab und ich manchmal auch an ihnen ziehen konnte. Draußen, in der Welt der Guten, hatte ich kaum eine Chance. Da ging es nicht um holzschnittartiges Reagieren, um Tat, Verfehlung und Strafe oder Belohnung. Da ging es um vielfältige Interessen, um sehr viel subtilere Formen von Strafe und Belohnung. Das ständige Schwelen der Causa Campusch, die rein von der Aufklärung des eigentlichen Verbrechens her gesehen längst keine mehr war, hat mir sehr zugesetzt. Die immer haarsträubenderen Gerüchte haben dazu geführt, dass ich nicht zur Ruhe kam. Anfangs war ich empört, dann wütend, dann nur noch traurig. Ich habe mich mit der Frage gequält, was es ist, dass ich so abgelehnt werde, dass ich als jemand gebrannt magt werde, dem man auf eine Art beinahe mehr Untaten zutraut als dem Täter. Das Schlimmste, was man unterstellen konnte, war gerade gut genug. Ich habe nicht verstanden, warum sich die Grenzen so dermaßen verwischen konnten. Vielleicht, weil ich einigen Menschen oder Teilen der Gesellschaft unbewusst einen Spiegel vorgehalten habe. Der Blick hinein hat Angst gemacht. Angst vor Abgründen, vor Verdrängung, aber auch vor dem Zulassen von Stärke und Schwäche. Ich habe wirklich geglaubt, mit meiner Selbstbefreiung würde das beginnen, was ich in einem Interview einmal als mein drittes Leben bezeichnet habe. Ein völlig neuer Abschnitt, ein Neubeginn, voller Energie und Chancen. Ich habe unterschätzt, auf welche Weise und über welch langen Zeitraum ich von außen dazu gezwungen werden würde, der dunklen Vergangenheit immer wieder Platz in meinem Leben einzuräumen. Es gab Phasen, da war ich tatsächlich überzeugt, ich könnte die Vergangenheit abstreifen wie einen Handschuh, ohne immer wieder mit dem Zugang zu der einengenden Existenz davor konfrontiert zu werden. Als hätte ich mein Gedächtnis verloren und würde jetzt ein vollkommen neues Leben führen. Der sinnbildliche Handschuh war einer, der mit der Zeit den Status eines Federhandschuhs bekam. Ich selbst weiß gut genug, dass ich nicht mein Gedächtnis verloren habe und mich dieser Handschuh mit seinen dunklen Fingern immer wieder daran erinnern wird, dass ich eine Geschichte habe, die ich mir nicht ausgesucht habe, die mich aber mein Leben lang begleiten wird. Das weiß ich und darauf bin ich vorbereitet und damit werde ich klarkommen. Irgendwie mal besser, mal schlechter. Dass mir andere ihren ganz eigenen Handschuh vor die Füße werfen, damit habe ich nicht gerechnet. Und die Motive schmerzen mich manchmal mehr als manche Misshandlungen des Täters. Die waren wenigstens offensichtlich. Ich habe vollkommen unterschätzt, wie viel Kraft es mich kosten würde, etwas abzuschließen, was offenbar nicht abgeschlossen werden darf oder nicht abgeschlossen werden kann. Immer wenn ich denke, ich kann es schaffen, ich bin auf einem guten Weg, belehrt mich die Welt eines Besseren. Manchmal ist es meine innere Welt, die Erinnerung, die mich daran hindert, mich von der Vergangenheit zu lösen. Oft genug ist es die Äußere, die offenbar ein Interesse daran hat, mich daran zu hindern, mein eigenes Leben zu führen, indem sie mich in eine Zelle sperrt, in die ich lange Jahre de facto gesteckt worden bin, aber aus der ich mich offenbar nicht befreien darf. Denn genauso wie der Täter überhöht werden musste, damit die Tat erträglicher wurde, muss das Opfer eine Rolle erfüllen. Entweder gebrochen bis zum Ende seines Lebens oder mit einem Erwartungsdruck belegt, an dem es nur scheitern kann. Ich weiß nicht, ob ein Außenstehender sagen würde, ich sei gescheitert, weil ich zwar meinen Hauptschulabschluss nachgeholt, aber noch keine Ausbildung abgeschlossen habe, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft als gescheitert gelten werde. Es kommt immer darauf an, nach welchen Maßstäben man Scheitern bemisst. Für mich ist es schon ein Sieg, dass ich noch lebe. Dass ich in der Lage bin, all das auszuhalten, mit dem ich von außen, auch und gerade in den letzten zehn Jahren, konfrontiert wurde. Dass ich weitgehend, unabhängig und selbstständig leben kann. Ich lebe zwischen den beiden Polen aus der Stärke der Überlebenden und der Schwäche des Opfers. Es braucht vielleicht einen zweiten Blick, um das zu erkennen. Das, was man mir oft als Arroganz oder Hochmütigkeit ausgelegt hat, war in vielen Fällen nichts anderes als Rückzug, als ein Zeichen von Unsicherheit. Ein Schutzpanzer, den ich schon während meiner Kindheit langsam aufgebaut habe und in der Gefangenschaft vervollständigen musste. Ich habe unterschätzt, wie wichtig er auch in Freiheit sein würde. Worte können sehr verletzend sein. Ebenso können bestimmte Mechanismen der Gesellschaft schmerzhafte Wunden schlagen. Ich habe auf teils sehr bittere Weise Zusammenhänge erkennen müssen, an denen viele ihr Leben lang blind vorübergehen, ohne sie wahrnehmen zu müssen. Es gibt Tage, an denen ich wünschte, genau das wäre mir erspart geblieben. Und während ich diese Zeilen schreibe, weiß ich, dass es solche Sätze sind, die mir von manchen wieder ausgelegt werden als pures Selbstmitleid, die in Blocks Kommentare nach sich ziehen werden wie »Dann geh doch zurück in den Keller«, dass es heißen wird »Jetzt schreibt sie noch ein Buch«, »Mach die nett immer so wichtig, da ich frieß halt eh schon keiner mehr aus.« Ich bin darauf vorbereitet. Den Glauben an das Gute im Menschen werde ich trotzdem nicht verlieren. Und auch nicht den Mut, wenn man das Mut nennen will, Dinge anzusprechen, die ich für wichtig halte. In einem Interview drei Jahre nach meiner Selbstbefreiung habe ich einmal gesagt, ich würde mich fühlen wie eine entwurzelte Orchidee, eine Pflanze, die irgendwo hingeschwemmt wird, kurzfristig Wurzeln fasst und dann weiter treibt, die dort eingepflanzt wird, wo andere sie gern sehen oder haben würden. Ich würde mir wünschen, dass dieses Buch ein Stück weit dazu beiträgt, Verständnis zu schaffen für mein Bedürfnis, dort zu wachsen und zu gedeihen, wo und wie ich das möchte. Dass es auch dazu beiträgt, zu versöhnen, indem man einen zweiten Blick wagt, einen Blick dahinter. Und ich möchte einen Schlusspunkt setzen, hinter eine Geschichte, in der irgendwann alle nur noch Getriebene waren. Ich möchte weiter auf mich und die Zukunft vertrauen. Ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte es nutzen. Auch wenn der Weg in dieses Leben, in meine Zukunft, schwer sein mag, fällt es mir doch mit jedem Schritt leichter. Jeder Tag in Freiheit ist ein Geschenk, dem ich versuche, mit Freude und Dankbarkeit zu begegnen, aber auch mit Mut und Tatendrang. Nelson Mandela hat einmal gesagt, frei zu sein, bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Meine eigenen Fesseln muss ich selbst lösen, wie jeder andere auch. Kapitel 1 Zwischen Kaspar Hauser und Weltsensation Die ersten Wochen meines neuen Lebens Wie ein Bienenschwarm sind alle um mich herum geschwirrt. Jeder hat gedacht, ui, aus der und ihrer Geschichte lässt sich etwas herausholen. Bildlich gesehen kam ich aus dem Loch gekrochen und das Erste, was ich gesehen habe, waren Verträge. Alle haben gesagt, du musst nur hier unterschreiben, du musst nur tun, was wir dir sagen, dann wird alles gut. Die ersten Tage meines neuen Lebens in Freiheit verbrachte ich, wenn man so will, in Unfreiheit. Es hatte eigentlich eine geschützte, behutsame Rückkehr in die Welt werden sollen. Möglichst abgeschirmt vom draußen tobenden Mediensturm, der nach meiner Flucht und der Meldung, dass die jahrelang vermisste Natascha Kampusch wieder aufgetaucht sei, mit ungeahnter Heftigkeit losgebrochen ist. Die Wahl für mein erstes, neues Zuhause auf Zeit fiel auf das allgemeine Krankenhaus Wien, AKH, zumal ich nach den achteinhalb Jahren im Verlies gründlich medizinisch untersucht werden sollte. Denn die Zeit in Gefangenschaft hatte auch körperlich deutliche Spuren hinterlassen. Ich hatte massive Probleme mit den Augen, reagierte überempfindlich auf den Wechsel zwischen hell und dunkel. Einen Punkt zu fixieren fiel mir schwer, meine Augen wanderten unruhig hin und her. Wenn mich etwas überforderte, und überfordert hat mich in diesen ersten Tagen eigentlich alles, begann ich, mit den Augäpfeln zu rollen, was auf Außenstehende wie eine Art Tick gewirkt haben muss, eine Macke aus dem Keller. Ich hatte Probleme mit dem Gleichgewicht und der Motorik und konnte Entfernungen nicht gut abschätzen. Freihändig durch einen größeren Raum zu gehen, bereitete mir Schwierigkeiten. Ich brauchte etwas oder jemanden, an dem ich mich festhalten konnte, damit ich meine Schritte sicher setzte. Der enge Bewegungsradius durch die Mauern, die mich jahrelang umgeben hatten, war wie in meinen Kopf eingebrannt. Diese Mauern, waren Folterinstrument und Qual auf der einen Seite gewesen, hatten mir auf der anderen aber auch Schutz und Sicherheit geboten. Als ich sie zum ersten Mal hatte verlassen dürfen, haben mich die Dimensionen des Hauses über dem Verlies in Schrecken versetzt. Allein der Weg nach oben, der laut Aussage des Täters mit zig Sprengfallen gesichert war, die bei einer falschen Bewegung jederzeit hochgehen konnten, die vielen Winkel, aus denen Pryklopil hervorspringen und mich angreifen könnte. In meinem Raum unter der Erde war ich mit der Zeit darauf vorbereitet, wenn der Täter kam. Ich hörte das schabende Geräusch, wenn er den Safe beiseite wuchtete, konnte abschätzen, wie lange es dauern würde, bis er durch den schmalen Einlass durchgekochen war und schließlich den Mechanismus für die schwere Tür bediente. Oben im Haus, wenn ich für ihn arbeiten musste, fühlte ich mich ungeschützter, seiner Willkür und Launenhaftigkeit viel unmittelbarer ausgesetzt. Aufgrund der Mangelernährung hatte ich eine Reihe von Allergien entwickelt. Meine Haut und mein Magen reagierten sensibel auf jede Veränderung. Auf den ersten Bildern, die nach meiner Selbstbefreiung im Fernsehen und in Printmedien zu sehen waren, konnte man unter der mittelblauen Decke den Saum meines bunten Sommerkleides erkennen, darunter meine dürren Beine. Die kalkweiße Haut war übersät mit geröteten Stellen, bräunlichen Flecken und Blutergüssen. Während all der Jahre in Gefangenschaft hatte ich nie einen Arzt zu Gesicht bekommen. Wunden, die mir der Täter zugefügt hatte, einmal auch eine Verbrennung an Händen und Armen durch kochendes Wasser, waren nie professionell versorgt worden. Im Nachhinein hatte ich sicher Glück, dass ich mir dadurch nie eine schwere Infektion zugezogen habe. Denn auch im Umgang mit meiner Gesundheit zeigte sich letztlich die gespaltene und menschenverachtende Persönlichkeit des Täters. Einerseits war er fast schon hysterisch, wenn es um vermeintlich gesunde Ernährung ging. Lebensmittel erschienen ihm grundsätzlich suspekt. Die großen Konzerne würden alle unter einer Decke stecken und die Menschheit systematisch mit kontaminierten Speisen langsam vergiften. Vor allem Gewürze seien verstrahlt und müssten deshalb unter allen Umständen gemieden werden. Später wurden Kohlehydrate, Zucker und selbst Obst vom Speiseplan gestrichen, wegen der Gifte in der Schale. Gleichzeitig hatte er kein Problem damit, mich tagelang hungern zu lassen, wenn ich zu aufmüpfig war. Die Magenkrämpfe und Schwindelanfälle, unter denen ich litt, seien eine gerechte Strafe für mein Fehlverhalten. Bis heute habe ich ein gestörtes Verhältnis zu essen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie im Dezember 2006 eine Sendung aufgezeichnet wurde zum Thema »Das erste Weihnachten in Freiheit«. Nach einer halben Stunde habe ich einen meiner Anwälte angerufen. »Ich sitze in Gensandorf. Bitte komm sofort, das ist alles so kompliziert.« Das Haus, in dem gedreht wurde, gehörte einer ORF-Mitarbeiterin. Vor dem Gebäude stand ein riesiger Möbelwagen, aus dem unzählige Menschen Dinge heranschleppten, um das Haus umzugestalten. Alles wuselte herum, überall lagen Kabel. Ich saß allein auf einem Sofa, wie bestellt und nicht abgeholt. Niemand hat in diesem Moment gesehen, wie isoliert ich war, unter diesen vielen Menschen. Wenig später lieferte ein Catering-Unternehmen Kisten mit Gebäck und Semmeln. Die Leute griffen im Vorbeigehen zu, aßen im Gehen, im Stehen, Brösel rieselten auf den Teppich, Tomaten mit Mayonnaise landeten auf dem Boden. Ich saß nur da und war fassungslos, wie achtlos hier mit Nahrung umgegangen wurde. Ein halbes Jahr nach meiner Flucht funktionierten die Mechanismen aus dem Verlies noch perfekt. Essen muss man sich verdienen, essen muss man ehren. Schling nicht so, sonst gibt es gar nichts mehr. Jetzt hast du dich schon wieder anbatzt. Einmal war mir beim Herausnehmen eines Stück Fischs aus der Pfanne etwas Panade hinuntergefallen. Der Täter griff nach meiner Portion und schüttete Priel darüber, damit ich lernen würde, dass man nicht so herumkleckert. Das war ihm überhaupt das Wichtigste. Sauberkeit. Keime waren das schlimmste Übel. Sie lauerten überall, gefährlich unsichtbare Krankheitsüberträger. Priklopil hatte einen regelrechten Putzzwang, der sicher nicht nur damit zusammenhing, dass er jede noch so kleine Spur von mir beseitigen wollte. Ein Haar von mir, eine Hautschuppe, ein Fingerabdruck, nichts davon durfte je oben im Haus entdeckt werden. Abgesehen von diesem Verfolgungswahn, in den er sich im Laufe der Jahre immer mehr hineinsteigerte, hatte er panische Angst vor Krankheiten, die durch Keime, Viren oder Bakterien ausgelöst werden könnten. Gleichzeitig hatte er kein Problem damit, mir schwerste Schläge und Tritte zuzufügen, auch blutende Wunden. Einmal rutschte ich auf der Treppe hinunter ins Verlies aus und schlug mit dem Kopf auf den Stufen auf, sodass ich einen Moment lang bewusstlos war. Als ich zu mir kam, war mir speiübel. In meinem Kopf verspürte ich ein einziges Hämmern, das nicht aufhören wollte. Ich hatte Angst, dass ich mir den Schädel gebrochen haben könnte. In den nächsten Tagen lag ich nur im Bett und konnte mich nicht rühren. Sobald ich den Kopf hob, wurde mir schwarz vor Augen. Den Täter hat das nicht interessiert. Im Gegenteil, er bestrafte mich für mein deppertes Verhalten, weil ich bei meinem Sturz eine Glasschüssel hatte fallen lassen und die Stufen mit Blut verdreckt hatte. Spätestens in diesem Moment war mir klar geworden, dass er mich eher sterben lassen würde, als selbst bei einem schweren Notfall Hilfe zu holen. Ich habe lernen müssen, Schmerzen zu erdulden und mit ihnen zu leben. Ich habe lernen müssen, Hunger zu erdulden und mit diesem quälenden Gefühl zu leben, das einem alle Sinne betäubt, einen Schwindeln und den Bezug zur Realität verlieren lässt. Nach einer längeren Hungerphase konnte ich Nahrung nur löffelweise zu mir nehmen. Der Geruch, die Konsistenz, alles, von dem ich in den Tagen zuvor fantasiert hatte, war nun zu viel. Das Schlucken war ein einziges Würgen. Hinterher brannte mein Magen wie Feuer, der ganze Bauch war aufgebläht. Nach meiner Flucht waren Anzeichen meiner jahrelangen Gefangenschaft nach außen hin deutlich sichtbar. Aber niemand wusste, ob ich auch organische Schäden davon getragen hatte. All das sollte im AKH abgeklärt werden. Ebenso mein psychischer Zustand. Auf einer normalen, für alle frei zugänglichen Station konnte ich aus Sicherheitsgründen nicht aufgenommen werden. Also wurde entschieden, mich auf der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Station unterzubringen. Da ich bereits volljährig war, musste ich mich selbst einweisen lassen, damit ich mich in der Klinik von rechts wegen aufhalten durfte. Ich kam in die geschlossene Abteilung, in der Patienten, die für sich oder andere eine Gefahr darstellen, ihre Zimmer von innen nicht immer öffnen können. Die Türklinke lässt sich bei Bedarf mit einem kurzen Handgriff abnehmen. Zusätzlich wurden Sicherheitsleute auf Station postiert, die den Eingang zu meinem Zimmer Tag und Nacht bewachten. Genauso wie keiner hinein durfte, konnte ich fürs Erste nicht hinaus. Das war einerseits gut gedacht, weil ich mich in diesem geschützten Raum sammeln und zu mir kommen konnte, andererseits war es vollkommen absurd. Kaum in Freiheit war ich wieder eingesperrt. Und das, wonach ich mich vor allem gegen Ende der Gefangenschaft am meisten gesehnt hatte, war ich in dieser ersten Zeit überhaupt nicht. Ich war nicht selbstbestimmt. Ich konnte nicht frei entscheiden. Der Täter, der sich selbst als Gebieter über mein Leben gesehen hatte, war in gewisser Weise ersetzt worden durch ein ganzes Team, das nun über jeden meiner Schritte wachte und bestimmte. Ich möchte hier auf keinen Fall falsch verstanden werden. Wenn ich diesen Vergleich ziehe, geht es natürlich nicht um die Methoden und die dahinterstehenden Motive. Die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Es geht allein darum, was diese Situation in mir emotional ausgelöst hat. Ich war auf eine Art wieder nur Objekt, auch wenn das in diesem Moment wahrscheinlich den Menschen, die sich nun um mich kümmerten, nicht im vollen Umfang bewusst war. Es ging schließlich nur um meinen Schutz, um meine psychische und physische Gesundheit und Stabilität. Schon kurz nach meiner Selbstbefreiung war mir eine Betreuungskommission zur Seite gestellt worden. Sie bestand zunächst aus Prof. Dr. Ernst Berger vom Neurologischen Krankenhaus Rosenhügel, damals Konsulent des Psychosozialen Dienstes von Wien und in dieser Funktion Projektleiter der Stadt für die Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung. Prof. Dr. Max Friedrich, Vorstand der Uniklinik für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie, Monika Pinteritz, Jugendanwältin der Stadt Wien, sowie Udo Jesionek, der Chef der Opferhilfeorganisation Weißer Ring. Das war die einzige Entscheidung, die ich damals selbst getroffen habe, noch auf der Polizeistation, in die ich nach meiner Flucht gebracht worden war. Ich kannte die Organisation aus dem Radio, weil ich im Verlies einmal eine Sendung gehört hatte, in der es um das Thema Opfer von Gewaltverbrechen ging und dachte, sie seien die Richtigen. Auf jener Polizeistation begegnete ich auch zum ersten Mal Prof. Dr. Ernst Berger, der dort nach der ersten Einvernahme ein psychologisches Erstgespräch mit mir führte und mir die weiteren Maßnahmen erklärte. Er war auch derjenige, der die vorübergehende Unterbringung im Spital ins Gespräch brachte und mir von seinem Freund Max erzählte, einer Koryphäe auf seinem Gebiet. Dazu kamen noch ein Medienberater und ein Rechtsanwalt der Kinder- und Jugendanstalt Wien. Letzterer wurde mir in der Klinik vorgestellt. Er hatte eine angenehme und zurückhaltende Art und unser Gespräch verlief aus meiner Sicht eigentlich recht gut. Ich war erleichtert, dass ein erfahrener Opferanwalt das Mandat übernahm. Leider legte er nach nur vier Tagen das Mandat nieder. Er könne das nicht alleine stemmen. Ich solle mir eine große Kanzlei suchen, die Erfahrung mit solchen komplexen und vor allem im Brennpunkt des öffentlichen Interesses stehenden Ereignissen habe. Aus dem Team war unversehens ein Pfeiler weggebrochen. Der nächste sollte im September folgen. Der Medienberater, der mir zur Seite gestellt worden war, stand vor der großen Aufgabe, die vielen Anfragen in- und ausländischer Zeitungen und Fernsehsender zu bearbeiten. Es ging um eine möglichst seriöse Berichterstattung, um Kontrolle von Informationen und vor allem um meinen Schutz. Es ging aber auch um ein riesengroßes Geschäft. Als klar war, dass der öffentliche Druck nicht nachlassen würde und ich mich in irgendeiner Form äußern müsste, wurde die Pressestrategie festgelegt, die ein TV-Interview und zwei Gespräche mit Printmedien vorsah. Nachdem ich all das einigermaßen überstanden hatte, kam er mit einem Arm voller Blumen in die Klinik. Eine nette Geste, für die Schwestern und für mich. Er strahlte aus allen Knopflöchern, als er zu mir ins Zimmer kam und sich auf einen der Stühle setzte. Was dann kam, machte mich fassungslos. Er schmiss die Brocken hin. Ich war völlig vor den Kopf geschlossen. Unverblümter zeigte mir in jenen ersten Tagen und Wochen niemand, dass die Wahrung meiner Interessen im Sinne des Opferschutzes keine Selbstverständlichkeit war. In diesem ungewöhnlichen Fall ging es um unterschiedliche Interessen vieler Beteiligter. Ich war das Objekt, das all das möglich machte. Das Objekt der Analyse, des Ehrgeizes, der eigenen Bekanntheit, die goldene Gans, die man möglichst schnell rupfen musste. Denn, so sagte ein Pressevertreter damals, der Fall sei in vier Wochen journalistisch tot und raus aus den Medien. Die Welt der Guten hatte einen Dämpfer erhalten. Diese Art von Zentriertheit auf Eigeninteressen hat mich verstört. Dass man mit dem Fall oder auch mit mir überfordert war, kann ich nachvollziehen. Jeder betrat Neuland, keiner war vorbereitet. Aber das war eine frühe, sehr traurige Erfahrung, dass ich wie auf einem Schachbrett hin- und hergeschoben wurde, je nachdem, für welchen Zug, für welche Interessenslagen meine Position auf dem Spielfeld am besten passte. Auf einem Spielfeld, dessen Regeln ich nicht kannte, gar nicht kennen konnte. Im Verlies waren die Regeln und die Rollen klar verteilt. Ich war so lange Spielfigur, bis ich dagegen aufbegehrt hatte, bis ich ausgelotet hatte, was möglich war, bis ich meine Position behauptete, bei allen damit verbundenen Demütigungen und Bestrafungen. Hier nun war ich nicht länger Spielfigur in der kranken Welt im Kopf des Täters, gefangen in seinen Fantasien, sondern umgeben von Menschen, die es eigentlich wohl mit mir meinen sollten. Die meisten taten das sicher auch. Doch zumindest von einigen fühlte ich mich auf eine ganz andere Art instrumentalisiert. Denn obwohl sie allesamt erfahrene und angesehene Fachleute auf ihrem Gebiet waren, war ich auch für sie so etwas wie eine Weltsensation. Mein Fall überstieg alles bisher Dagewesene. Er versprach Aufmerksamkeit, weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Niemand hatte eine Blaupause für den richtigen Umgang mit jemandem wie mir. Doch jeder hatte Interesse an diesem Fall, wohl nicht immer ganz uneigennützig. Nachdem ich die ganz normalen medizinischen Untersuchungen hinter mich gebracht hatte, musste ich verschiedene Intelligenztests absolvieren und mein Gehirn wurde mehrfach durchleuchtet. Als wären die Ärzte auf der Suche nach dem einen besonderen Merkmal gewesen, nach der einen Veränderung, die Aufschluss darüber geben könnte, warum ich die Zeit in Gefangenschaft auf den ersten Blick relativ unversehrt überstanden hatte. Man hoffte wohl auf den Bildern, die die verschiedenen Durchleuchtungsapparate ausspuckten, ein Areal zu entdecken, auf dem ein Schildchen steht mit der Aufschrift »Sitz des Zentrums für besondere Resilienzfähigkeit« der Natascha Kampusch. Die Bilder waren völlig normal. Keinerlei Auffälligkeiten, welcher Art auch immer. Nur wenige Tage nach meiner Selbstbefreiung hielt mir einer der Mediziner ein Schriftstück unter die Nase. Mit meiner Unterschrift sollte ich einwilligen, zehn Jahre exklusiv für Studienzwecke zur Verfügung zu stehen. Wie ein seltenes Tier, das weltweit zur Schau gestellt und von Hörsaal zu Hörsaal gereicht wird, während sein Verhalten, seine Psyche und Physis von den mitreisenden Experten vor Studenten analysiert und bewertet werden. Aus Sicht der Mediziner, Psychiater und Psychologen mag ich tatsächlich ein interessantes Studienobjekt gewesen sein. Mit Schutz und genau deswegen war die Berater- und Unterstützerrunde eigentlich einberufen worden und genau deswegen hatte ich mich vorübergehend ins AKH begeben, hatte das nicht viel zu tun. Ich werde nie vergessen, wie einmal alle bei mir im Zimmer saßen, dazu die beiden neuen Anwälte, die das Mandat in der Zwischenzeit übernommen hatten und die Diskussion über meinen weiteren Weg so heftig wurde, dass nicht mehr viel gefehlt hätte und die Herren hätten sich geprügelt. Alle haben an mir herumgezerrt, als wollten sie mich auseinanderreißen. Die Patienten auf der psychiatrischen Station waren noch die normalsten in dem ganzen Wahnsinn. Die meisten waren jünger als ich, litten unter Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie oder fügten sich durch Ritzen Verletzungen zu, um den inneren Schmerz durch einen Äußeren zu betäuben. Ich nahm an einigen Gruppentherapiesitzungen teil und wurde von den jungen Menschen einfach akzeptiert als jemand, der auch irgendein Päckchen zu tragen hat, genau wie sie selbst. Niemand fragte nach, wie genau dieses Päckchen zusammengeschnürt war. Niemand hatte ein Interesse daran zu sezieren und zu bewerten. Ich konnte einfach bei ihnen sitzen, mich über dies und das unterhalten und hatte für einen Moment lang Ruhe. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein 16-jähriger Junge, den ich beim Warten auf eine Untersuchung kennengelernt habe. Er brauchte dringend ein Spenderorgan, die Zeit lief ihm davon. Er wusste, dass er schlimmstenfalls bald sterben würde. Auch wenn ich ihn nur ganz kurz kannte, war die Begegnung mit ihm etwas Besonderes für mich. Sie hat mir gezeigt, dass es letztlich nicht so wichtig ist, wie viel Zeit man mit jemandem verbracht hat, sondern dass man sie überhaupt hatte. Er war ein Mensch mit so viel Empathie, mit einem großen Lebenswillen und sehr viel Offenheit und Interesse an anderen Menschen. Jemand, der selbst unter enormen Schmerzen und heftigen Medikamenten wie Morphium versuchte, bei sich zu bleiben, negativen Emotionen nicht zu viel Raum zu geben. Ich weiß nicht, ob das zu verstehen ist, aber auf eine Art war er in der Extremheit des Schicksals wie ein Spiegel für mich. Wir mussten nicht reden, konnten einfach nur da sitzen und sein, während mir die übrige Zeit meines neuen Alltags wie ein einziger Strudel vorkam. Alles wirbelte um einen herum, man konnte kaum Luft holen, nicht denken. Ich habe mir manchmal gewünscht, ich wäre eine Katze und könnte einfach nur auf einem Sessel sitzen und ins Leere starren, mich sammeln, Energie tanken. Aber von Ruhe war da nichts. Ich war von allem überfordert. Das grelle, künstliche Licht, die vielen Geräusche, die Gerüche, die ganzen Mahlzeiten, die einzunehmen waren, die vielen Menschen. Alle quatschten durcheinander, alle wollten etwas. Ein Gespräch hier, eine Untersuchung dort. Für die Untersuchungen stellte man mir jeweils eine Krankenschwester zur Seite, die mich durch die langen Gänge des Spitals begleitete, die beängstigend auf mich wirkten. Dazwischen wurde ich immer wieder von der Polizei zu meiner Entführung, zum Täter und der Gefangenschaft befragt, stundenlang. Erste Details waren sehr früh an die Öffentlichkeit gelangt. Und diesmal dauerte es ebenfalls nicht lange, bis herauskam, wo ich mich inzwischen aufhielt. Es war ein Deckname vereinbart worden, mit dem ich auf Station auch angesprochen werden sollte. Einige Schwestern haben sich allerdings nicht daran gehalten. Eine sagte mir auf den Kopf zu, ich glaubte wohl, ich sei etwas Besonderes, das sei ich aber ganz sicher nicht, ich solle mich mal schön an die Wirklichkeit gewöhnen. Vor dieser Wirklichkeit wollte ich mich am liebsten manchmal wegducken, so hat sie mich verstört mit ihrer Härte, mit ihrer wahlweisen Ablehnung oder kompletten Vereinnahmung. Ich habe versucht, mich klein zu machen, alles über mich ergehen zu lassen und mir vorgenommen, mich möglichst schnell aus dieser Form der Fremdbestimmung herauszuziehen. Dass ich einen Decknamen bekommen hatte, war keine kapriziöse Idee von mir gewesen. Es war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich liebend gern meinen Namen getragen. Ich war so froh, dass ich ihn wieder hatte, auch wenn ich Natascha als Rufname nie besonders gern gemocht habe. Ich habe mich auch ganz bewusst dagegen entschieden, im Rahmen eines Zeugenschutzprogrammes eine neue Identität anzunehmen oder mich zu verstecken oder auszuwandern. Eine neue Identität und eine neue Lebensgeschichte hätten auch Auswirkungen auf mein ganzes Umfeld gehabt. Ich wollte mein ursprüngliches Leben wieder aufnehmen, dort anknüpfen, nicht länger etwas abspalten. In Gefangenschaft haben dieses Abspalten und Ausblenden zum Alltag gehört, bis hin zu dem Schritt, dass ich meinen Namen ablegen musste. Ein Jahr nach meiner Entführung hatte der Täter entschieden, du bist nicht mehr Natascha, du gehörst jetzt mir, ich habe dich erschaffen. Ich war nichts mehr. Jede Verbindung zu meiner Vergangenheit, zu meinem ersten Leben musste ausgelöscht werden. Monatelang hatte er mir eingetrichtert, dass sowieso niemand nach mir suchen würde, niemand mich vermissen würde. Meine Eltern seien froh, mich endlich los zu sein, sonst hätten sie doch das Lösegeld gezahlt, sonst hätte mich die Polizei doch längst gefunden. Um den Schnitt, den meine Familie längst vollzogen hätte, zu einem Ende zu bringen, müsse ich meinen Namen als sichtbarstes Zeichen meiner Identität ablegen. Er schlug Maria vor, weil seine beiden Großmütter so hießen. Als ich ihm ganz naiv sagte, das sei in Ordnung und würde mich sogar freuen, weil das mein zweiter Vorname sei, den ich immer schon lieber gehabt hätte als Natascha, war der Vorschlag vom Tisch. Ich sei eine dumme Kuh, dass ich nicht begreifen würde, worum es hier ginge. Du hast keine Familie mehr. Ich bin deine Familie. Ich bin dein Vater, deine Mutter, deine Oma und deine Schwestern. Ich bin jetzt alles. Du hast keine Vergangenheit mehr. Er hieb mir auf den Kopf und zischte mir zu, dass es ja wohl nicht so schwer sei, einen neuen Namen zu finden. Mein Blick fiel auf einen Kalender auf dem kleinen Schreibtisch in meinem Verlies, der auch Namenstage auflistete. Ich blätterte hektisch durch die Seiten, immer in Erwartung des nächsten Hiebs. Natascha, die Starke oder an Weihnachten Geborene, stand für den ersten Dezember im Kalender. Am zweiten Dezember war Bibiana eingetragen. Für die nächsten siebeneinhalb Jahre meiner Gefangenschaft war ich Bibiana oder Bibi. Nach innen habe ich meine Identität allerdings nie in dieser Form aufgegeben, wie der Täter es von mir erwartet und gefordert hatte. In Freiheit wollte ich sie erst recht nicht aufgeben. Das, was mir passiert war, ließ sich nicht einfach in eine Schublade stecken und mit einem neuen Etikett versehen. Auch dieser zweite Teil meines Lebens gehörte zu mir. Ich musste lernen, damit umzugehen. Ich musste die Möglichkeit haben, darüber zu reden, wenn mir danach war und darüber zu schweigen, wenn mir danach war. Als Frau Meier aus Linz hätte ich mir vielleicht manches ersparen können, aber ich hätte nicht mein Leben führen können, sondern hätte wieder in eine andere Rolle schlüpfen müssen. Als wäre ich in einen seltsamen Make-up-Topf und eine Kostümkiste gefallen, die alles bis zur Unkenntlichkeit zugleistert. Welchen Decknamen und welche kurze Geschichte man mir in der Klinik zudachte, weiß ich nicht mehr. Aber die Tatsache, dass sich nicht alle an seine Verwendung hielten und selbst die geschlossene in manchen Bereichen eine offene war, hatte zur Folge, dass es zunächst im ganzen Spital die Runde machte, wer da einsaß. Wenn ich ein paar Schritte auf dem Flur machte, kam ich mir manchmal vor wie im Zoo. Vor der Stationstür standen andere Patienten oder Besucher, die einen Blick auf mich erhaschen wollten. Untergebracht hinter Sicherheitsglas, gucken, aber bitte nicht füttern. Vom Flurfunk war es kein weiter Weg bis nach draußen. Fotografen hockten in den Bäumen, um das erste Bild von mir zu schießen. Reporter versuchten, sich als Pfleger verkleidet ins Spital einzuschleichen. Eine Zeitung schrieb, ich hatte das begehrteste Gesicht der Welt, weil es noch niemand gesehen habe, aber jeder wissen wolle, wie das Kellerkind aussieht. Der Medienansturm hatte schon am Tag meiner Selbstbefreiung eingesetzt. Einige Journalisten hatten offenbar den Polizeifunk abgehört, über den am 23. August 2006 gemeldet worden war, dass eine möglicherweise verwirrte junge Frau in einer Schrebergartensiedlung aufgetaucht sei, die behauptete, sie sei vor Jahren entführt worden. Zur Klärung ihrer, meiner, Identität hatte die Polizeizentrale St. Pölten, wo der Notruf gegen 14 Uhr eingegangen war, per Funk einen Streifenwagen von Gensandorf nach Strasshof beordert. Wenige Stunden später erhielt meine Mutter den Anruf einer Journalistin, die sie während der vergangenen Jahre hin und wieder interviewt hatte. Es war klar, dass sie nicht einfach nur so anrufen würde, um einen Schwarz zu halten, sondern nur, wenn sie etwas wollte oder wenn sich eine neue Entwicklung ergeben hatte. Nach einigem Herumdruxen, sie wolle keine falschen Hoffnungen wecken, rückte die Journalistin damit heraus, dass ich auf der Inspektion in Deutsch-Wagramm möglicherweise ihre vermisste Tochter Natascha befinde. Erst eine Weile nach diesem Anruf meldete sich das Sicherheitsbüro der Polizei bei meiner Mutter, um ihr mitzuteilen, dass die langen Jahre des Bangens zu 99 Prozent ein Ende hätten. Meine Mutter war im August 2006 mit meiner Halbschwester Sabina und meinen Nichten und Neffen für ein paar Tage im Urlaub in Annaberg, in der Nähe des Wallfahrtortes Maria Zell. Der Bauernhof war in den vorangegangenen Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für sie und die Kinder geworden. Jedes Jahr hatte sie in der Basilika eine Kerze für mich angezündet. Nur dieses Mal nicht. Die Lichterlgrotte war an jenem Augusttag wegen Renovierung geschlossen. Eine seltsame Fügung. Als sie aus dem Bauernhaus trat, wartete nicht nur der graue VW der Polizei, der sie zu mir bringen sollte, sondern da standen auch Kamerateams und Reporter eines Regionalsenders des ORF, die sie mit Fragen bestürmten, die sie nicht beantworten konnte. Und während ich auf der Polizeiinspektion von Deutsch-Wagram nach Feststellung meiner Personalien in ein Nebenzimmer gebracht und von Beamten einvernommen wurde, postierte sich draußen die Journalie. Monatelang hatte ich mir in Gefangenschaft ausgemalt, wie meine Flucht aussehen könnte und wie es danach weitergehen würde. Die Polizei hingegen hatte kein Konzept, das man jetzt hätte aus der Schublade holen können. Im Rückblick war es eine seltsame Stimmung, eine Mischung aus Freude, Unglaubigkeit und bemerkenswerter Naivität. Ich weiß noch, dass ich damals darum bat, mich zu schützen. Einerseits vor dem Täter, über dessen Schicksal zu diesem Zeitpunkt niemand etwas wusste. Ich hatte Angst, dass er mich am Ende doch noch erwischen, dass er seine Drohung wahr machen würde, alle umzubringen, sollte ich es jemals wagen zu fliehen. Ich hatte Angst, dass er meinen Eltern oder jemand völlig Unbeteiligtem in seiner Raserei oder Verzweiflung etwas antun würde. Und ich hatte auch Angst, dass er seine Drohung wahr machen und sich umbringen würde. Flucht? Das war der Tod. Für mich, für alle, die mir auf meinem Weg begegneten, für ihn. In den letzten Jahren war es eine Art stille Übereinkunft zwischen uns gewesen, dass nur einer von uns beiden überleben würde, sollte ich weglaufen. Wenn ich es jetzt wirklich geschafft hatte, wenn er mich hier auf dieser Station nicht mehr erreichen konnte, war ich früher oder später für den Tod eines Menschen verantwortlich. Ich weiß, dass meine Äußerungen, die ich in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit gemacht habe, nicht immer verstanden wurden. Aber ich war nun einmal der Auffassung, dass man für sein Tun Verantwortung übernehmen muss. Und mit meinem Tun habe ich den Täter in eine für ihn ausweglose Situation gebracht, die nur in eine Richtung gehen konnte. Ich habe ihm einmal vorgerechnet, dass er doch mit 60 aus dem Gefängnis raus sei, wenn er mich freilassen und sich der Polizei stellen würde. Dabei ist Freiheitsentziehung, die länger als einen Monat andauert, in Österreich maximal mit 10 Jahren, nicht wie ich dachte, mit 20 zu bestrafen. Er hatte damals gemeint, die Zeit im Knast würde er nicht überstehen. All der Dreck, die Keime und die anderen Insassen, die würden sicher gewalttätig sein und brutal. In meinen Ohren klang das wie Hohn. In seinem eigenen verschobenen Bild von sich und der Welt war es nur logisch. Abgesehen vom Täter wollte ich ein Stück weit vor der Welt da draußen geschützt werden, nicht vor der Freiheit, aber vor dem, was mit dieser Freiheit verbunden sein würde. Während der ersten Zeit in Gefangenschaft war ich völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Ich bewegte mich in einem geschlossenen System. Oder vielleicht sollte ich sagen, in zwei geschlossenen Systemen. In der Welt des Täters und in der meiner Fantasie. Die übrige Welt gelangte erst mit der Zeit in diese Abgeschiedenheit hinein. In Form von Büchern oder Kassetten mit Hörspielen für Kinder. Später durfte ich im Radio ausgewählten Frequenzen lauschen und im Fernsehen bestimmte Kanäle oder vom Täter aufgezeichnete Sendungen sehen. Die Medien wurden so mit der Zeit mein Fenster zur Welt. Und über die Medien wurde Zeit in meinem Alltag im Verlies für mich messbar. Sehr viel später, als er sich sicher war, sein Geschöpf ausreichend geformt zu haben, durfte ich hin und wieder auch Trash-Sendungen ansehen. Dieser Schund, der vor allem auf den Kanälen der Privatsender lief, war für Priklopil ein Schaufenster hinein in die degenerierte Welt der Unterschicht, in der man arbeitslos ist, sich bedringt, gewalttätig ist und ohne Niveau. So ganz anders als in seiner Vorzeigefamilie, deren offensichtliche Probleme man hinter der fein säuberlichen Fassade nicht gleich so sehen konnte. Sehr wohl aber hat man meine Familie jahrelang mit diesen Attributen belegt. Kein Wunder, dass das Kind weggelaufen ist bei so einem Umfeld. Diese Verunglimpfungen erreichten einen Tiefpunkt in der Äußerung eines ehemaligen Höchstrichters, der sagte, Ich könne geneigt gewesen sein, das Angebot einer vom Täter als verlockend dargestellten familienfernen Lebensalternative anzunehmen. Ich hätte gern mit diesen Menschen getauscht, die an ihren großen Schreibtischen sitzen und in ihren großen feudalen Wohnungen etwas über das sogenannte Prekariat faseln, das offenbar so schlimm ist, dass man sich gern in ein winziges Loch sperren lässt, um all dem zu entfliehen. Nicht maßstabsgerechte Familien können nichts Gutes hervorbringen. Nicht maßstabsgerechte Opfer, wie ich es war und bin, können sich nur freiwillig in eine solche Situation gebracht haben, nicht durch Zwang, indem sie ihre Entführung selbst geplant haben oder einmal entführt dieses Leben mit Freuden als Alternative annehmen. Ich frage mich manchmal, in welchen Maßstäben Leute denken, die solche unsinnigen Äußerungen von sich geben. Welches Bild haben sie von der Welt und den Menschen und damit auch von sich selbst. Es muss eines voll Hass, Verachtung und ohne jeden Funken Empathie und gleichzeitig ohne jeden Realitätssinn sein. Nach dem Erfolg der Privatsender zogen auch die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten schnell nach mit Boulevardmagazinen, die die Sensationsgier der Zuschauer befriedigen sollten. Die Mechanismen, das Ausleuchten vermeintlicher Geheimnisse und Skandale, das Aufbauschen von Nichtigkeiten zu großen Sensationen, habe ich durch diese Sendungen, die mein Schaufenster zur Welt waren, kennengelernt. Das Ende meines Entführungsfalls war nun tatsächlich eine Sensation, die man eigentlich nicht weiter aufbauschen musste. Es stand für sich, dass ich überhaupt überlebt hatte, noch dazu so lange, wo doch die Polizei schon etwas über einen Monat nach meinem Verschwinden verkündet hatte, dass man wohl mit dem Schlimmsten rechnen müsse und eines Tages meine Leiche finden würde. Ich glaube, meine Eltern waren die Einzigen, die sich nicht mit diesem Gedanken abfinden wollten. Vielleicht aus schierer Angst, vielleicht weil sie wirklich, jeder auf seine Weise, unerschütterlich daran geglaubt haben, dass ich zurückkomme. Auf der Polizeiinspektion Deutsch-Wagramm hatte ich jedenfalls mehrfach wiederholt, bitte informieren Sie noch nicht die Presse, geben Sie mir etwas Zeit, all das zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob die Beamten damals gedacht haben, ich würde mich zu wichtig nehmen oder ob sie die Sache einfach unterschätzt haben. Geh Mädchen, jetzt hörst doch mal auf, hier kommt doch keine Presse hin. Als läge die Inspektion auf dem Mars und wäre aus Raum und Zeit gefallen. Tatsächlich war vor der Wache alles schwarz vor Menschen. Dicht an dicht drängten sich die Reporter, ein einziges Geschubse und Gerangel um die besten Plätze. Nach einem Blick aus dem Fenster war am Ende der ersten Einvernahme wohl auch dem letzten Beamten klar, dass ich hier nicht würde bleiben können. nur wohin? Nach einigen Telefonaten fiel die Entscheidung, mich zunächst ins Gebäude des ehemaligen Sicherheitsbüros in Wien zu bringen. Dort gab es eine Zufahrt über den Hof. Dort gab es Gänge und Räume, die man bei Bedarf abriegeln konnte. Anders als auf einer normalen Polizeistation, deren Betrieb ja aufrechterhalten werden musste. Die Frage war allerdings, wie ich überhaupt aus der Inspektion hinauskommen sollte. Hier gab es keinen Hinterausgang, keine Straße, die hintenrum in die Stadt führte. Die Lösung war eine blaue Decke, die den Beamten normalerweise zum Zudecken dient, wenn sie die Nacht über Bereitschaftsdienst haben. Mit dieser Decke schloss sich in gewisser Weise ein Kreis. Bei seinem Elternhaus in der Heine Straße 60 ins Straßhof angekommen, hatte mir der Täter eine blaue Decke übergeworfen, bevor er mich aus dem Kleintransporter zerrte und ins Verlies brachte. Diese Decke war in den ersten Stunden nach der Entführung das Einzige, was ich dort unten unter der Erde hatte. Keine Matratze, kein Licht. Ich sah nichts, ich hörte nichts, nur mein Blutrauschen, spürte die Enge, die Kälte, den nackten Boden. Es roch muffig und nach abgestandener feuchtwarmer Luft, die sich wie ein Film auf mich legte, der Ekel in mir hervorrief. Ich hatte furchtbare Angst und wagte es eine Ewigkeit nicht, mich aus der blauen Decke herauszuschälen. Auf ihr rollte ich mich schließlich wimmernd ein, als mir schon längst jedes Zeitgefühl verloren gegangen war. Dabei hatte ich mich so sehr angestrengt, mir immer wieder gesagt, konzentrier dich, zählen, du musst zählen, mit den Fingern und im Gedächtnis irgendwie die Zeit festhalten. Ein Versuch, die Ewigkeit zu strukturieren. Was ist Zeit? Was ist Zeit in Gefangenschaft? Dauert sie ein paar Stunden, einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr? Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass sie 3096 Tage dauern würde, wäre ich durchgedreht. Wenn ich gewusst hätte, wie massiv und durchdacht der Täter das Versteck gesichert hatte, hätte ich mich vielleicht früher aufgegeben und nicht bis zum Ende durchgehalten. Die Angst, was passieren würde, wenn er eines Tages nicht nach unten käme, die Angst zu verhungern, zu verdursten und Jahrzehnte später vielleicht durch Zufall als mumifizierte Leiche gefunden zu werden, diese Angst hatte ich nicht am ersten, nicht am zweiten und auch nicht am dritten Tag. Da hatte ich noch die Hoffnung, dass er zur Einsicht kommen, ich mit einer Lösegeldzahlung oder durch einen heldenhaften Polizeieinsatz freikommen würde. Danach war die Angst mein ständiger Begleiter. In jener ersten Nacht hatte ich von all dem keine Vorstellung. Ich hatte nur diese blaue Decke, die mir ein bisschen Wärme und Schutz bot. Nun brauchte ich eine Decke, damit ich die paar Schritte aus der Polizeiwache zum Auto gehen konnte, eingehakt zwischen zwei Beamten. Als wir vor die Tür traten, klickten die Fotoapparate. Menschen riefen laut durcheinander, ein Foto, ein kurzes Interview, dazwischen immer wieder meinen Namen. den ich so lange nicht mehr gehört hatte. Natascha, Natascha! Der Wagen brachte mich nach Wien. Das Klicken und das kurze Aufleuchten der grellen Blitze verfolgten mich tagelang. Als es während meiner ersten Woche im AKH nachts einmal ein heftiges Wetterleuchten gab, traute ich mich nicht, die Augen aufzumachen. Ich war mir sicher, die Fotografen würden um mein Bett herumstehen und einfach nur draufhalten. Als der Wagen vor dem Gebäude des ehemaligen Sicherheitsbüros ankam, hatten sich bereits Journalisten vor dem Haupteingang versammelt. Auch dieser nächste Schritt war also auf irgendeine Weise durchgesickert. Aber wir gelangten über den Hintereingang ins Haus, ohne dass ein weiteres Foto von mir gemacht werden konnte. Das gelang erst einem Bauarbeiter im Krankenhaus. Ein Handyfoto, ein Schnappschuss, durchgeknipst zwischen einer Kaffeetasse und einem Teller mit Kolatschen. Ich war mit dem Sozialarbeiter, der mir seit einigen Tagen zur Seite gestellt war, kurz in die Cafeteria hinuntergegangen. Das Bild war völlig verschwommen. Ich war darauf zum Glück nicht zu erkennen, aber es wurde trotzdem abgedruckt. Genauso wie in der ersten Woche nach meiner Flucht ein Interview mit mir in einem österreichischen Magazin erschienen war, ohne dass ich mich dem Blatt gegenüber geäußert hatte. Aufgemacht war es mit einem Bild, das sich an ein Computerfoto anlehnte, das zu Fahndungszwecken angefertigt worden war. Die Daten des ursprünglichen Fahndungsfotos waren mit Aufnahmen meiner Eltern in jungen Jahren kombiniert worden, damit man einen Anhaltspunkt bekommen würde, wie ich möglicherweise inzwischen aussehen könnte. Der 30-seitige Artikel zeigte auch Skizzen des Verlieses, berichtete aus dem Alltag im Horrorhaus und vom Leben des Mr. Seltsam. Untermauert war das Ganze mit Zitaten, die ich entweder so nie geäußert hatte oder aber im Rahmen der ersten Einvernahme beziehungsweise dem Polizeipsychologen gegenüber. Eine junge Polizistin, der ich meine Geschichte in groben Zügen als erste erzählt hatte, war bereits nach wenigen Stunden dem Druck nicht mehr gewachsen. Im Umgang mit Medien ungeschult, relativ frisch auf ihrem Posten. Auch sie hat letztlich keiner geschützt. Später sagte ein Medienwissenschaftler, mein Fall sei der erste gewesen, bei dem die sonst vergleichsweise zurückhaltenden österreichischen und deutschen Medien alle Schranken fallen gelassen hätten. Wie sehr er damit Recht hatte und dass man die Politik, die Justiz und manche selbsternannte Ermittler hier getrost mit einbeziehen kann, sollte sich erst später beweisen. Bereits die Polizisten, die mich erkennungsdienstlich behandelt hatten, waren massiv bedrängt worden. Unsummen wurden geboten für ein Foto aus der Polizeistation. Jeder, der mit mir im Spital oder sonst irgendwo zu tun hatte oder mit mir in Zusammenhang gebracht wurde, allen voran meine Eltern und Verwandten, wurden regelrecht belagert. Ein Betreuer des psychosozialen Dienstes wurde an einem Abend vor der Klinik von einem Journalisten abgepasst mit dem Satz Foto jetzt sofort 70.000 bar auf die Hand. Er hat abgelehnt. Obwohl alle versuchten, nach Kräften den Irrsinn, der da draußen vor sich ging, weitgehend von mir fernzuhalten, bekam ich doch mehr als genug davon mit. All jenen, die meinen, ich hätte mich aus gänzlich freien Stücken oder gar aus Mediengeilheit, wie mir hinterher immer wieder vorgeworfen wurde, für den Schritt in die Öffentlichkeit entschieden, sei gesagt, dass die Situation damals wenig Spielraum bot. Die Jagd nach mir war weder für mich noch für meine Familie oder die Betreuer und Ermittler langfristig tragbar. Die wildesten Vermutungen zu den Umständen meiner Entführung und Gefangenschaft wurden bereits als Tatsachen verkauft. Der Druck, der auf allen lastete, war enorm. Hinzu kam, dass ich während der ersten Tage im AKH regelmäßig erneut einvernommen wurde. Immer wieder musste ich mich emotional mit dem auseinandersetzen, was hinter mir lag und parallel dazu mit dem, was vor mir lag. Ich hatte Gespräche mit jenem Juristen, der mir von der Magistratsabteilung für Jugendliche zur Seite gestellt worden war. Es ging um Persönlichkeitsschutz, den Umgang mit den Medien, meine Zukunft. Nachdem er das Handtuch geworfen hatte, wurden diese Gespräche fortgesetzt mit den Anwälten einer Kanzlei, die sehr große Erfahrung hatte mit Medien und vor allem mit Opferschutz. Als sie gefunden war, geriet ich zwischen die Mühlen widerstreitender Ansätze. Auf der einen Seite Ärzte, die in mir das Opfer, die Patientin oder ein Stück weit das Forschungsobjekt sahen und mit mir als solchem früher oder später auch an die Öffentlichkeit gehen wollten. Auf der anderen Seite diejenigen, die eine Strategie entwickeln sollten, wie man mich so lange wie möglich von eben dieser Öffentlichkeit fernhalten konnte. Von dem einen oder anderen Arzt wurden aber selbst die Anwälte als Teil der Öffentlichkeit, weil von draußen kommend angesehen. Allein daran, dass sie Kontakt mit mir haben mussten, um mich einzuschätzen und eine Strategie entwickeln zu können, entzündeten sich so manche Diskussionen. Der Klinikalltag dürfe nicht gestört werden, was verständlich war, und überhaupt sollte jede zusätzliche Belastung für mich vermieden werden, was ebenfalls verständlich war. Aber trotzdem ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Beim ersten Zusammentreffen mit den neuen Anwälten in meinem Zimmer kam nach einigen Minuten eine Psychologin herein. Die Anwälte dachten im ersten Moment, sie habe nur eine Frage und unterbrachen das Gespräch mit mir. Aber sie zog sich einen Stuhl heran und setzte sich nieder. Sie müsse wissen, was hier besprochen werde. Ich sei traumatisiert und man müsse mich mit der gebotenen Vorsicht behandeln. Das war sicher richtig. Doch irgendwie musste es ja auch weitergehen. Und natürlich gibt es Bereiche, die letztlich der Vertraulichkeit unterliegen. Einer meiner Anwälte belehrte sie, das werde selbst in Hochsicherheitsgefängnissen in den Schwerverbrechereinsätzen respektiert. Ich sei freiwillig hier. Abgesehen davon würden sie doch alle am gleichen Strang ziehen, sein Teil eines Teams, das dafür Sorge tragen sollte, dass mir kein weiterer Schaden entsteht. Am Ende verließ sie den Raum, aber der Knacks zwischen den Parteien blieb. Man beäugte sich misstrauisch, und ich saß dazwischen. Genauso wie meine Eltern, die wenig Verständnis dafür aufbrachten, dass man sie, so gut es ging, von mir fernhielt, um mich nicht weiter aufzuwühlen. Meine Mutter hatte sich früh den Zorn der Professoren zugezogen, als sie sich darüber beklagte, man habe ihr zum zweiten Mal das Kind entzogen. Gleich nach unserem kurzen Wiedersehen im Sicherheitsbüro war ich in sogenannten Schutzgewahrsam genommen und ins Burgenland gebracht worden. Zu dieser Zeit war noch nicht klar gewesen, was mit dem Täter passiert war. Um mich zu schützen, wurde ich in Begleitung einer Polizeipsychologin in ein streng abgeriegeltes Hotel gebracht. Als wir nach langer Fahrt dort ankamen, war ich noch immer sehr überdreht und gleichzeitig angespannt. Ich fragte mich, wie es mit der Fahndung nach dem Täter aussah und ob er lebend gefasst worden war. Meine dahingehenden Fragen wurden ausweichend beantwortet. Die Psychologin redete während der ganzen Fahrt auf mich ein, erzählte mir von ihren Urlauben in Griechenland und Italien und wollte mich offenbar unbedingt auf andere Gedanken bringen. Auch im Hotel, wo wir uns nicht nur ein Zimmer, sondern sogar ein Doppelbett teilen mussten, hörte sie nicht auf zu reden. Ich stellte mir mehrfach vor, sie würde über einen Off-Button verfügen und ich könnte diesen Redeschwall per Knopfdruck zum Verstummen bringen. Ich wollte meine Gedanken ordnen, etwas Ruhe haben und vor allem das Radio anschalten, um endlich Klarheit über das Schicksal des Täters zu bekommen. Das sei nicht gut für mich. Ich würde Abstand brauchen. Dabei wäre es in diesem Moment der erste große Schritt Richtung Abstand gewesen, hätte ich erfahren, dass es nun wirklich vorbei war, in welcher Form auch immer. Stattdessen beharrte sie darauf, dass ich endlich etwas essen solle. Ein Kollege holte eine Tüte mit Burgern und Pommes von McDonalds. Allein der Geruch von Fett setzte mir zu. Nach wenigen Bissen schob ich das Essen beiseite und bat um einen Kamillentee. Der war meinem Magen sehr viel zuträglicher. Als sie fertig gegessen hatte, bat ich darum, mein erstes unbeobachtetes Bad seit Jahren nehmen zu dürfen. Kaum saß ich in der Wanne, klopfte es an der Tür. Ob alles in Ordnung sei? Ja, ja. Keine fünf Minuten später klopfte es wieder, wann ich denn fertig sei, ob wirklich alles in Ordnung sei. Nach dem dritten Klopfen sagte ich, dass ich gerade nicht dabei sei, mich umzubringen, sondern lediglich ein Bad nehmen würde. Nachts haben wir beide kaum ein Auge zubekommen. Sie nicht, weil sie auf mich aufpassen wollte, ich nicht, weil mir die Nähe zu einem fremden Menschen unangenehm war. Heute kann ich über diese absurde Situation lachen. Damals habe ich innerlich nur rotiert. Am nächsten Morgen sagte man mir auf der Fahrt zurück nach Wien, dass der Täter sich umgebracht hatte. Nach einer weiteren Einvernahme wurde ich ins AKH gebracht. Meine Mutter erfuhr davon erst zwei Tage später, nach diversen Telefonaten. Das Kind sei traumatisiert und werde untersucht, von akademischen Kapazitäten von allem abgeschirmt. Die Herren selbst, die aus Sicht meiner Mutter vor allem klinische Kälte und medizinische Fragebögen zu bieten hatten, nicht die Emotionen einer Mutter, flimmerten ständig über den Bildschirm. Alle hatten etwas zu sagen, obwohl doch eigentlich nichts gesagt werden sollte. Als meine Mutter ihrem Ärger Luft machte, warum man mich von ihr fernhielt, bekam sie einen Anruf aus der Klinik. Solche Alleingänge hätten in Zukunft zu unterbleiben. Die weiteren Einvernahmen durch die Polizei fanden fortan in einem kleinen Raum im Untergeschoss der Klinik statt. Grauer Beton, einige Tische und Stühle, Kunstlicht. In genau jenem Raum wurden auch die Gespräche mit meinen Anwälten verlegt, denn die hatten, ob es aufgrund des Vorfalls mit der neugierigen Psychologin war oder um den Klinikalltag nicht so sehr zu beeinflussen, inzwischen Stationsverbot. Zentrales Thema waren immer wieder die Medien. Ich hatte die Anwälte gebeten, mir ein Mediengesetz mitzubringen, aber ich war so erschöpft, dass ich Mühe hatte, mich zu konzentrieren. Das Licht tat mir in den Augen weh, mein Kopf schwirrte. Es war alles zu viel. Vorsichtig wurde ich darüber informiert, dass die ganze Welt mit mir sprechen wolle. Einer meiner Anwälte hatte, nach einem Gespräch mit mir, das vielleicht eine Stunde gedauert hatte, 55 neue Nachrichten. Mailbox, E-Mails, von Russland über Brasilien bis Neuseeland. Der Druck war immens. Alle, die mit mir zu tun hatten, waren wie unter dem Brennglas der Weltöffentlichkeit. Spekulationen über meine Zeit in Gefangenschaft schossen ins Kraut. Fünf Tage nach meiner Selbstbefreiung, am 28. August 2006, verlas Professor Friedrich auf einer Pressekonferenz einen Brief, mit dem erste drängende Fragen beantwortet werden sollten und in dem gleichzeitig um Mäßigung gebeten wurde. Sehr geehrte Journalisten, Reporter, sehr geehrte Weltöffentlichkeit. Ich bin mir durchaus bewusst, welch starken Eindruck die Ereignisse der letzten Tage auf sie alle gemacht haben müssen. Ich kann mir gut vorstellen, wie schockiert und beängstigend der Gedanke ist, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ich bin mir ferner bewusst, dass sie mir eine gewisse Neugier entgegen bringen und natürlich nähere Details über meine Umstände wissen wollen, in denen ich lebte. Ich möchte ihnen im Voraus jedoch versichern, dass ich keinerlei Fragen über intime oder persönliche Details beantworten will und werde. Ich werde persönliche Grenzüberschreitungen, von wem auch immer voyeristisch Grenzen überschritten werden, ahnden. Wer das versucht, kann sich auf etwas gefasst machen. Ich wuchs heran zu einer jungen Dame mit Interesse an Bildung und auch an menschlichen Bedürfnissen. Der Lebensraum, mein Raum war hinreichend eingerichtet. Es ist mein Raum gewesen und nicht für die Öffentlichkeit zum Herzeigen bestimmt. Der Lebensalltag. Dieser fand geregelt statt, meist ein gemeinsames Frühstück, er hat ja meist nicht gearbeitet, Hausarbeit, Lesen, Fernsehen, Reden, Kochen. Das war es, jahrelang. Alles mit Angst vor der Einsamkeit verbunden. Zur Beziehung. Er war nicht mein Gebieter. Ich war gleich stark, aber, symbolisch gesprochen, er hat mich auf Händen getragen und mit den Füßen getreten. Er hat sich aber, und das hat er und ich gewusst, mit der Falschen angelegt. Er hat die Entführung allein gemacht. Alles war schon vorbereitet. Gemeinsam hat er dann mit mir den Raum hergerichtet, der nicht nur 1,60 Meter hoch war. Ich habe übrigens nach der Flucht nicht geweint. Es war kein Grund zur Trauer. In meinen Augen wäre sein Tod nicht nötig gewesen. Es wäre sicherlich eine Strafe, nicht der Weltuntergang gewesen. Er war ein Teil meines Lebens. Deswegen trauere ich in einer gewissen Weise um ihn. Es stimmt natürlich, dass meine Jugend anders als die manch anderer ist. Aber im Prinzip habe ich nicht das Gefühl, dass mir etwas entgangen ist. Ich habe mir so manches erspart, nicht mit Rauchen und Trinken zu beginnen und keine schlechten Freunde gehabt zu haben. Botschaft an die Medien. Das Einzige, wovor die Presse mich verschonen soll, sind die ewigen Verleumdungen meiner selbst, die Fehlinterpretationen, die Besserwisserei und der mangelnde Respekt mir gegenüber. Gegenwärtig fühle ich mich an meinem Aufenthaltsort wohl, vielleicht ein bisschen bevormundet. Ich habe es aber so beschlossen, nur telefonische Kontakte zu meiner Familie aufnehmen zu wollen. Ich werde selbst bestimmen, wann ich mit Journalisten Kontakt aufnehmen werde. Zu meiner Flucht. Als ich das Auto im Garten putzen und aussaugen sollte, hat er sich während des Staubsaugerlarms entfernt. Das war meine Gelegenheit. Ich ließ den Staubsauger einfach laufen. Übrigens nannte ich ihn nie Gebieter, obwohl er das wollte. Ich denke, er wollte das zwar so genannt zu werden, meinte es aber nicht wirklich ernst. Ich habe einen Vertrauensanwalt, der Rechtliches mit mir regelt. Die Jugendanwältin Pinteritz ist meine Vertraute. Mit Dr. Friedrich und Dr. Berger kann ich gut reden. Das Team von Herrn Frühstück war sehr gut mit mir. Ich lasse sie auch herzlich grüßen, aber ein wenig neugierig waren sie schon. Das ist allerdings ihr Beruf. Intimfragen. Alle wollen immer intime Fragen stellen. Die gehen niemanden etwas an. Vielleicht erzähle ich das einmal einer Therapeutin. Oder dann jemandem, wenn ich das Bedürfnis habe. Oder auch vielleicht niemals. Die Intimität gehört mir allein. Herr H., das ist meine Botschaft, soll sich nicht schuldig fühlen. Er kann nichts dafür. Es war Wolfgangs eigene Entscheidung, sich vor den Zug zu werfen. Mit der Mutter von Wolfgang verbindet mich Mitgefühl. Ich kann mich in die jetzige Situation hineinfühlen und hineinversetzen. Ich und wir beide denken an ihn. Bedanken möchte ich mich aber auch bei allen Menschen, die an meinem Schicksal so sehr Anteil nehmen. Bitte lasst mich in der nächsten Zeit noch in Ruhe. Dr. Friedrich wird es mit dieser Erklärung erklären. Viele Leute kümmern sich um mich. Lasst mir Zeit, bis ich selbst berichten kann. Natascha Kampusch Über diesen Brief wurde viel spekuliert. Der Professor war mit einem handschriftlichen Konvolut auf die Bühne der Öffentlichkeit getreten. Die Fotoapparate klickten, die Kameras Surten. Nach der Pressekonferenz stellten Grafologen beim Heranzoomen der Filmaufnahmen und Fotos fest, dass ich sich nicht um die Handschrift einer jungen Frau handeln könne. Auch waren Streichungen auf dem Skript zu sehen und Korrekturen. Richtig ist, dass die Zeilen, die der Professor vorgelesen hat, nicht in meiner Handschrift aufnotiert worden waren, sondern in seiner. Richtig ist, dass es mir ein Bedürfnis war, diesen Appell an die Öffentlichkeit zu verfassen. Im Schwesternzimmer hatte ich mich an den Computer setzen dürfen, um ein paar Zeilen niederzuschreiben. Richtig ist auch, dass viele Äußerungen, die in diesem Brief an die Weltöffentlichkeit vorkommen, meinen Gedanken entstammen. Aber auch den Gesprächen, die der Professor mit mir geführt hatte. Trotz des großen Zeitdrucks vor der anstehenden Pressekonferenz ließ Friedrich es sich nicht nehmen, meine Zeilen handschriftlich zu kopieren. Und hier und da, wie er später den Medien gegenüber einräumte, beziehungsweise einräumen musste, selbst Hand anzulegen. Die Häme, mit der er hinterher überzogen wurde, war sicher nicht richtig. Aber das Vorgehen oder der Umgang mit den Sätzen, die ich selbst verfasst oder ihm anvertraut hatte, war ebenfalls nicht richtig. Das Schwierigste für mich war im Nachhinein, dass mit diesem Brief eine Erwartungshaltung aufgebaut wurde, an der ich nur scheitern konnte. Denn dadurch wurde mir eine Souveränität und ein Maß an Reflexionsfähigkeit und abgeklärt hat, attestiert, dass ich auf eine Art zwar habe, ich bin analytisch und klar und mir meiner und der Situation bewusst, weil ich ohne diese Fähigkeiten nicht überlebt hätte. Ich bin differenziert, weil ich ohne Grautöne wahrnehmen zu können, vor Hass und Wut auf den Täter verzweifelt wäre. Aber natürlich lebe ich zwischen den beiden Polen der Stärke und der Schwäche eines Opfers. Diese beiden Pole sind extrem. Ich war all das und ich war es auch nicht, weil ich bei dem, was ich in der jüngsten Vergangenheit erlebt habe, aus einer Position der Stärke des Überlebens kam und sich ein Opfer nie selbst als solches bezeichnen würde, weil es so im Nachhinein dem Täter Macht oder eine nachträgliche Legitimation seiner Position einräumen würde. Trotzdem war ich eine junge, verletzliche Frau, ein kleines Mädchen, das die Hölle erlebt hatte. Es hat gedauert, bis ich diese Sicht auf mich selbst zulassen konnte. Das kann ich heute im kleinsten Kreis zeigen. Über diese dunkle, schmerzhafte Seite kann ich in geschütztem Raum auch reden. Darüber, wie es ist, mit den Erinnerungen so umzugehen, dass sie mich nicht permanent belasten und verletzen. Trotzdem wird man mich sicher auch heute nur selten bis gar nie in der Öffentlichkeit weinen sehen oder schluchzen zusammenbrechen. Das regle ich für mich privat. Das heißt aber nicht, dass es diese Momente nicht gibt. Ich habe bis heute Probleme damit, das Schreckliche für mich selbst zu definieren. Ich will gar nicht sagen, dass es niemand verstehen könnte, wenn ich offen über meine Gefühle reden würde. Aber für manches gibt es einfach keine Worte und keine Definition. Und ich möchte auch niemandem aufbürden, was er oder sie vielleicht nicht schultern kann. Es mag seltsam klingen, doch für mich hat das auch etwas mit Respekt vor meinem Gegenüber zu tun. Und mit Würde. Kapitel 2 Frau Kampusch, wie geht's Ihnen? Das Interview Das Verbrechen, das an mir begangen wurde, aus welchen Motiven auch immer, war ein Verbrechen an vielen Menschen. Es hat einer ganzen Gesellschaft ein Trauma zugefügt, sie aus dem Gleichgewicht gebracht, weil das Böse tatsächlich in Form einer Allerweltsexistenz dahergekommen ist. Dieser Brief war der erste Baustein eines Images, das mir bis heute vorgehalten wird. Was mir am Anfang noch als verblüffende Stärke ausgelegt wurde und mir eher Respekt und eine gewisse Bewunderung einbrachte, kippte mit der Zeit. Man hatte eine Art Kaspar Hauser erwartet, jemanden, der die Welt in Schwarz und Weiß einteilt, in Gut und Böse, der sich eher holprig artikuliert, so wie man später von den Kindern aus Amstetten mutmaßte, sie würden sich nur mit Gurr und Zischlauten verständigen. Ein Mensch, gebrochen von dem, was ihm angetan worden ist. Das war ich, natürlich. Aber ich bin nicht zerbrochen während dieser Jahre in Gefangenschaft, sonst hätte ich nicht überlebt. Ich habe einen Pakt mit meinem älteren Ich geschlossen, das mir eines Tages dabei helfen würde, mich zu befreien. Das Traurige ist, dass ich wegen meiner tatsächlichen oder nach außen hin sichtbaren Stärke kritisiert wurde, dass man Zurückhaltung mit etwas Verheimlichen verwechselte und sich nicht die Mühe machte, zu differenzieren, dahinter zu blicken. Stattdessen war ich zunehmend mit Sätzen konfrontiert wie, wer so spricht, wer die Dinge so differenziert betrachtet, kann nicht genug gelitten haben. Genau für diese Sichtweise hat letztlich dieser Brief, der von allen Seiten nur gut gemeint und in diesem Moment auch richtig und mir in vielem ein Anliegen gewesen ist, den Grundstein gelegt. Den ersten Stock, um im Bild zu bleiben, habe ich dann selbst ein paar Tage später drauf gemauert. Der Brief hatte in der Öffentlichkeit nicht die beabsichtigte Wirkung, nämlich die, dass etwas Ruhe eingekehrt wäre. Das Gegenteil war der Fall. Die Bitte um Zeit, bis ich mich selbst ausführlicher würde erklären können, verhalte. Das, was ich kurz aus dem Alltag meiner Gefangenschaft offengelegt hatte und vor allem das, was ich noch nicht öffentlich auszubringen, dachte, all das fachte die Neugier nur noch mehr an. Die Medien überboten sich mit Angeboten. Jeder wollte der Erste sein. Nur aus den USA kam, zumindest von einer Zeitung, eine seltsam zurückhaltende Anfrage. Okay, da war ein Kind achteinhalb Jahre in irgendeinem Keller von einem Irren in Wien eingesperrt und alle wollen mit ihr reden. Aber können Sie kurz noch einmal erklären, what the story is? Das war die Story. Im Wesentlichen. Diese Anfrage aus den Vereinigten Staaten war im Rückblick ein Fingerzeig, dass es nicht ausreichen würde. Dass ich die Geschichte verselbstständigen würde. Dass Leerstellen, auf deren Füllung die Öffentlichkeit einen Anspruch zu haben glaubte, gefüllt werden mussten. Wenn ich dazu nicht bereit wäre, würden das eben andere für mich übernehmen. Dann würden ihre Fantasien und Vorstellungen von dem, was in den zurückliegenden Jahren passiert war, die sein, an die man sich erinnerte. Als könnte man das Realgeschehen nicht für sich stehen lassen. Als müsste man ihm noch irgendetwas anheften, damit es noch grässlicher, noch grauslicher, noch unappetitlicher wird. Das ist diese Form der Überhöhung, von der ich eingangs bereits geschrieben habe. Die es scheinbar leichter macht, ein solches Verbrechen von sich wegzuschieben. In dem Moment, wo es jeden Wertmaßstab, jede Norm sprengt, müssen die eigenen Werte und Normen nicht angezweifelt oder überprüft werden. Zeilen, die Auflagen hochzutreiben. Alles, was in den ersten drei Interviews nicht zur Sprache gekommen ist, weil ich noch nicht in der Lage dazu war oder nicht darüber reden wollte. wurde später gegen mich verwendet. Als hätte ich bewusst etwas verheimlichen wollen. Wahlweise, um das ganze Grauen nicht offenbaren zu müssen oder um zu verschleiern, dass alles gar nicht so schlimm war. Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit habe ich meine Geschichte in gewisser Weise verloren. Andere haben sich ihrer bemächtigt, sie gedeutet, sie verfälscht, mich gedeutet, bewertet und mein Verhalten an ihren eigenen Erwartungen gemessen. Man konnte mich nicht so stehen lassen, wie ich bin. Und auch das Erlebte nicht so stehen lassen, wie es war. Damit wurde ich wieder zum Objekt gemacht. Zur Projektionsfläche für die Gedanken und Vorstellungen anderer. In Gefangenschaft bin ich genau das gewesen. Eine Art Modelliermasse. Vermeintlich formbar nach den Wünschen des Täters, der glaubte, er könnte ein Stück weit Gott spielen. Draußen war ich wieder Modelliermasse. Ich wollte nicht wieder etwas entsprechen müssen, nicht wieder Erwartungen bedienen müssen. Ich wollte einfach nur sein. Freiheit impliziert für mich, dort sein zu dürfen, wo ich sein möchte. Das sagen zu dürfen, was ich sagen möchte. Und über das schweigen zu dürfen, was ich nicht sagen möchte. Aber das ist offenbar ein Freiheitsverständnis, mit dem manche Probleme haben. Anfangs war ich mit einem Schlag das Opfer der Nation, dem man helfen wollte, helfen musste. Es war wie eine Okkupation. Um mich herum die Familie, die Berater, Anwälte und Psychiater. Pfleger, die kontrollierten, wann ich schlief und was ich aß. Die mir Tabletten anboten, damit ich endlich in einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus kam. Ärzte, die Vorgaben machen wollten, welche Fragen die Ermittler stellen dürfen und wer wann zu mir darf. Vor der Klinik, die Paparazzi. In den Zeitungsständern unten am Kiosk die bunten Blätter, mit ihren teils wohlmeinenden, besorgten Schlagzeilen, teils reißerischen Spekulationen über intime Details. Nach dem noch einmal gewachsenen Druck durch die Pressekonferenz entschied mein Betreuerteam, dass ich mich so bald wie möglich in Form eines oder mehrerer Interviews an die Öffentlichkeit wenden solle. Die entsprechenden Gesprächspartner wurden auch nach medizinischen Kriterien ausgewählt, also nach einer gewissen zu erwartenden Seriosität im Sinne des Opfer- und Persönlichkeitsschutzes, um eine Retraumatisierung zu verhindern. Drei Interviews sollten es werden. Eines mit der größten Tageszeitung Österreichs, der Krone, eines mit dem Magazin News und ein TV-Interview mit dem ORF. Aus Deutschland waren unzählige Anfragen eingegangen, vor allem von Privatsendern. In der Presse wurde darüber spekuliert, dass bis zu einer Million Euro auf dem Tisch liegen würden für ein Exklusivinterview im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Letztlich spielte das für mich auch keine Rolle. Ich wollte einen Rahmen, in dem ich mich wohlfühlte, so gut es eben ging. Ich wollte ernst genommen und mit Respekt behandelt werden. Und nicht zum Quotenbringer werden zwischen einem Report über Schönheitsoperationen und Ballermann. Für das ORF-Interview wurde ein Raum im Allgemeinen Wiener Krankenhaus zu einem gemütlichen Studio umgebaut. Die Zuschauer sollten nicht gleich auf den ersten Blick sehen, dass ich in einem Spital untergebracht war. Der Sender rückte mit 30 Leuten an. Zwar eine Riesengeschichte. An den Kameras saßen Frauen. Alles wurde in weiches Licht getaucht. In dem ansonsten eher nüchternen Raum wurde ein blaugrauer Teppich gelegt, ein cremefarbener Schrank aufgebaut und einige Grünpflanzen aufgestellt. Wohnzimmeratmosphäre. Mit zwei hellen Ledersesseln, jeweils einem Tischchen daneben, mit kleinen Stehlampen und Büchern. Neben meinem Sessel lag ein Stapel mit bunten Kissen. Das war das Einzige, worum ich neben einer Packung Tempotaschentücher gebeten hatte. Die Taschentücher, falls ich weinen musste, und ein Kissen, falls ich etwas zum Festhalten brauchen sollte. Beides war nicht nötig. Aber eines der Kissen hat mir so gut gefallen, dass ich es nach der Aufzeichnung als Andenken behalten durfte. In den Stunden vor dem Interview standen alle unter Hochspannung. Am Nachmittag wurde die Interviewsituation kurz durchgespielt, damit's nicht geschreckt sind von all dem, was nachher gleich passiert, wie einer meiner Betreuer meinte. Dann wurde ich in meinem Zimmer auf der Station geschminkt, so dezent wie möglich, wie die Ärzte vorgaben. Dann ging es nach unten ins Klinikstudio. Auf dem Gang begegnete ich zum ersten Mal Christoph Feierstein, der das Interview führen sollte. Er hatte in den vergangenen achteinhalb Jahren seit meinem Verschwinden immer wieder über meinen Fall berichtet. Es ist vermutlich keine Aufgabe, um die man sich als Journalist reißt, bei Angehörigen, die den Verlust oder das Verschwinden eines Menschen zu beklagen haben, anzuklopfen und um ein Gespräch zu bitten. Zwei Tage nach meiner Entführung war er zum ersten Mal bei meiner Mutter in der Wohnung am Rennbahnweg. Danach berichtete die Redaktion Jahr für Jahr, immer am 2. März, dem Tag meines Verschwindens, über meinen Fall. Und auch sonst, wenn es vermeintlich neue Entwicklungen gab, Sackgassen, in die die Ermittler gelaufen waren, oder wenn wieder einmal jemand glaubte, mich irgendwo gesehen zu haben oder im Besitz von aufklärendem Material zu sein. Jahre später hat mir Christoph Feierstein erzählt, dass es ihn als damals Jüngsten in der Themaredaktion einfach erwischt habe, nach den Gefühlen und Ängsten zu fragen, die meine Mutter in diesen ersten Stunden und Tagen nach meinem Verschwinden bewegt hatten. Und auch weil er durch andere Reportagen einen Zugang zu schwierigen Themen gehabt habe. Nie habe er eine Familie über einen so langen Zeitraum begleitet, zumal sich die Geschichte nicht entwickelte. Über Jahre war da nichts, was ernsthaft zur Aufklärung des Falles hätte beitragen können. Es habe sich nichts gedreht, es sei immer nur gleich tragisch gewesen. Stagnation. Das Festklammern meiner Eltern an jedem Strohhalm habe ihm am meisten zugesetzt. Auf der einen Seite der kleinen Krieg zwischen dem getrennten Paar, auf der anderen Seite die Einigkeit in dem Satz, wenn ich nicht mehr leben würde, hätten auch sie keinen Grund mehr zu leben. Die Interviews, die Feierstein während meiner Gefangenschaft mit meinen Eltern führte, dienten übrigens als Anschauungsmaterial für jene Ärzte, die mich nun betreuten. Sie waren Grundlage für psychologische Gutachten. Die klären sollten, ob und inwieweit meine Eltern mich erstens missbraucht hatten, meine Kindheit zweitens miserabel gewesen sei und ich deshalb davongelaufen sein könnte und drittens sie in irgendeiner Form mit meiner Entführung zu tun gehabt haben könnten. Als klar war, dass der ORF das Exklusivinterview machen und ausstrahlen würde, war mir auch klar, wer mein Gesprächspartner sein würde. Inhaltlich wurden die Fragen grob mit mir und den Ärzten abgestimmt, dennoch wusste ja niemand, wie ich im Ernstfall darauf reagieren würde. Vereinbart wurde auch, dass die Aufzeichnung durch kleine Pausen, nicht zuletzt wegen meiner Ergeltung und meiner angeschlagenen Stimme, unterbrochen werden konnte. Selbst ein Abbruch des Interviews sollte möglich sein, falls die beiwohnenden Ärzte den Eindruck hätten, ich würde die ganze Situation nicht verkraften. Nicht nur für den Sender wäre das ein Problem gewesen. Auch mein Betreuungsteam hätte sich vermutlich massiver Kritik aussetzen müssen, hätte ich dem Druck nicht standgehalten. Feuerstein hatte ein Vorgespräch mit den Psychiatern, die ihm erzählten, ich sei erstaunlich eloquent und ein starkes Mädchen. Das erlittene Trauma würde wohl erst mit der Zeit in seinem ganzen Ausmaß sichtbar und erfassbar werden. Mehr wusste er nicht. Dass es vor der Aufzeichnung kein Kennenlernen mit mir gab, war sicher ungewöhnlich, weil er so kein Gefühl für sein Gegenüber entwickeln konnte. Und ich auch nicht. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, für alle. Wir begrüßten uns kurz, dann gingen wir zu unseren beiden Sesseln. Ganz viele Menschen haben mich in den letzten Tagen gefragt, wie es ihnen geht. Und es ist unglaublich, dass sie jetzt da sitzen und ich sie selber fragen kann, Frau Kampusch, wie geht's Ihnen? Hm, ja, den Umständen entsprechend gut. Sie sind jetzt zwei Wochen in Freiheit. Wie haben Sie diese neue Freiheit erlebt? Was machen Sie die ganze Zeit jetzt? Naja, in erster Linie mich von den Strapazen der Flucht erholen, mich entspannen. Wer sind denn die Menschen, mit denen Sie jetzt am meisten sprechen, denen Sie am meisten vertrauen? Ja, also, denen ich am meisten vertraue. Der Dr. Friedrich zum Beispiel. Aber auch die ganzen Psychologen, die sich um mich kümmern. Aber hauptsächlich vertraue ich eigentlich meiner Familie. Und auf mich halt. Nach dem Interview gab es eine Umfrage, wie die Leute das empfunden haben und was sie sich für mich wünschten. 98 Prozent wünschten mir alles Gute und hofften, dass ich nun auch in Ruhe gelassen würde, um mich auf mein neues Leben vorzubereiten. Wenig später kippte die Stimmung, nachdem der Stern darüber berichtet hatte, ich sei mit dem Täter Skifahren gewesen. Ich habe das damals zurückgewiesen, auch wenn es der Wahrheit entsprach, wenngleich einer sehr verkürzten. Weil es nicht die über die Jahre sehr komplexe Täter-Opfer-Beziehung widerspiegelte, in der auch ein Skiausflug kurz vor meinem 18. Geburtstag keinesfalls ein Vergnügen war, sondern ein Mittel, mir zu zeigen, was für ein Nichts ich war und wie weit Preklopils Macht reichte. Bei jenem Skiausflug am Hochkar hatte ich versucht, eine Dame auf der Toilette einer Hütte auf meine Situation aufmerksam zu machen. Als ich all meinen Mut zusammengenommen hatte, war nicht mehr als ein Piepsen aus meinem Mund gekommen. Die Dame lächelte freundlich und ging hinaus, wo der Täter bereits ungeduldig auf mich wartete. Die Frage, warum ich nicht früher fliehen konnte oder nicht früher geflohen bin, wurde mir immer wieder gestellt. Auch wurde immer wieder, wie bereits erwähnt, gemutmaßt, ich sei freiwillig bei ihm geblieben. Das sind Unterstellungen, die das, was ich erlebt habe, verhöhnen. Um alles so leichter erträglich zu machen für den Betrachter von außen? Ich weiß es nicht. Jeder Schritt, den ich tat, wurde vom Täter überwacht und kontrolliert. Ich wurde gewogen und mein Essen und meine Atemluft wurden rationiert. Um jede Form des wahrgenommen Werdens, und sei es in Form eines Buches oder einer Hörkassette, musste ich betteln. Jedes Fehlverhalten aus Sicht des Täters wurde bestraft. Und wenn er oben im Haus war, bellte seine Stimme durch die Gegensprechanlage ins Verlies, Gehorche! Über die Jahre wurde ich sukzessiv bedroht und eingeschüchtert. Die Nachbarn, die durch Zufall meine Stimme hören würden, während ich im Haus arbeitete, werde er umbringen. Danach würde ich nie mehr das Tageslicht sehen. Wenn ich mit ihm nach Jahren zum ersten Mal im Auto zum Baumarkt oder einem Geschäft fuhr, zeigte er mir vor der Abfahrt, was er zu tun gedachte, wenn ich eine falsche Bewegung machte. Schau, damit kann ich dir die Halsschlagader aufritzen. Oder damit kann ich dir den Schädel einschlagen, so schnell kann keiner reagieren. Eine Journalistin hat mich tatsächlich gefragt, warum ich ihm all das geglaubt habe. Es liegt wohl auf der Hand, dass jemand, der bereit ist, ein Kind zu entführen und über Jahre in ein fensterloses Kellerverlies einzusperren, zu allem fähig ist. Ich war es manchmal leid, solche Fragen zu beantworten. Auf der einen Seite dieses Bedürfnis nach Ausschmückung und Horror und auf der anderen Seite diese Naivität, dieses sich nicht vorstellen wollen oder können, dass manches wirklich die Vorstellungskraft übersteigt, kann man niemandem vorwerfen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man wenigstens versucht, sich damit auseinanderzusetzen, dass es so etwas wie ein inneres und ein äußeres Gefängnis gibt. Mein äußeres Gefängnis bestand von Anfang an. Das Innere war über die Jahre errichtet worden. Priklopil verstand es, die Welt draußen als Hort des Schreckens zu zeichnen. Er war mein Beschützer, niemand sonst. Er war mein Retter. Der Einzige, dem ich etwas wert war, niemandem sonst. Der Einzige, der sich kümmerte, wo sich alle längst von mir abgewandt hatten. Selbst die Polizei, die nur noch nach meiner Leiche suchen würde. Eine der schlimmsten Szenen während der letzten Jahre der Gefangenschaft war, als er mich nur mit einer Unterhose bekleidet, mager, mit blauen Flecken überzogen und mit kahlgeschorenem Kopf vor die Tür stieß und sagte, lauf doch, schau, wie weit du kommst. Ich war so gedemütigt und voller Scham, dass ich keinen Schritt tun konnte. Er riss mich zurück und sagte, da siehst du, die Welt da draußen will dich eh nicht haben. Dein Platz ist hier und nur hier. Die Psychiater waren unmittelbar nach meiner Befreiung der Meinung, die komplexe Täter-Opfer-Beziehung, die sich in jenen Jahren zwischen mir und Präklopil entwickelt hatte, könne man nicht in ein paar wenigen Sätzen schildern. Es sei für die Öffentlichkeit nicht einfach zu begreifen, dass das innere Gefängnis mit der Zeit massiver war als das äußere. Es gäbe ein Bedürfnis nach einfachen Lösungen und nach einfachen Erklärungen, selbst wenn es die in meinem Fall de facto gar nicht geben konnte. Verkannt worden ist damals, dass man bei einer Geschichte dieser Dimensionen nichts verschweigen kann. Manche Dinge wurden damals jedoch aus gutem Grund ausgeklammert. Als sie dann doch publik wurden, wurde ich dafür abgestraft. In den Köpfen vieler Menschen war der Skiurlaub das Symbol, das meine Zeit in Gefangenschaft vermeintlich relativierte. Dabei war das Gegenteil der Fall. Diese Episode zeigt nichts anderes als das Ausmaß meines inneren Gefängnisses. Wie tief ich die Bedrohung durch den Täter verinnerlicht hatte. Wie omnipräsent er zu jeder Tages- und Nachtzeit war. Und gleichzeitig, wie schwer es ist, dieses Geflecht aus Abhängigkeit, Macht und deren Missbrauch zu durchdringen und der Öffentlichkeit begreifbar zu machen. Der nächste Schritt in dieses neue Leben begann mit einem Umzug. Ich wollte nicht länger im AKH bleiben. Die wichtigsten Untersuchungen waren abgeschlossen. Ich wollte raus. Am 7. September 2006 schrieb ich in mein Tagebuch Alle sind zufrieden. Mit mir und auch mit dem Interview. Wie es mir selbst geht, kann ich nicht so recht einschätzen. Ich will es herausfinden und ersuche um Ausgang. Dr. M. führt mich durch einen kabelschachtähnlichen Kanal quasi zur Hintertür der Klinik. So sehe ich mich plötzlich mit Bordsteinkanten, Kopfsteinpflaster, Rampen und Zebrastreifen konfrontiert. Außerdem kommen mir Leute auf dem Gehsteig entgegen. Einige tuscheln, drehen sich um. Ich bemühe mich, mich auf jeden einzelnen Schritt zu konzentrieren. Ich versuche in der Alsastraße einen Strohhut zu erstehen. Es ist aber keiner da. In einem anderen Laden entdecke ich eine Mütze, außerdem noch eine rosa Geldtasche. Die Verkäuferin beobachtet mich mit offenem Mund. Aber erst eine eintretende Kundin erkennt mich und gibt flüsternd ihre Erkenntnis weiter. Ich verlasse eilig das Geschäft. Beim Eisessen mit Dr. Berger ein paar Tage nach meiner Flucht hatte mich niemand erkannt. Ich frage mich, wie das in Zukunft alles werden soll. Über meine Zukunft machten sich alle Gedanken. Wenn es nach den Ärzten ging, sollte ich in der Klinik bleiben. Wenn es nach den Anwälten ging, sollte ich möglichst in Kontakt kommen mit anderen jungen Menschen, ein Stück weit meine verlorene Jugend nachholen. Ein erster abendlicher Ausflug ins Wiener Kneipenleben mit jungen Kanzleimitarbeitern endete damit, dass ich die Lage zwischen den betreuenden Parteien zunehmend verspannte. Der Pförtner wollte mich aufgrund der vorgerückten Uhrzeit nicht mehr ins Krankenhaus lassen, Bruch der Hausordnung und am nächsten Tag wurde ich ins Gebet genommen. Ich war freiwillig im Spital, nicht weil ich eine Gefahr für mich selbst oder meine Mitmenschen darstellte. Ich war untersucht worden, es gab keinen Grund, dies länger auszureizen. Ich wollte in meinen eigenen vier Wänden leben, nicht in einem sterilen Raum mit Krankenhausmöbeln. Mein Wunsch stieß nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Wenn ich jetzt ginge, bräuchte ich nicht mehr wiederzukommen. Damit war der nächste Pfeiler aus dem Team weggebrochen. Als ich meine Tasche packte, wurde das tatsächlich nicht besonders wohlwollend kommentiert. Ah, wird schon ausgezogen? Sommer wohl schon geheilt? Eine Übergangslösung bot sich im Schwesternwohnheim auf dem Rosenhügel im 13. Bezirk. Ein kleines 19-Quadratmeter-Appartement im 11. Stock. Bei meinem Einzug Ende September, knapp fünf Wochen nach meiner Flucht, musste ich unterschreiben, dass ich mich nicht aus dem Fenster stürzen werde. Andere Suizidmöglichkeiten wurden nicht in Erwägung gezogen. Ich borgte mir einige Möbelstücke aus, darunter auch zwei Tische. Auf dem einen stapelten sich bereits nach kurzer Zeit Briefe und Ausdrucke von E-Mails. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die mir damals Mut zugesprochen haben, herzlich bedanken. Es hat mir viel Kraft gegeben, dass Menschen ihr Mitgefühl zum Ausdruck brachten und Verständnis für meine Lage hatten. Es waren häufig Eltern, die mir aufmunternde und ehrlich anteilnehmende Zeilen schrieben. Sie erzählten mir, wie sehr sie meine Geschichte bewegt habe und wie froh sie seien, dass ihre Kinder und sie selbst nicht einem solchen Schicksal ausgesetzt seien. Ältere Menschen, die nicht nur während des Krieges Schreckliches erlebt hatten und sich in meiner Geschichte zum Teil wiederfanden, die wussten, was das Glück überlebt zu haben bedeutete. Ich erhielt auch autobiografische Schicksalsberichte, meist von Frauen, die in ihrer Kindheit oder Jugend traumatische Erlebnisse hatten und zum Teil noch immer in Therapie waren. Viele sahen Parallelen zu meinem Schicksal, wollten mir beistehen oder hofften, von mir Beistand zu erhalten. Neben all diesen positiven oder auch bewegenden Zuschriften kamen mit der Post aber genauso viele Briefe, in denen seltsame Anliegen vorgebracht wurden. Autogrammwünsche waren noch das geringste. Von Heiratsanträgen über Schauspielengagements bis zu Einladungen war alles dabei. Manche wollten mit mir reisen oder mir einen Urlaub ermöglichen. Andere wollten mit mir in das Haus des Entführers einziehen oder boten mir Arbeit in ihrem Haushalt an. Wenn ich gegen ein monatliches Kostgeld in Höhe von 57 Euro fleißig im Familienbetrieb mitarbeiten würde, werde man sich schon einigen können. Mütter schrieben mich im Namen ihrer Söhne an und versuchten, deren Vorzüge als zukünftige Partner hervorzuheben. Einige wollten mich adoptieren, andere teilten mir unverblümt mit, welche Rolle ich in ihrem Leben zukünftig zu spielen hätte. Das Dasein als Sklavin hätte ich ja bereits gelernt. Ich bekam anzügliche Fotos und moralische Belehrungen frei Haus geliefert, mehrere Ganz zu Beginn war ich noch mit Schokolade, Blumen und kleinen Geschenken überhäuft worden. Über die Jahre erhielt ich diverse Talismane und andere Glücksbringer, sowie selbstgebastelten Schmuck aus energetischen Steinen von Menschen, die mich mental unterstützen wollten. Kleine Mädchen schickten mir Gedichte und Zeichnungen, wildfremde Leute sandten mir 20 Euro, mit denen ich mir einen Wunsch erfüllen sollte. Künstler Engel oder ätherisches Wesen stilisiert. Es gab jedoch auch Stalker, von denen immer wieder unangebrachte Briefe, Fotos und Gegenstände kamen. Zwei von ihnen, die besonders hartnäckig waren, wurden später sogar dazu verurteilt, sich aus meinem Umfeld und dem meiner Familie fernzuhalten. Es erreichten mich auch immer wieder Briefe von Menschen, die einen neuen Herd oder Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder wollten. Ominöse Hilfsorganisationen baten um Spenden. Spiritistische Vereine wollten, dass ich meine Aura mit ihnen teile, um verlorenen Seelen Kraft zu spenden. Andere sahen in mir die Ausgeburt des Teufels, wollten mich vernichten, auf dass ich meine zerstörerische Kraft nicht länger auf dieser Erde einsetzen könne. Sie machten mich offen für den Tod des Täters verantwortlich. Er sei mein erstes Opfer gewesen. Eine seltsame Umkehrung der Rollen, die nicht nur von solchen Spinnern vorgenommen wurde, sondern die später zu meinem Alltag dazugehören sollte. Ich stand am Pranger. Ich musste mich rechtfertigen. Das, was ich sagte, wurde angezweifelt. Ja, ich wurde sogar der Lüge bezichtigt. Vor allem immer dann, wenn mal wieder etwas über den Fall Kampusch in der Zeitung stand. Oder wenn ich auszuloten, wie ich mit diesen ganzen Zuschriften umgehen sollte. Die Bandbreite an Emotionen, die darin zum Ausdruck kam, machte mir teilweise Angst. Besitzansprüche und krankhafte Fantasien hatte ich gedacht, für immer hinter mir gelassen zu haben. Ich konnte nicht glauben, für welche vergleichsweise große Zahl von Menschen so etwas offenbar gewünschter Alltag ist. Wie viele sich mit dem Täter identifizierten, der das geschafft hatte, mit meiner Psychologin waren diese Dinge immer wieder Thema. Die Gefahr einer Retraumatisierung, die Furcht, auf die Straße zu gehen und dort Menschen zu begegnen, in denen mein Anblick eine ganze Kette von perversen Vorstellungen auslöste. In meinem Verlies glaubte ich, dass daraus nur rechtschaffende, interessierte, wohlerzogene Menschen leben würden, die jedes Individuum achten und ihm wohlgesinnt sind. Natürlich wusste ich es eigentlich besser. Aber im Vergleich mit dem Täter und in der Erinnerung war mir die Welt so vorgekommen. Als ich dann frei war, machte ich auch in ganz alltäglichen Situationen wie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften die seltsamsten Erfahrungen. Es war eine Herausforderung, täglich unter Menschen zu gehen. Doch genau dieser wollte ich mich stellen. Es gab für mich lange keinen Kompromiss. Ich wollte mich frei bewegen können, wie jeder andere Mensch auch. Etwa sechs Jahre hielt ich es tatsächlich durch. Danach rutschte ich in eine Phase, in der ich kaum noch vor die Tür ging. Ständig unter Anspannung und unter Beschuss durch die Medien war es oft eine Qual, auch nur einen Schritt nach draußen zu machen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dass manche Leute mich so seltsam anstarrten, dass Teenager über mich lachten, dass wieder andere mich tadelnd oder anzüglich musterten. Das alles, aber auch manche Distanzlosigkeit in Form von spontanen und liebgemeinten Umarmungen machte mich nervös und war mir peinlich. Ich wollte nicht auffallen, nur normal sein. Aber ich habe einen Stempel auf der Stirn, auf dem steht Gewaltopfer. Ich habe manchmal Angst, dass mir nie jemand wertfrei wird begegnen können. Wenn ich älter bin, wird es vielleicht Menschen geben, die meine Geschichte nicht mehr kennen, für die ich dann nur eine unter vielen bin. Es war eine Mischung aus Trotz und Masochismus, dass ich mich dem so lange ausgesetzt habe. Außerdem war ich lange genug Zaungast des Lebens da draußen gewesen. Ich wollte mich nicht länger einsperren lassen. Richtig schlimm wurde es, als dann die ganzen Ermittlungen wieder und wieder aufgerollt wurden, begleitet von den übelsten Spekulationen. Dann spuckten manche Leute vor mir aus oder zischten mir im Vorbeigehen zu, dass ich mich schämen solle, was ich für eine Schlampe sei, aber das sei ja kein Wunder bei so einer Familie. In einem Laden für Steine und andere Materialien, aus denen man selbst Schmuck herstellen kann, indem ich immer wieder Zeit verbringe, weil Schmuck machen inzwischen ein Hobby von mir geworden ist, wurde ich an der Kasse von einer Dame mittleren Alters angepöbelt, wieso ich nicht mit einem Mühlstein um den Hals in meinem Loch hocken geblieben sei, anstatt die Welt mit meinen Lügengeschichten hinters Licht zu führen. Meist gelingt es mir, mich von solchen sind es Fehlinterpretationen oder Missverständnisse, die manche Menschen schlecht über mich denken lassen. Manchmal ist es jedoch einfach nur Kaltherzigkeit und Hass. Die zugrunde liegende Einstellung kann und muss ich nicht immer kennen und verstehen, aber ich muss sie aushalten. Ob die Leute, die mich kritisieren, selbst so reflektiert und untadelig sind, wie sie es von mir einfordern? Ich habe durch den Fall an sich, im Verbrechen, mit meiner Gefangenschaft und auch mit dem, wie die Menschen und die Medien mit mir umgegangen sind, die Dinge erlebt und gesehen, die anderen in der Regel verborgen bleiben. Man sieht oft nur die vermeintlich schöne Oberfläche und vergisst zu schnell, dass sich unter ihr ein Geflecht von Ungereimtheiten und Unkontrollierbarem befindet. Dazu scheint auch der menschliche Drang zu gehören, sich gesehen habe. Ich durfte mich auf eine Art nicht befreien. Kapitel 3 Annäherung unter dem Brennglas der Öffentlichkeit Meine Eltern, die Medien und ich Er hat gesagt, du bist ja gar nicht hier. Du bist schon längst irgendwo vergraben und deine Mutter hat dich umgebracht und jetzt sitzen alle im Knast. Dein Vater, deine Mutter und deine ganzen Verwandten weil die haben sich alle zu einem Mord Komplott verschworen. Es hat mich geschockt, dass draußen ähnliche Gedanken im Umlauf waren und meine Eltern unter Generalverdacht gestellt wurden. In der Presse wurde intensiv die Frage diskutiert, warum ich nach den langen Jahren meiner Gefangenschaft nicht wieder bei meinen Eltern eingezogen bin. Meine Eltern als Paar gab es schon lange nicht mehr. Jeder hatte sich sein eigenes Leben aufgebaut. Mein Vater hatte eine neue Partnerin, meine Mutter ihre Katzen und Enkelkinder, auch wenn man ihr in den Medien konsequent andere Interessen unterstellte. Mein Kinderzimmer gab es noch. Außer der Wandfarbe hatte sich nichts darin verändert. Als ich entführt worden bin, war das Zimmer rosa gestrichen, nun in einem frischen Grünton. Meine ganzen Poster und Bildchen hingen noch an der Wand. Die Bettwäsche war meine Lieblings Bettwäsche von früher und die Stofftiere saßen immer noch neben dem Kopfkissen. In der grauen Vitrine standen all die Dinge, die mir als Kind wichtig gewesen sind. Ein silbernes Mercedes Modellauto, das mir mein Vater einmal geschenkt hatte. Ein grellbuntes Barbie-Pferd, das wieierte, wenn man auf seinen Sattel drückte. Mama Bär mit ihren Jungen und die Naturbücher von Ruth Thompson, mit denen ich am Nachmittag nach dem Unterricht in der Volksschule das Lesen geübt hatte. Viele verschiedene Insekten brummten und summten, schwirrten und schwärmten um die Blumen herum. Unter diesen Insekten war auch Tienchen Bienchen. Tienchen Bienchen lebte in einem hohlen Baumstamm, zusammen mit tausenden von anderen Bienen, die ebenso emsig waren wie sie. Tien einmal zurückkommt, ist niemand mehr da. Tienchen Bienchen fühlt sich sehr einsam und macht sich auf die Suche nach den anderen. Und da, bei einem riesigen Brombeerstrauch, war der ganze Bienenschwarm. Endlich, jubelte Tienchen Bienchen, da sind sie ja. In seiner Aufregung passte es gar nicht mehr auf, wo es hinflog. Fast hätte es sich im Netz verfangen, dass eine Spinne kaum sichtbar gewoben hatte. Für einen ORF-Beitrag ein Jahr nach meiner Selbstbefreiung habe ich genau diese Stelle vorgelesen. Das war nicht geplant. Ich habe einfach ein Buch herausgegriffen, mich auf den Boden gesetzt, es aufgeschlagen und zu lesen begonnen. Als ich den Beitrag später gesehen habe, klang es wie eine Parabel auf meine Vergangenheit und ein Stück weit traf diese Stelle auch auf meine Gegenwart zu. In Gefangenschaft haben mir die Gefühle, die meine Eltern nach meinem Verschwinden gehabt haben müssen, sehr zugesetzt. Vor allem meine Mutter und die Erinnerung an den Streit, in dem wir auseinander gegangen waren. Man darf nie im Ärger auseinander gehen, man weiß ja nicht, ob man sich wiedersehen wird. Das ist einer der Sätze, die sie mir mit auf den Weg gegeben hatte. Genauso wie ein habe ich mich in den Jahren im Verlies hochgezogen, wenn ich emotional am Boden war. Und auch daran, dass ich wusste, dass mich beide liebten, selbst wenn sie es früher nicht immer in der erhofften Form hatten zeigen können. Was vielleicht auch an dieser Generation liegt, die nicht gelernt hat, Emotionen zu offenbaren. Eine Generation, die selbst mit großer Härte aufgewachsen ist, in einer Zeit, in der es nicht um Selbstverwirklichung ging, sondern darum, keine eigenen Bedürfnisse zu haben. Und um Verantwortung, ob man die wollte oder nicht. Ich war in unserer Familie der Nachzügler. Meine Mutter war mit 38 Jahren noch einmal schwanger geworden. Meine beiden Halbschwestern, die aus ihrer ersten Ehe stammten, waren beide bereits volljährig. Ein Wunschkind war ich sicher nicht. Eher eine Belastung, in einer Phase, als meine Mutter dachte, nun würde alles etwas leichter werden. Ihre beiden ersten Töchter hatte sie sehr jung bekommen und weitgehend allein großgezogen, sich mit mehreren Jobs über Wasser gehalten, um alle durchzubringen. Neben ihrer Tätigkeit als Schneiderin hatte sie später mit meinem Vater ein kleines Geschäft mit einem angrenzenden Kaffee-Stüberl übernommen. Im Jahr meiner Geburt war noch eine Kreislerei, ein Tante-Emma-Laden dazugekommen. Mein Vater fuhr mit seinem Lieferwagen Backwaren aus, um den Rest kümmerte sich meine Mutter. Zeit für ein Kleinkind war da nicht viel. Dennoch stand ich als Nesthäkchen lange Zeit im Mittelpunkt. Für meine Schwestern war ich der kleine Sonnenschein, den sie im Kinderwagen herumschoben und stolz ihren Freundinnen vorführten. Mein Vater tobte mit mir durch die Wohnung, schlichtlich. Er war keiner, der das Geld besonders gut zusammenhalten konnte, was meine Mutter rasend machte. Während sie schuftete, transchelte er herum, machte Schulden, so viele, dass die Bäckerei seiner Eltern schließlich gepfändet wurde. Für mich war die Backstube mit dem kleinen Lädchen, in dem sich über die Jahrzehnte kaum etwas verändert zu haben schien, der Inbegriff von Heimat. Und je mehr sich meine Eltern zu Hause stritten und je weiter sie sich voneinander und damit auch von mir entfernten, umso wichtiger wurde meine Großmutter. Das Haus in Süßenbrunn, einem alten Dorf am nördlichen Stadtrand, mit den vielen Obstbäumen im Garten, war ein Ort, an dem ich glücklich war. Herumtollen, Beeren naschen, etwas aus der Backstube stibitzen, meiner Großmutter mit ihrer geblümten Schürze beim Kochen zusehen. Das war heile Welt. Meine eigene Welt, die in der Wohnung im Rennbahnweg, löste sich gerade auf. Meine Eltern stritten sich immer häufiger, Türen knallten, die Stimmung war schlecht. Erst hatten sie sich und ihre Liebe verloren, nun verlor ich schrittweise meinen Platz in dieser Familie, die stetig mehr auseinander driftete. Ich war fünf, als mein Vater auszog. Keiner mehr da, der mich zum Lachen brachte, seine Prinzessin durch die Luft wirbelte und auf seinem dicken Bauch hoppereiter spielen ließ. Ich verkraftete die Trennung nicht, verstand nicht, was passiert war und fragte mich, ob mich eine Schuld daran treffe. Ich mochte kaum noch hinausgehen, igelte mich in meinem Zimmer ein und als ich wenig später in den Kindergarten kam, näste ich mich wieder ein. Erst nur nachts, später auch tagsüber. Es begann eine Phase der Demütigung. Ich verlor jedes Selbstwertgefühl. Meine Mutter reagierte mit Härte, Unverständnis und Verzweiflung auf mein Problem, unterstellte mir Absicht, wo doch ohnehin alles schon so schwer sei. Ich sei selbst schuld, wenn die anderen Kinder mich hänselten, mich die Erzieherinnen bloßstellten oder bestraften. Wenn ich mich beklagte, schalt sie mich sensibel hin. Härte müsse man lernen, vor allem gegen sich selbst. Wenn ich heulte, reagierte sie besonders streng. Manchmal gab sie mir dann einen Klaps, damit ich wenigstens wisse, warum ich heulte. Ich fühlte mich vernachlässigt, wertlos, klein. Ich war nicht mehr das lebenslustige Kind mit dem freundlichen Lachen, sondern eines mit traurigen Augen, das versuchte, seine Verzweiflung und das Gefühl des Zurückgestoßenseins mit Essen zu kompensieren. Ich aß immer weiter, stopfte in mich hinein, was ich in die Finger bekam, bis ich Bauchschmerzen hatte. Mit zehn Jahren war ich etwa 1,45 groß und wog 45 Kilo. Noch mehr Spott, noch mehr Hänseleien, noch mehr Ablehnung. Ein Teufelskreis, aus dem ich schlägt einen Bogen zurück in die Vergangenheit. Die Kontrolle über Getränke zum Beispiel. Als das während der Kindergartenjahre mit dem Bettnässen nicht aufhörte, wurde jeder Tropfen Flüssigkeit streng reglementiert. Vor dem Zu-Bett-Gehen gab es gar nichts mehr, unterwegs nur, wenn ein Klo in erreichbarer Nähe war. Ich war ständig durstig. Später, während im Verlies glaubte ich manchmal zu ersticken, weil meine Zunge so schwer an meinem Gaumen klebte. Ich wurde halb wahnsinnig, wenn ich nur ein paar trockene Kekse oder Zwieback bekommen hatte, die ich aber ohne Flüssigkeit nicht hinunter brachte. Die Stimme des Täters über die Gegensprechanlage, die mich anbellte, hast du schon wieder alles ausgetrunken? Sätze wie sieh dich doch einmal an, du bist dick und hässlich. Meine Mutter hatte früher manchmal spöttisch zu mir gesagt, man muss ein hässliches Kind nur in ein schönes Kleid stecken. All das hatte sich tief in meine Seele eingegraben. Nun rissen diese Wunden wieder auf. Später, als ich in die Pubertät kam, begann der Täter mich gezielt auf Nahrungsentzug zu setzen, um mich zu schwächen, auch psychisch. Ich hungerte, teils tagelang, jeder Bissen wurde strikt reglementiert. Aus dem Wurstsalat, den seine Mutter oben manchmal zubereitete und von dem ich hin und wieder ein Schälchen bekam, fischte er vorher die hart gekochten Eier und die Wurststücke heraus, sodass nur noch ein paar Zwiebeln und Tomaten in der Marinade schwammen. Nach der Trennung meiner Eltern war Essen der Versuch, fehlende Geborgenheit und Liebe auszugleichen. Im Verlies war es das Mittel, mich gefügig zu machen, mich zu brechen, mich zu binden. Wenn ich nach den schlimmsten Phasen des Nahrungsentzugs ein Stück Kuchen vom Täter bekam, war ich überglücklich. Ich wurde wahrgenommen, ich hatte offenbar keinen Fehler gemacht, ich bekam Zuwendung in Form von Essen. In meiner Familie hat Essen immer eine große Rolle gespielt. Kein Ausflug ohne Einkehr, keine Feier ohne reichlich gedeckte Tafeln mit Knödeln und Braten und Torten hinterher. Während man meinem Vater das ansah, konnte meine Mutter enorme Mengen essen, ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Als ich begonnen habe, so stark zuzunehmen, schwankte sie zwischen Kontrolle und Ignoranz. Stopf doch nicht alles in dich hinein. Meistens aber war sie zu sehr beschäftigt, um mir auf die Finger zu klopfen, während ich in einem Nebenraum im Geschäft saß, meine Hausaufgaben machte und ohne Unterlass Schokolade und anderen Süßkram mampfte. Der Täter wiederum war ein Mann mit einer ausgeprägten Essensphobie, der mir seine magersüchtigen Tendenzen aufzwang. Mit 16 wog ich nur nach 38 Kilo, bei einer Größe von 1,57m. Nahrungsaufnahme war für ihn nicht mit Genuss oder Lebensfreude verbunden, eher eine lästige Pflichtübung oder etwas, das man mit Leistung verknüpfen musste. Nur wer hart arbeitet, hat sich einen Kantenbrot verdient. Selbst wenn ich ein Glas Wasser wollte, einfach so, weil ich Durst hatte, gerieten wir darüber in Streit. Nur nach schweren Misshandlungen zeigte er sich vergleichsweise großzügig. Ein paar Gummibärchen, ein Stück Schokolade, ein paar Kekse, ein Glas Milch. Als wollte er damit sein schlechtes Gewissen beruhigen. Später, als ich wusste, dass auch ich Macht ausüben konnte, war es eine meiner Strategien, diese Süßigkeiten nicht anzurühren. Sollte er doch an seinem schlechten Gewissen ersticken. Ein Versuch, ihm ein Stück weit etwas von der Qual zurückzugeben, der er mich täglich aussetzte. Keinen Moment habe ich vergessen, dass mein ganzes überleben vom Täter abhing. Ich war so abhängig von ihm, wie sonst nur kleine Kinder von ihren Eltern sind. Ich war es gewohnt, Anweisungen von Erwachsenen zu befolgen, auch wenn ich ihren Sinn nicht verstand. Ich kannte den Wechsel zwischen wahrgenommen und ignoriert werden. Ich hatte gelernt, dankbar zu sein, selbst für kleine Gesten. Kinder können sich an die widrigsten Umstände gewöhnen. Sie sind angewiesen und noch den guten Anteil zu sehen und sei er noch so klein. Über diesen Aspekt wurde nach meiner Selbstbefreiung viel geschrieben. Häufig ging es nicht darum, dass ich schlicht keine andere Wahl hatte, um zu überleben, sondern darum, dass ich angeblich eine Liebesbeziehung mit dem Täter gehabt hätte. Was der Täter in mir gesehen hat, weiß ich nicht. Wir hatten zwangsläufig eine Bindung zueinander, aber ist kein Gefühl, das man unter Zwang und Freiheitsentzug entwickeln kann. Wenn mich jemand geliebt hat, dann waren das meine Eltern und sie tun das bis heute. Es muss für sie wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, an dem Pranger gestellt zu werden und zu lesen, ich hätte zu meinem Peiniger eine stärkere Bindung als zu ihnen, ich sei freiwillig bei ihm geblieben, nur um nicht in diese zerrüttete Familie zurückkehren zu müssen. All jenen, die das glauben, möchte ich sagen, dass ich von meiner Familie vieles mitbekommen habe, das mir beim Überleben der Gefangenschaft geholfen hat. Von meiner Mutter die Disziplin und eine gewisse Fähigkeit Emotionen auszublenden. Von meinem Vater die Fähigkeit der Realität andere Welten entgegen zu setzen und sich in sie zu Flüchten und sei es nur gedanklich. Von meiner Großmutter einen emotionalen Vorrat an Geborgenheit und Wärme, an den ich mich immer zurück erinnern konnte, wenn ich die Kälte und Dunkelheit im Verlies nicht mehr aushielt. Meine Eltern haben es nicht verdient, wie man nach meiner Entführung, aber auch nach meiner Flucht mit ihnen umgegangen ist. Ich war ein Trennungskind, wie Millionen andere auch. Ich hatte berufstätige Eltern, wie das heute beinahe Alltag ist. Ich war aufgehoben und verhätschelt, im nächsten Moment wurde ich ignoriert und als Störfaktor wahrgenommen oder zum Spielball zwischen ihnen, wenn es darum ging, den jeweils anderen ab und sich selbst aufzuwerten. Der Papa hat dich lieber weil, der kann dich gar nicht so lieb haben wie ich weil. Stadtrand von Wien aufgewachsen sein, in einer dieser Trabantenstädte ohne Zentrum und ohne Gesicht, um eine solche Erfahrung zu machen. Turmartige Gemeindebauten, auf dem Reißbrett entworfen, hingeklotzt auf einst grünen Wiesen, dazwischen Einkaufszentren mit bunten Leuchtreklamen. Als die Siedlung in den 70er Jahren entstand, mögen sich die Stadtplaner auf die Schulter geklopft haben, wie gelungen ihre steingewordene Wohnvision auf den ersten Blick schien. 2400 bezahlbare und großzügig geschnittene helle Wohnungen mit Balkon für über 7000 Menschen, dazwischen begrünte Höfe. Als ich dort groß wurde, war von dem einstigen Glanz nur wenig übrig geblieben. Der Rennbahnweg galt als sozialer Brennpunkt mit hoher Arbeitslosigkeit. Die Stimmung unter vielen Bewohnern war latent bis offen aggressiv. Viele war für alle offen sichtbar. Auf die konnte man mit dem Finger zeigen und sich sagen, gut, dass wir da nicht wohnen, gut, dass wir anders sind als diese armen, hoffnungslosen Menschen mit ihrem traurigen, perspektivlosen Leben. Man übersieht, dass Hoffnungslosigkeit, Frust und zwischenmenschliche Probleme genauso hinter schön gestrichenen Fassaden existieren. In prachtvollen Villen, mit geharkten Vorgärten und Samstag wäscht Papi das Auto und Mutti macht den Haushalt, weil ein Gehalt reicht. Das mag jetzt etwas zynisch klingen, aber ich habe im Haus einer solchen vermeintlichen Vorzeigefamilie Dinge erlebt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn sich eine Nachbarschaft damit begnügt, zu sagen, der war doch immer so nett und akkurat und höflich und alles immer so ordentlich. Man nimmt sich nicht mehr die Zeit für den Blick hinter die Fassade. Wird schon alles stimmen. Das Innenleben meiner Familie wurde öffentlich seziert. Auf sie sauste der Klischeehammer herunter. Das, was mir und ihnen zugestoßen ist, erschien mit einem Mal beinahe erwartbar gewesen zu sein. 2009, als die zweite Evaluierungskommission eingesetzt wurde, eigentlich um interne Ermittlungspannen aufzuklären, erreichten die Negativbilder über meine Eltern und meine Kindheit einen bis dahin unvorstellbaren Höhepunkt. In einem Zeitungsinterview verbreitete der Vorsitzende der Kommission die Botschaft, meine Zeit in Gefangenschaft sei womöglich allemal besser gewesen als das, was ich davor erlebt hätte. Bei den Zuständen, in denen ich groß geworden sei, könne man nicht ernsthaft davon ausgehen, ich gebe es eine Verbindung des Täters zu meinen Eltern. Wenn sich das nicht erhärten ließe, nun, dann könnte es ja sein, dass ich mich gezielt in jene bereits erwähnte Alternativ- Lebenslösung begeben hätte, dankbar endlich dem Sumpf und Elend zu Hause entrinnen zu können. Als die Nachricht von meinem Wiederauftauchen bei meinen Eltern einging, müssen sie fast wahnsinnig vor Glück gewesen sein. Auf diesen Zeitraum von über acht Jahren. Alles war überfrachtet von Emotionen, Hoffnungen, Freude und Unsicherheit. Niemand wusste, wie damit umzugehen ist. Dazu kamen die Erwartungen von außen. Die Presse war ja bereits da. Wie hat man sich zu verhalten, wenn man sich so lange nicht gesehen hat? Wenn man ein Volksschulkind verabschiedet hat und eine Volljährige zurückbekommt, die in den Jahren dazwischen Die erste Begegnung mit meiner Mutter fand im Gebäude des ehemaligen Sicherheitsbüros in Wien statt. Als der Wagen der Polizei vorfuhr, versuchten Journalisten, die Zufahrt über den Hintereingang zu blockieren. Sie trommelten auf das Dach des Wagens. Mikrofone und Kameras drückten sich gegen die Scheiben. Meine Mutter hat den Weg nach oben wenige Tage nach unserer ersten Begegnung so beschrieben. ist die Tür. Dabei ward es nur der Aufzug. Da hab ich noch ein Stück warten müssen, aber es ward der Wahnsinn. Ich bin so stolz auf das Kind, dass es das geschafft hat, so unendlich stolz und glücklich. Acht Geburtstage, acht Weihnachten und Ostern, acht Jahre hatte ich auf diesen Moment gewartet. Acht Jahre hatte ich mich nach einem lieben Wort nach einer Berührung von meiner Mutter gesehnt. Als es dann soweit war, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Die Freude war so riesengroß, die Gefühle so überschwänglich, dass es mir die Luft abdrückte. Ich wollte doch alles richtig machen und wusste nicht, wie. Ich habe mich ein bisschen überfordert und beengt gefühlt durch die Umarmung und die war, als wollten mich alle vor Glück fast zerquetschen. Spontane Emotionalität, die frei von einem Zweck oder Hintergedanken ist, zu erwidern, musste ich erst wieder lernen. In den vergangenen Jahren war die einzige schützende Umarmung im übertragenen Sinn der Raum unter der Erde gewesen. Wenn ich dort allein war, genug zu essen hatte und wusste, dass der Täter vielleicht zwei, drei Tage nicht herunterkam, weil es Wochenende war und seine Mutter oben im Haus, das waren Momente, in denen ich ich sein konnte, in denen ich keine Angst haben musste und mich sicher fühlte. In solchen Momenten habe ich mir den Augenblick des Wiedersehens oft ausgemalt. Am liebsten irgendwo in einer fernen Galaxie oder auf einer einsamen Lichtung oder auch auf einem Boot mit all den Menschen, die mir wichtig Wir hätten genug zu essen und zu trinken dabei und würden erst wieder ans Ufer rudern, wenn wir dafür bereit waren. In der Realität waren wir umgeben von fremden Leuten, von Polizisten und anderen Menschen und wir waren uns selbst so fremd, dass man eigentlich nur befangen sein konnte. Jeder Blick, jede Geste, jede Frage und jede Antwort wurden registriert. Alle erwarteten, dass wir auf Knopfdruck eine glückliche Familie sein würden, die wir in diesem Moment allein deshalb waren, weil eine schreckliche Zeit zu Ende gegangen war. Gleichzeitig waren wir eben nicht die glückliche Familie wie bei Rosamunde Pilcher, wo ein Anlass genügt, um Gräben, die über die Jahre nur tiefer geworden sind, einfach so zu zu schütten. Sicher, es wäre eine schöne Schlagzeile gewesen. Koch und Sirni sinken sich in die Arme, das lange vermisste Kind dazwischen, werden sie nun endlich heiraten. Verheiratet waren sie nie, auch das so ein Makel, schlamperte Zustände, allein schon unsere unterschiedlichen Namen sorgten immer wieder für Verwirrung. Auf eine Art sind wir die gleichen geblieben, mit all den positiven und negativen Seiten, den persönlichen Geschichten, die meine Eltern mit sich herumtrugen und jener neuen Geschichte, die ich erlebt hatte und die über allem wie ein dunkler Schatten lag. Eine Geschichte, deren Dimensionen meine Eltern, die Polizisten, die uns umringten und auch ich in diesem Moment nicht erkennen konnten. Das, was sie in den vergangenen Jahren getrennt hatte, blieb trennend. Wie hätte es auch anders sein sollen, außer in diesem großen einen Moment des ersten Wiedersehens? Zu viel war passiert, gerade zwischen den beiden. Wer sich an die Zeitungsartikel, die während meiner Entführung veröffentlicht wurden, erinnert, wird das noch wissen. Mein Vater hatte Kontakt zu Journalisten gesucht, die meine Mutter erst als prügelnde Rabenmutter und später als potenzielle Mörderin bezeichnet haben. Er hatte Ermittlungen gefordert, wenn Detektive verkündet hatten, sie wüssten jetzt, wo ich oder meine Tümpel in Augenschein nimmt, der am Ende tatsächlich trockengelegt wurde, ohne Ergebnis natürlich, aber mit entsprechenden Quoten. Genau gegen solche haltlosen Anschuldigungen war meine Mutter schließlich mit Erfolg juristisch vorgegangen. Mein Vater war ein willfähriges Opfer für die Medien. Er hat früh die Rolle des einsamen und verlassenen Mannes eingenommen, der auf eigene Faust ermittelte, tausende Plakate hatte drucken und aufhängen lassen, während der Rest der Familie sich scheinbar nicht dafür interessierte. Ich habe später in einem Interview einmal gesagt, er sei sehr unreif. Heute würde ich nicht mehr so hart urteilen, eher von einer gewissen Naivität sprechen und davon, dass er sicher nicht immer ganz glücklich war mit der Wahl seiner Gesprächspartner und der Art seiner Formulierungen. Nach meiner Selbstbefreiung ging nicht nur einmal bei meinen Anwälten ein kleinlauter Anruf ein, ihr habt da was verbockt, könnt ihr da noch was tun? Er hatte in gutem Glauben etwas erzählt, was mir aus seiner Sicht hätte helfen sollen, aber dann zu Schlagzeilen führte wie, Koch zieht Aussagen seiner Tochter in Zweifel und ruft zu weiteren Ermittlungen auf, die ganze Wahrheit muss endlich gefunden werden. Auch während meiner Gefangenschaft ist er sicher in so manchen Schlamassel hineingestolpert, weil er sich immer daran geklammert hat, dass ich noch lebe, dass man doch alles tun müsse, um mich zu finden. In seiner Not und gekränktheit hat er sich aber auch dazu hinreißen lassen, sich sogar gegen meine Mutter meinen Vater in seiner Fixierung auf ominöse Ermittler und auf sie als Drahtzieherin schlicht als Deppen gesehen haben. Einen kettenrauchenden Trinker, der nie etwas auf die Reihe gekriegt habe und sich nun mit der Geschichte seiner Tochter in Szene setze. Die Replik ließ nie lange auf sich warten. Oft ging sie in die Richtung, dass meine Mutter sich verdächtig machte, weil sie nicht dem Bild entsprach, wie man sich eine weinende, trauernde Mutter vorstellt. Dabei hatte sich ihr Leben von Grund auf verändert. Nichts war mehr wie zuvor. Keine richtigen Familienfeiern, kein Weihnachten mehr wie früher, weil eine Person fehlte. Meine Mutter hat sich zurückgezogen, in die Arbeit gestürzt, um nicht ständig an den Verlust denken zu müssen und wollte in den ersten Jahren keinen so recht um sich haben. Was die Verdächtigungen in ihr ausgelöst haben müssen, vermag ich nicht in Worte zu fassen. Vielleicht so. Ich habe in einem Interview einmal etwas gesagt, das ich in diesem Moment auf meine eigene Situation bezogen habe, das man aber genauso gut auf sie übertragen kann. Ich kam mir manchmal vor wie ein Beutetier. Wenn es sein schützendes Nest verlässt, nimmt es sich nicht vor, Erst dann ist es Opfer, erst dann ist es Objekt. Und wenn ein Beutetier bei der Jagd verletzt wird, wird es nicht mitten auf der Flucht stehen bleiben und seine Wunden lecken. Das wird es erst tun, wenn es seinen schützenden Bau wieder erreicht hat. Ich habe das damals gesagt, als ich für meine vermeintliche Stärke kritisiert worden bin und die Tatsache, dass man mich vor laufender Kamera oder klickenden Fotoapparaten nicht weinen sah. Sieht so ein traumatisiertes Opfer aus? Sieht so eine traumatisierte Mutter aus? Mein Vater ging anders mit seiner Trauer um. Er hatte kein Problem damit öffentlich Gefühle zu zeigen. Meine Mutter mit ihrer kontrollierten Art konnte oder wollte das nicht. Wer mag sich aufschwingen darüber zu richten, welches der richtige Umgang mit einem solchen Verlust ist, wer hier mehr gelitten hat oder gar etwas zu verbergen hat, weil er nicht vor den Augen der Welt zusammen brach. Beide lieferten mit ihrem unterschiedlichen Umgang mit meiner Entführung eine Projektionsfläche für jeden Hobby Psychologen. Letzten Endes kann niemand ermessen, was in dieser Zeit wirklich in ihnen vorgegangen ist, wie sehr sie unter Schock standen und wie sehr dieser Schock immer noch nachwirkt. Natürlich unterscheidet sich ihr Leid von dem, was ich durchlebt habe. Dennoch mussten wir auf beiden Seiten mit dem Verlust umgehen. Meine Eltern mit dem ihrer und ich mit dem Verlust meiner Freiheit, verbunden mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Eltern nie wiedersehen würde, nicht zu reden von meinen betagten Großeltern, die damals schon über siebzig waren. Eine der ersten Fragen, die ich meiner Mutter bei unserem Wiedersehen stellte, war die, ob die Großeltern noch leben würden. Ich war traurig, als ich erfuhr, dass meine Lieblingsoma, zu der ich immer eine besondere Beziehung hatte, bereits zwei Jahre zuvor verstorben war. Meine ganze Familie leidet bis heute unter dem, was passiert ist. Auch wenn sie jetzt ihr Leben wieder leben und sich alles auf eine Art normalisiert hat, so hat jeder, auch meine Nichten und Neffen, einen schweren Schaden davongetragen. Ich meine damit natürlich keine schwere Persönlichkeitsstörung, aber es ist eine Traurigkeit in ihnen, die nicht weggeht. Ihren Ursprung hat diese Traurigkeit in meiner Entführung. Dass der Schatten immer noch über uns allen hängt, liegt maßgeblich daran, dass immer wieder alles aufgewühlt wird. Von all dem hatte ich während meiner Gefangenschaft nichts mitbekommen. Aber all das bildete auch das Hintergrundrauschen bei unseren ersten Begegnungen nach meiner Flucht. Im Auto auf dem Weg nach Wien ins Sicherheitsbüro bombardierte meine Mutter die Beamten mit Fragen wie hat sie irgendwo Narben? Ist sie verletzt? Werde ich sie überhaupt erkennen? Wir haben uns alle erkannt. Aber es hat gedauert, bis wir erkennen konnten, wie schwer es sein würde, die Lücke, die die vergangenen Jahre gerissen hatten, wirklich zu schließen. Zeit und Ruhe für eine vorsichtige Annäherung hatten wir nicht. Schon das Wiedersehen zwischen meiner Mutter und mir wurde in den Medien Theoretiker zu einem verspäteten Beleg dafür werden, dass sie mit dem Entführer unter einer Decke gesteckt haben muss. Dabei habe ich mich nur auf unseren letzten Morgen bezogen, an dem wir unversöhnt auseinander gegangen waren. Wie sehr meine Mutter diese Szene belastet hat, kann niemand ermessen. Der Halbsatz, den sie in solchen Streitsituationen immer hinterher schob, wer weiß, wann man sich wieder sieht, muss wie eine finstere Prophezeiung geklungen haben. Sie, die ihr Kind so lange vermisst hatte, hätte mich natürlich am liebsten sofort zu sich geholt, damit wir da hätten anknüpfen können, wo wir aufgehört hatten. Die gerahmten Fotografien, vor denen sie stundenlang mit meiner Großmutter gesessen und vor denen sie Jahr um Jahr eine Kerze an meinem Geburtstag angezündet hatte, waren in etwa muss es sein, wenn man nach Jahren an einen geliebten idyllischen Strand zurückkehrt und plötzlich nur noch riesige Hotels vorfindet. Wir hatten nicht die klassische Entwicklung durchlaufen wie andere Mütter und Töchter während der Pubertät. Keine Rituale, keine Verschiebung der Beziehung auf eine andere Ebene, keine Verhaltensformen, die mitgewachsen wären. Wir hatten beide nur unsere Vorstellungen voneinander. Ebenso wie ich für meine beiden Schwestern die Kleine geblieben bin. Meine Großmutter war die Einzige, bei der diese Lücke im Lebenslauf keine Rolle spielte, weil die Generation drüber immer eine andere Stellung einnimmt und sie ohnehin eine ganz besondere Rolle in meinem Leben inne hatte. In den ersten Wochen nach meiner Flucht war ich unsicher, wie eng der unmittelbare Kontakt zu meiner Familie sein sollte. Dass die Ärzte dazu eine eigene Meinung hatten, habe ich bereits erwähnt. Ich brauchte Abstand zu allem. Gleichzeitig wollte ich niemandem vor den Kopf stoßen. Wer, wenn nicht sie, hatten mich nie aufgegeben, auch wenn der Täter mir immer wieder anderes erzählt hatte. Trotzdem war ich überfordert, mich nach der einen Bezugsperson, die mich jahrelang umgeben hatte, nun auf zig Personen einstellen zu Tagebuch. Familienzusammenkunft. Es soll um die Gestaltung meiner Zukunft gehen. Ich bemerke zusehends, dass ich meiner Mutter begreiflicherweise noch fremd bin. Da gibt es einen Teil an in mir, den sie noch nicht verkraftet hat. Zwischen der Distanzlosigkeit dem einstigen Kind gegenüber, das man in den Arm nehmen möchte, und der Tochter jetzt, pendelt sie ein wenig ratlos hin und her. Mir geht das beschreibt die Situation, in der wir uns damals befanden, ganz gut. Man konnte nicht einfach die Zeit zurückdrehen und so tun, als wäre nichts geschehen. Während sie hofften, mich bevatern und bemuttern zu können, wollte ich mich nicht von der einen Abhängigkeit in die nächste begeben. Ich brauchte Zeit, bis ich in der Lage sein würde, Nähe wieder zuzulassen. Außerdem hatte ich mir schon als Kind in den schönsten Farben ausgemalt, wie es sein würde, wenn ich nach Erreichen der Volljährigkeit mein eigenes Leben leben würde. Dieser Traum sollte umso nachvollziehbarer sein, bedenkt man, dass Jahre der absoluten Fremdbestimmung hinter mir lagen. Die Tatsache, dass ich es vorzog, aus welchen Gründen auch immer, nicht postwendend in mein altes Kinderzimmer einzuziehen, sondern vom AKH in ein Schwesternwohnheim und danach in eine eigene Wohnung, wurde kritisch beäugt. In den Medien war es Thema, ob wir miteinander telefonierten, ja, sogar regelmäßig, wie oft wir uns sahen, wie oft sehen sie eigentlich ihre Eltern und in welchem Umfeld, ob mein Vater dabei war oder nicht und warum nicht. Die meisten Artikel gingen in die Richtung, dass er der Einzige sei, der sich hartnäckig auf die Suche nach der ganzen Wahrheit gemacht habe und das auch nach meiner Befreiung weiterhin tat, weshalb er von mir und dem Rest der Familie mit Ablehnung gestraft würde. Der Keil zwischen meinen Eltern, der schon während meiner Gefangenschaft gedrechselt worden war, wurde nun noch ein bisschen tiefer getrieben. Im Fokus der Öffentlichkeit versuchten wir, ein Familienleben wieder aufzubauen, das es schon vor meiner Entführung nicht mehr gegeben hatte. Die Antwort auf die Frage, ob ich meinen Vater oder meine Mutter oder meine Verwandten und Nichten und Neffen alle zwei Tage, alle Wochen oder alle zwei Jahre sehe, hat nichts mit meiner Gefangenschaft zu tun. Nicht nur an mich, sondern auch an meine Eltern wurden Erwartungshaltungen herangetragen, wie sie zu sein hätten und wie nicht. Auch sie mussten einem Bild entsprechen, funktionieren und haben das auf unterschiedliche Weise nicht getan. Man konnte nicht einfach alles mit einem Weichzeichner überziehen und schon würde alles gut werden. Aus der Tatsache, dass genau das nicht ging, wurden die entsprechenden Schlüssel gezogen. Mein Vater wurde in der Presse nach meiner Selbstbefreiung mehr noch als in den Jahren zuvor zur Witzfigur. Es gab zum Beispiel einen Cartoon, in dem er wie Dagobert Duck zwischen Geldsäcken und goldenen Talern herumhüpfte und zu mir sagte Klasse, man muss dich nur achteinhalb Jahre in den Keller sperren und schon klingelt die Kasse. Und als meine Mutter ein Jahr nach meiner Flucht ein Buch schrieb, in dem sie über die verzweifelten Jahre während meiner Entführung berichtete, hieß es in Leserbriefen und Internet Wer war denn jetzt der Ärmere von euch beiden? Oder Das ist ja blöd, dass Ich hatte damals durchaus Probleme mit der Veröffentlichung, weil zum Beispiel im Buch meiner Mutter Dinge standen, die ich ihr im Vertrauen erzählt hatte. Etwa, dass ich mich vom Täter verabschiedet habe, an seinem Sarg. Ich hatte einmal zu ihm gesagt, eines Tages werde ich noch auf deinem Grab tanzen. Das habe ich natürlich nicht getan, eher eine Form von Genugtuung empfunden, eine Art Sieg, im Sinne von ich habe diesen ganzen Albtraum überlebt und du nicht. Ich wollte nicht, dass mein Besuch im Leichenhaus an die Öffentlichkeit gelangt, weil es für Außenstehende schwierig ist, das richtig einzuordnen, weil es leichter ist, über die seltsam befremdliche Trauer des Opfers um den Täter zu schreiben, als über die Komplexität einer Situation, in der ich über Jahre nur eine einzige Bezugsperson hatte, der ich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war und mit der ich mich arrangieren musste. Einen Menschen, mit dem man 8,5 Jahre seines Lebens verbracht hat, egal unter welchen Umständen, kann man nicht so einfach aus seinem Gedächtnis streichen. Mit ihm hatte ich fast so viel gemeinsame Lebenszeit wie zuvor mit meiner Familie. Ich habe versucht, diese Form unseres Zusammenlebens und Er hat mich auf Händen getragen und mit Füßen getreten. Er war ein Teil meines Lebens, deswegen trauere ich in einer gewissen Weise um ihn. Ich habe mich mit meiner Flucht nicht nur von meinem Peiniger befreit, sondern auch von einem Menschen, der mir zwangsläufig nahe war. Heute kann ich etwas besser verstehen, dass das nicht so einfach nachzuvollziehen ist, weil man dafür wieder die starren Kategorien von Gut und Böse überdenken und aufweichen müsste, den Täter aus den Höhen des Monströsen und Unmenschlichen herabholen müsste, ihm ein Stück Menschsein zurückgeben müsste. Ich habe das über die Jahre versucht. Indem ich ihn als Mensch gesehen habe, mit einer sehr dunklen, aber auch einer etwas helleren Seite, konnte ich selbst Mensch bleiben. Ich konnte, ich musste ihm verzeihen, was er mir angetan hatte, weil mich sonst Hass und Wut zerfressen hätten. Die Öffentlichkeit konnte das nicht und konnte daher auch meinem Verhalten nicht wertfrei begegnen. Es war eher ein weiterer Beleg dafür, dass alles nicht so schlimm gewesen sein könnte, dass ich vielleicht sogar freiwillig bei ihm geblieben sei, denn hatte es nicht schon früher Fluchtmöglichkeiten für mich gegeben? All das fände, dass meine Mutter meine Geschichte versilbern würde. Ich sagte damals, wenn sie damit gern an die Öffentlichkeit möchte, dann soll sie das ruhig tun. Ich würde anders handeln, aber jeder hat für sich sein Gewissen und weckt ab, was ethisch und moralisch vertretbar ist, beziehungsweise was angebracht ist. Das mag im ersten Moment hart geklungen haben. Sicher schwang meine Enttäuschung mit, dass auch viele Episoden aus unserem neuen Alltag erzählt wurden, die aus meiner Sicht nicht in die Öffentlichkeit gehörten. Missverständnisse, die belegen, wie schwer es uns fiel, die Gedanken und das Verhalten des anderen zu verstehen. Die Sache mit der Wäsche zum Beispiel. Sie konnte nicht verstehen, wie ich die paar Fetzen aus dem Verlies behalten konnte, warum ich sie nicht wegwarf oder besser noch verbrannte, als gefunden. Ich hatte nicht sehr viel, worüber ich mich freuen konnte und habe gelernt, auch in den kleinen Dingen das große zu erkennen. Die wenigen T-Shirts und Socken, die ich hatte, haben mich damals auch gewärmt. Sie haben eine positive Bedeutung für mich. Auch wenn ich einiges kritisch sah, in meiner Mutter hatte sich über die Jahre so vieles angestaut, das heraus musste. Und in Inhalts wurden zum Gegenstand von weiteren Artikeln und Blogs, in denen es um Diffamierung und Bloßstellung ging. In der Presse wurde darüber spekuliert, ob mein Vater juristisch gegen das Buch vorgehen würde, weil er nicht gut darin weg käme. Vom endgültigen Bruch zwischen mir und meinen Eltern war ebenso die Rede wie von der tränenreichen Versöhnung. Schwarz oder weiß, Schattierungen dazwischen scheint es nicht zu geben. In den ersten Jahren nach meiner Flucht haben wir uns alle regelmäßig auf jenem Bauernhof bei Maria Zell getroffen, um gemeinsam zu feiern. Wir haben Zeit gebraucht, um uns anzunähern, um gelassener zu werden, auch im Umgang damit, wie wir dargestellt wurden. Inzwischen haben wir eine sehr gute Ebene gefunden. Mit meiner Mutter backe und nähe ich Zwischen meinem Vater und mir haben sich die Wogen ebenfalls geglättet. Wir hätten die Distanz zueinander wahrscheinlich schneller überwinden können, wenn weniger verbrannte Erde übrig geblieben wäre, nachdem Kommentatoren, Blogger, Analysten und Karikaturisten den Stift oder die Tastatur beiseite gelegt hatten. Kapitel 4 Geh doch mal tanzen, das Ringen um Normalität. Alle haben mir nun gesagt, ich als wäre das die Lösung für alle Probleme. Das konnte natürlich nicht funktionieren. Das war ein bisschen wie Jugendliche spielen, mit einem Grashalm zwischen den Zähnen durch die Gegend trempen und Dinge tun, die man als junger Mensch ebenso tut. Nach dem kurzen Intermezzo im Schwesternwohnheim zog ich vorübergehend zu meiner Mutter, bis ich eine eigene Wohnung fand. Ich hatte nicht viele Vorstellungen und nur der Erde, ein Zimmer mit Aussicht sozusagen. Nach meinem bewussten Entschluss, mich aus dem Status eines Patienten Versuchskaninchens zu entlassen, war das Team jener Menschen, die mich auf meinem neuen Weg von Amtswegen begleiten sollten, schlagartig zusammengeschrumpft. Diejenigen, die noch da waren, die Vertreter der Anwaltskanzlei und ein Sozialarbeiter, standen vor der undankbaren Aufgabe, für unbekannt eine Wohnung zu suchen. Natürlich erfuhr der Vermieter später, wer einziehen würde, aber es sollte nicht von Anfang an an die große Glocke gehängt werden. Die Wohnung sollte auf Dauer bezahlbar sein, denn niemand wusste, ob und wann ich finanziell auf eigenen Füßen würde stehen können, ob ich jemals einen Beruf ergreifen könnte und wie überhaupt alles weitergehen würde. Weil die Entführung auf dem Schulweg passiert ist, bekam ich eine kleine Rente und der ORF hatte, wie bereits erwähnt, nach dem Interview ein Konto eingerichtet, auf das die Gelder aus dem internationalen Verkauf der Übertragungsrechte geflossen waren und Spenden aus der Bevölkerung. Das Geld wollte ich aber dafür nicht antasten, sondern damit anderen helfen. Der ursprüngliche Plan, eine Stiftung zu gründen, konnte leider nicht realisiert werden, da die dafür nötige Einlage nicht erreicht wurde. Bis ich das Geld einer sinnvollen Nutzung zuführen konnte, ruhte es auf einer Bank. Am Tag meiner Befreiung betrug mein persönliches Vermögen 416 Euro. Der Täter gab mir pro Woche anfangs 10 Schilling Taschen Geld, das er später großzügig auf einen Euro aufrundete. Ich habe das damals eher als lächerlich empfunden, als hilflosen Versuch, Normalität zwischen einem Erwachsenen und einem Kind zu etablieren, irgendwo eine Lakritzschnecke kaufen konnte. Ich bewahrte es über die Jahre in jener Plastikbox auf, in die ich auch meinen Kinderreisepass gelegt hatte. Von den wenigen Wäschestücken aus dem Verlies abgesehen, besaß ich nichts. Von der Zahnbürste über Kosmetikartikel bis zum Rock oder Mantel brauchte ich alles neu. Ich fragte jeden um mich herum, welche Zahnpasta er oder sie benutzte. In der Drogerie drehte ich alle Packungen zigmal um und las akribisch die Liste mit den ganzen Zusatzstoffen. Manchmal dauerte es stundenlang, bis ich mich für etwas entscheiden konnte. Jedes Kleidungsstück wurde hin und her gewendet, auf Qualität und Nutzen überprüft, um dann doch als zu teuer empfunden zu werden. Ich hatte kein Gespür dafür, was etwas kosten durfte und hängte es lieber in einer Boutique gekauft hatte, und später hatte ich ohnehin nur die wenigen Teile zum Anziehen, die der Täter mir brachte. Wo man zum Beispiel am besten einen Wintermantel ersteht, den ich in ein paar Monaten brauchen würde, davon hatte ich keine Ahnung. Die vielen Geschäfte in der Fußgängerzone mit ihren überbordenden Auslagen überforderten mich. Ich mochte es auch nicht, etwas in einer Kabine anzuprobieren, wo ich in dem großen Spiegel und im grellen Licht überdeutlich sah, wie sehr mich die Gefangenschaft körperlich mitgenommen hatte. Beim Schritt vor den Vorhang wurde ich neugierig von Verkäuferinnen gemustert, Kunden blieben stehen und tuschelten, du, das ist doch die Kampusch. Manche zückten ihr Handy, fotografierten mich, wollten ein Autogramm oder gaben im Vorbeigehen laut und deutlich einen jener Witze zum Besten, die über mich kursierten. So sieht also garagengepflegter Erstbesitz aus, haha. Erschrocken sprang ich zurück hinter den Vorhang. Auch weil ich mich solchen Situationen nicht länger aussetzen wollte, nähe ich inzwischen vieles selbst. Die Grundlagen, wie man Schnittmuster auf den Stoff überträgt, wie viele Zugaben man machen muss, welche Arten von Nähten es gibt und so weiter, hat mir meine Mutter beigebracht. Beim gemeinsamen Nähen oder Blättern durch entsprechende Zeitschriften konnten wir die Distanz, die durch die lange Trennung entstanden ist, am besten überwinden. Hier war sie Meisterin, ich die Schülerin. Beim Kochen gerieten wir Wollte ihm unbedingt eine Torte machen. In der Klinik gab es eine kleine Personalküche, die ich benutzen durfte. Ich bat meine Mutter darum, die Zutaten zu organisieren und mitzubringen. Ich hatte vor, einen Boden aus Brandteig zu machen. Darauf sollte ein Belag aus verschiedenen Obstsorten und Gelatine kommen. Einige Schwestern und meine Mutter standen um mich herum und kommentierten, wo denn das Rezept sei. Beim Backen musst du die exakten Grammangaben einhalten, sonst wird das nichts. Warum machst So gelassen wie möglich vermengte ich Wasser und Milch, Butter und etwas Zucker in einem Topf, den ich anschließend auf den Herd stellte. Nachdem die Flüssigkeit aufwallte, gab ich nach und nach unter ständigem Rühren Mehl dazu. Eine der Schwestern meinte, das habe sie ja noch nie gesehen, einen gekochten Kuchenteig. Bevor ich ihn ins Rohr schob, gab ich noch Eier dazu, Geh Natascha, das muss doch so machen, sonst verklumpt das. Erst als ich sagte, sie solle bitte abwarten, ich wisse schon, was ich tue, war Ruhe. Die skeptischen Blicke allerdings blieben. Als der Brandteig fertig war, ließ ich ihn nur kurz auskühlen und gab dann die eingedickte Früchtemasse darauf. Rein optisch war sicher noch Luft nach oben, aber es war die erste Torte in Freiheit und deshalb schmeckte sie nicht nur mir, sondern auch dem Geburtstagskind ganz besonders gut. Von meiner Mutter, die stets besonders kritisch ist, gab es sogar ein Lob. Offensichtlich hätte ich von der Familientradition des Bäckerwesens doch einiges an Wissen aufgeschnappt. Seitdem habe ich unzählige Kuchen gebacken und bis auf ein misslungenes Experiment mit dem Natursüßstoff Stevia gab es noch keine Klagen. Im Freundeskreis werde ich manchmal hochgenommen wegen meiner häuslichen Qualitäten. Wenn ich Weihnachten tagelang Plätzchen backe, heißt es schon mal du bist wie meine Oma und genau wie Oma kenne ich viele Hausmittelchen mit denen man Flecken herausbekommt oder wie man Stoffe mit natürlichen Mitteln färbt. Es wirkt vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber so fühle ich mich hin und wieder auch. Weder jung noch alt. Ich hänge irgendwie zwischen den Zeiten. Vor allem das Handarbeiten macht mir Spaß, weil es mich beruhigt und ich dabei meiner kreativität freien Lauf lassen kann. Auch Accessoires wie Schmuck oder Taschen entwerfe ich selbst. Damit hatte ich schon in der Gefangenschaft begonnen. Mit Häkelgarn, das ich mir einmal vom Täter zu Weihnachten gewünscht hatte. Einige dieser kleinen mich in meine eigene Welt zurück zu ziehen, wenn ich das Gefühl hatte, in der Äußeren meinen Platz nicht finden zu können. Im Verlies brauchte ich Bilder. Bilder aus meiner Welt, auch aus der alten, die ich der Realität entgegensetzen konnte. Die Nut- und Federbretter, mit denen die Wände im Verlies anfangs verkleidet waren, bevor sie durch Riehgips platten ersetzt wurden, bemalte ich mit Wenn ich auf meiner Liege lag und die Augen aufmachte, konnte ich mir vorstellen, dass die Tür gleich aufginge, meine Mutter hereinkäme und den Schlüssel auf der Kommode ablegte. Ich malte den Stammbaum unserer Familie auf, zeichnete den silbernen Mercedes an die Holzbretter, Pferde auf einer Wiese mit Blumen. Eine Illusion, mehr nicht. Aber wenn ich nur intensiv genug auf die Bilder starte, hatte ich das Gefühl, ich könnte den Duft der Blumen tatsächlich riechen. Bilder sind für mich auch heute noch sehr wichtig. Ich male, mit Acryl, Tempera oder Öl und ich fotografiere sehr gern. Nach einem meiner ersten Interviews bekam ich eine kleine Digitalkamera geschenkt, mit der ich diese neue, bunte Welt festzuhalten versuchte. Ich war fasziniert von Kleinigkeiten und Details, die andere vielleicht gar nicht bildwürdig finden würden. Selbstverständlichkeiten aus dem Alltagsleben. Zwei Gläser auf einem Tisch zum Beispiel, auf denen ein Sonnenstrahl fällt. Inzwischen ist die Kamera für mich auch ein Mittel, Distanz zu schaffen, die vielen Eindrücke zu filtern, sie auf einen Punkt oder Moment zu konzentrieren, etwas zum Objekt zu machen und nicht selbst Objekt zu sein. In meinem ersten Interview mit Christoph Feuerstein fragte er mich, was der allererste Wunsch gewesen sei, den ich mir nach meiner Flucht erfüllt hätte. Es war die einzige Frage, die mich ein wenig aus dem Konzept brachte. Ich blickte mich zu meinem Beraterteam um und fragte, kann sich da irgendwer erinnern? Nach einer Weile antwortete ich, der hauptsächlichste Wunsch, den ich mir erfüllt habe Eissalon mit einem Tuch auf dem Kopf und mit einer Sonnenbrille. Eis essen. Wie oft hatte ich mir das während meiner Gefangenschaft vorgestellt? Ein Löffel Eis, erst kühl und fest, langsam schmelzend, bis der Geschmack nach Haselnuss oder Vanille oder Erdbeeren die ganze Mundhöhle füllt. Auch das war ein Spiel mit Illusionen. Mit Hilfe von Werbeprospekten, die ich durchblätterte, ging ich auf solche Geschmacksreisen. Ich suchte mir eine Vorspeise aus, ein Hauptgericht, einen Nachtisch, stundenlang. Doch genauso wenig, wie ich mit diesen Bildern meinen leeren Magen füllen konnte, ließ sich mit dem Eis in Freiheit etwas nachholen. Ich war dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit nun hatte, wann immer ich wollte, aber ich konnte noch so viele Eiskugeln schlecken. Der Geschmack würde immer anders sein, als jener, wenn man mit Freundinnen lachend im Eissalon sitzt und sich über den doofen Lehrer oder den aktuellen Schwarm auslässt. Anfangs, wenn ich so eine fröhliche Clique junger Menschen irgendwo sah, versetzte es mir einen Stich. Ob ich das wohl auch eines Tages so haben würde? Wie definiert man überhaupt Freundschaft? Das musste ich für mich erst herausfinden. Die letzten Erinnerungen an Freundschaften stammten aus meiner Kindheit, obwohl ich da eher ein Außenseiter war und nicht der Klassenclown, um den sich alle scharrten. Das taten die anderen nur dann, wenn mein Vater in der Pause mit einer Schachtel voll frischer Krapfen aus der Bäckerei vorbeikam. Ich eckte oft an, auch bei Lehrern, weil ich sehr direkt war und offen aussprach, wenn ich irgendwo eine Ungerechtigkeit oder eine Lüge gewitterte. Ich wollte wahrhaftig sein und bemerkte manchmal nicht gleich, wenn ich andere damit verletzte. Es gab immer wieder Situationen, in denen ich deswegen von Erwachsenen gerügt oder bestraft wurde, was ich überhaupt nicht begreifen konnte. Schau, was du wieder angerichtet hast. Ich bekam den Eindruck, dass es offenbar manchmal leichter ist, eine Lüge aufrecht zu erhalten oder sich etwas schön zu reden, als sich der Wahrheit zu stellen. Als müsste man einen Streuer Zimt darüber geben, um sie besser verträglich zu machen. Mit dieser Offenheit trat ich phasenweise auch nach meiner Selbstbefreiung von einem Fettnäpfchen ins nächste. Jeder Mensch ist abhängig von seiner Sozialisation ab einem gewissen Alter nicht mehr so formbar. Gewisse charakterliche Grundzüge haben sich längst herausgebildet. Ich hatte vor meiner Entführung schon eine Persönlichkeit, eine Geschichte, die länger war als die Zeit meiner Gefangenschaft. Kinder gehen mit sehr offenen Augen durch die Welt. Sie wissen mehr als die Erwachsenen denken, weil sie vielmehr erspüren, wo ein Erwachsener versucht, sich über den Verstand anzunähern. In der Gefangenschaft hat mir geholfen, dass ein Teil meiner Persönlichkeit bereits so gefestigt war, dass ich mich an ein Wertesystem halten konnte, das ich für mich als richtig empfand. Bei vielem stand ich in Opposition zum Täter. Nicht aus Prinzip, wie das manchmal in der Pubertät der Fall ist, wenn man sich von den Eltern abgrenzen will, obwohl deren Ansichten vielleicht gar nicht so rebellionswürdig sind. Man geht auf die Barrikaden, um sich seinen Platz in der Welt zu erobern, sich frei zu schwimmen, von tatsächlichen oder vermeintlichen Zwängen. Man probiert sich aus, reizt Grenzen aus und fühlt sich gleichzeitig frei dabei. Ich stand allein deshalb schon in Opposition zum Täter, weil alles an seiner Tat falsch war. Wenn er blau sagte, dachte ich für mich rot. Wenn er sich über ein politisches Ereignis aufregte, über all die Stümper, die früher beim Adolf kein Bein auf dem Boden bekommen hätten, da habe noch Zucht und Ordnung geherrscht, dachte ich mir Anarchie. Wenn er über sein konservatives Frauenbild dozierte, fleißig solle sie sein, zu Hause mit dem Essen auf ihn warten, nicht widersprechen und immer nett und adrett sein und mir sagte, ich bin dein König, du musst mir dienen, versuchte ich, die aufgetragenen Aufgaben Anweisungen waren andere Sieger als die Gleichaltrige errangen, wenn sie sich über eine Anweisung hinweg setzten. In Gefangenschaft konnte ich alles nur auf mich beziehen. Es gab außer dem Täter keine andere Person. Er war der Einzige, auf den ich mich einstellen, mit dem ich arrangieren musste. Mit der Zeit konnte ich sein Verhalten lesen. Ich wusste, dass nicht nur ich abhängig war von ihm, sondern er ein Stück weit auch von mir. In seiner gespaltenen Persönlichkeit konnte er es zum Beispiel nicht ertragen, wenn ich schwieg oder ihn mit Missachtung strafte. Beim Renovieren hatte ich ihm einmal das falsche Werkzeug gereicht. Von einer Sekunde auf die nächste bekam er einen irren Blick. Alles an ihm war blanke Wut. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Er Tränen schossen mir in die Augen, aber diesen Triumph würde ich ihm nicht gönnen. Ich blieb starr wie ein Stock stehen und sah ihn nur an. Geh hör doch auf, es tut mir leid, das war doch gar nicht so schlimm. Er kam auf mich zu, rüttelte mich an den Schultern, zwickte mich in die Seite und zog mir dann mit seinen Fingern die Mundwinkel nach oben. Lach doch mal, es tut mir leid, bitte sei wieder normal. Was kann ich tun, damit du wieder normal bist? Erst nach einer Ewigkeit rührte ich mich und sagte, ich will ein Eis und Gummibärchen. Kindlicher Pragmatismus und der Versuch, die Attacke mit meiner Forderung harmloser zu machen, als sie war. Pricklopil hätte in manchen Zeiten einem dreijährigen trotzigen Kind alle Ehre gemacht. Erst das Spielzeug kaputt machen und hinterher verzweifelt darüber sein, dass es kaputt ist. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ein dreijähriges Kind auf einen eintritt und einen anbrüllt und zornig ist und alles zerstört oder ob das ein 1,72 großer starker Mann ist. In meinem Brief an die Weltöffentlichkeit habe ich, wie bereits erwähnt, geschrieben, dass der Täter mich auf Händen getragen und mit Füßen getreten hat. Ein halbes Jahr nach der Flucht erschien ein Artikel in der Zeitung, in dem ich als Königin aus dem Keller verließ bezeichnet wurde. Darin heißt es, ich sei ein seltsames Wesen, eine außerordentlich empathiebegabte Frau, aber auch eine mit Herrschaftsalüren. Ihr offenbar grenzenloses Mitleid kann man verstehen, sie weiß nun wirklich, wie sehr ein drehte sich während ihrer Gefangenschaft alles ausschließlich um sie. Um das sicherzustellen, wurde ein immenser Aufwand betrieben, der allein ihr galt. Und ihr Glück war, dass sie wusste, dass sie in diesem Konstrukt die Herrscherin ist, und nicht der Mann, der dachte, er habe sich ein Spielzeug von der Straße weggefangen. Soziales Verhalten konnte sie nicht üben, sie konnte nur absolute Herrschaft lernen, wenn auch ex negativo. Eben diese bewahrte sie aber davor, sich anschließend vorführen zu lassen. Auch wenn ich mir selbst definitiv keine königliche Attitüde zuschreiben würde, ist eines sicher richtig, dass alles, was der Täter tat, mir galt, die Schläge genauso wie die Gummibärchen. An seiner Reaktion, sofern sie nicht völlig irrational und aus dem Blauen heraus kam, konnte ich ablesen, ob ich mich aus seiner Sicht richtig oder falsch verhalten hatte. In Freiheit fiel es mir anfangs schwer, diesen Mechanismus abzulegen. Ich beobachtete die Menschen, versuchte ihren Gesichtsausdruck zu deuten und ihn zu mir in Beziehung zu setzen. Wenn ein Kellner in einem Lokal unfreundlich war, suchte ich den Grund zuerst bei mir, nicht darin, dass er vielleicht einfach mit dem verkehrten Fuß aus dem Bett gestiegen ist oder einfach generell ein grantiger Typ ist. Ich traute mich nicht allein zum Einkaufen, weil ich dachte, jeder würde mir ansehen, wie verloren ich mich fühlte. Bei Leuten, die einfach nur so in der U-Bahn gerade aus starrten, in Gedanken versunken, aber zufällig in meine Richtung, hatte ich das Gefühl, Big brother is watching you. Ich musste lernen, die Dinge nicht automatisch auf mich zu beziehen, gelassener zu werden. Gerade als ich auf diesem Weg große Schritte vollzog, mich etwas unbeschwerter und vertrauensvoller in der Öffentlichkeit bewegte, kamen die Rückschläge. Durch vermeintlich neue Enthüllungen, durch das Wiederaufrollen des Falles, durch die entsprechenden Kommentare in den Medien. Die Reaktionen, die mir daraufhin entgegenschlugen, konnte ich wieder nur auf mich beziehen. Es war ein Prozess, der lange gedauert hat. Wenn ich Menschen kennenlernte, ging das selten auf eine neutrale, unvoreingenommene Weise. Andere Leute können auf einer Party ganz normal von ihrem Leben erzählen, einen kleinen Schwank hier, eine kurze Anekdote da. Anfangs empfand ich das als Manko, dass ich außer dieser sehr speziellen Geschichte wenig beitragen konnte. Ich hatte keine gemeinsamen Erinnerungen mit Freundinnen, Was die Reaktionen darauf angeht, gab es zwei Extreme. Bitte hör sofort auf, davon will ich nichts hören. Selbst wenn es nur eine harmlose Szene in einer Drogerie war und ich beiläufig sagte, ach, diese Minzzahnpasta hatte ich auch, die mochte ich gar nicht. Oder aber es drehte sich nur darum, um nichts anderes. Ich bin froh, dass ich in den vergangenen zehn Jahren immerhin schon ein bisschen eine neue Geschichte aufbauen konnte. Ich habe Freunde gefunden, die mich nicht nur als Produkt des Täters oder der Jahre in Gefangenschaft sehen, sondern versuchen, mich mit all meinen Widersprüchlichkeiten anzunehmen. Die versuchen, mich als ganzen Menschen zu sehen. Einige von ihnen sind schon etwas älter, blicken auf eine eigene Geschichte zurück, mit Höhen und Tiefen. Vielleicht fällt ihnen der Umgang mit mir deswegen leichter. Bei Gleichaltrigen hatte ich vor allem anfangs das Gefühl, uns trennten Welten. Ich habe eine ganze Lebensphase verpasst, die sich nicht einfach nachholen lässt. Ich habe es wirklich versucht, auch weil mir alle dazu geraten haben, hinaus in die Welt zu gehen, mich mit jungen Leuten zu umgeben, Spaß zu haben. Ich war in Clubs, weil ich Musik mag und gern tanze, aber ich musste feststellen, dass mir das nicht viel gibt. Dazu der Rauch und die stickige Luft und die Enge. Unbeschwert sein auf Knopfdruck geht leider nicht. Und es ging schon gar nicht, seit ich aufgrund meiner Entführung zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden bin. Ich erinnere mich noch lebhaft an einen Abend, an dem ich in Begleitung einiger junger Kanzleimitarbeiter in die Wiener Passage ging. Wir tanzten und unterhielten uns und als ich nach einer Weile gehen wollte, umarmte mich einer der jungen Männer und drückte mir zum Abschied einen Kuss auf die Wange. Rein zufällig war auch ein Party Fotograf zugegen, der genau im richtigen Moment abdrückte. Ich war verärgert, aber im Grunde war das eine harmlose Sache, wir kannten uns, was war schon ihr auf dem Tisch lägen Fotos von kompromittierendem Inhalt. Ich verstand nicht ganz, worauf sie hinauswollte und sagte, ich könne mich nicht erinnern, mich in den vergangenen Tagen in einer kompromittierenden Situation befunden zu haben. Sie holte etwas weiter aus, um mir Postwenden zu versichern, sie würde alles dafür tun, dass diese Bilder nicht veröffentlicht würden. Ich müsse nur einem Exklusiv Interview zustimmen. Da ich mich nicht erpressen lassen wollte, lehnte ich das Ansinnen ab. Offenbar bekam man in der Redaktion kalte Füße. In der Zwischenzeit hatten meine Anwälte auch einige einstweilige Verfügungen durchgesetzt. Die Bilder wurden nicht in jenem Blatt publiziert, tauchten aber ein paar Tage später in einer anderen Postille auf. So süß ist ihre erste Liebe. Natascha Kampusch hat einen Freund. Einen coolen Youngster mit Hugh-Grant Frisur, der den oberen Rand seines dunkelblauen Unterhosa als sehen ließ. Ganz nebenbei gab dieser Abend auch Anstoß zu kritischen Gedankenspielen und Kommentaren, was jemand nach achteinhalb Jahren Gefangenschaft in einem Club verloren habe. Das sei verwerflich, ein Zeichen von Liederlichkeit und fehlender Moral. Ein anderes Mal war ich zur Aftershow Zentrum am Küngelberg. Ich hatte Probleme mit dem ganzen Trubel, Schwierigkeiten mit dem Smalltalk mit Menschen, die ich nicht kannte, denen ich aber nicht mit Ignoranz begegnen zu dürfen glaubte. Ich war müde und erschlagen von all den Eindrücken und setzte mich einen Moment lang allein an einen Tisch. Vor mir ein Teller mit Essensresten und jede Menge leere Flaschen und Gläser und ich bin nicht der Typ, der sich nächtelang in Clubs oder in Kneipen herumdrückt. Aber selbst wenn, was wäre schon dabei? Während meiner verlorenen Jugend hätte ich liebend gern die Wahl gehabt, hinauszugehen und das Leben zu genießen, auf welche Art auch immer. Jetzt, wo man mir sagte, geh, mach dich auf, erkunde die Welt, durfte ich eben dies nicht tun, weil das amoralisch war oder mir sofort irgendeine Affäre oder irgendein Problem angedichtet wurde. Das Schlimmste war, die Menschen, die mich begleiteten und die mich eigentlich schützen wollten, so selbst in die Öffentlichkeit gezerrt wurden. Wie hätte ich unter diesen Umständen ernsthaft Freundschaften schließen sollen? Es passiert selbst heute noch, dass Leute aus meinem engsten Umfeld mit mir nicht in die Stadt gehen wollen, weil sie regelmäßig in Restaurants oder Kaffeehäusern angesprochen wurden, kaum dass ich auf die Toilette verschwunden war, und weil sie fotografiert und angestarrt wurden. Sich nur noch in den eigenen vier Wänden treffen zu können, um in Ruhe gelassen zu werden, ist eine Einschränkung, die mir in manchen Phasen sehr zu schaffen gemacht hat. Inzwischen bereitet es mir viel mehr Spaß, Freunde zu Hause zu bekochen, gemeinsam zu essen und noch ein paar Stunden gemütlich um den Tisch herum zu sitzen. Aber es ist etwas anderes, ob man das freiwillig tut, weil man festgestellt hat, dass einem das näher ist, als Kneipenhopping in großer Runde, wo kaum ein intensiveres Gespräch zustande kommt, oder ob man das Gefühl hat, einmal mehr keine Wahlmöglichkeiten zu haben. Ich bin froh, dass ich inzwischen für mich selbst herausgefunden habe, was mir liegt und was nicht. Es ist letztlich Zufall, dass das, was als schrittweiser Rückzug begonnen hat, meinen Bedürfnissen entspricht. Lange habe ich versucht, das umzusetzen, von dem andere überzeugt waren, dass es mir helfen würde. Sie mussten es einfach wissen, sie haben schließlich die Lebenserfahrung, sie haben in Freiheit gelebt, ich nicht. Es hat auch gedauert, meine Bedürfnisse und Interessen überhaupt wieder freizuschälen. Ich hatte jahrelang keine Bedürfnisse zu haben. Mittlerweile habe ich das für mich herausgefunden und kann mich abgrenzen. Das Einzige, was ich nach meiner Selbstbefreiung definitiv über meine Interessen zu sagen wusste, war, dass ich Schluss nachzuholen. Drei Jahre wollte ich mir dafür Zeit nehmen. Zum einen, weil ich nicht einschätzen konnte, was bei den Prüfungen gefordert sein würde. Ich schwankte zwischen du schaffst das schon und selbst zweifeln. Außer den paar Jahren Volksschule hatte ich als einzige Basis das, was ich mir während der Gefangenschaft angeeignet hatte, Wissen aus Lexika und Büchern. Ich hatte gern Texte gelesen über Höhenangaben, die Längen von Flüssen, ihren Pegelstand, überhaupt über alles Geografische. Ich mochte auch Statistiken und Zahlen. Ich finde Zahlen schön. Sie haben etwas Ehrliches. Sie können nicht auf die gleiche Weise missbraucht werden wie Worte. Auch der Täter hat mir hin und wieder etwas beigebracht mit seinen alten Schulbüchern, die er aufgehoben hatte. Seine Motivation war sicher, dass er wie er einmal sagte dumme Menschen nicht ertrage, also ein Interesse daran hatte, dass ich mich geistig weiterentwickelte. Gleichzeitig war aber auch das Lernen mit ihm Mittel zur Machtausübung und Dominanz. Mit besonderer Freude ging er mit gezücktem Rotstift die Aufgaben durch. Bei Deutschaufsätzen war der Inhalt nebensächlich, Hauptsache Grammatik und Rechtschreibung waren korrekt. Regeln, immer hinweg denselben Fehler beging, wurde ich beschimpft und bestraft. Du bist zu dumm zum Scheißen oder das machst du mit Absicht, um mich zu ärgern. Die Sanktionen waren von seiner Gemütsverfassung abhängig, meist wusste er aber recht genau, was mich in diesem Augenblick am meisten treffen würde. Wenn er ein aufgeschlagenes Buch auf meinem Bett liegen sah, drehte er mir für den Rest des Tages das Licht ab. Wenn ich ihm nebenbei von und wenn ich vor dem Lernen schon um ein Glas Wasser bat, weil ich furchtbaren Durst hatte, bekam ich bis zum nächsten Morgen erst recht keines. Zum anderen war ich so ausgehungert nach Bildung, dass ich mich ganz mit der Materie auseinandersetzen wollte, um all die neuen Dinge zu verinnerlichen. Außerdem war ich es nicht gewohnt, mich über einen längeren Zeitraum mit einem Thema zu beschäftigen, strukturiert geistig zu arbeiten. Viel zu vieles wollte ich wissen und am liebsten alles auf einmal und vor allem ganz genau. Ich wollte die Freiheit haben, über alles in Ruhe nachzudenken, auch einmal rechts und links über den Tellerrand zu blicken, um Zusammenhänge zu erkennen und nicht nur stur ein Programm abzuhaken. Ich wollte Bildung nicht konsumieren, ich wollte sie erfassen. Der Abschluss nachzuholen. Am Nachmittag wurde ich von einem Lehrerteam in den unterschiedlichen Fächern einzeln unterrichtet. Ein gemeinsames Schulbankdrücken mit den anderen war aufgrund meines Alters und meiner besonderen Situation schnell verworfen worden. Nicht nur ich, auch die anderen Schüler sollten geschützt, der normale Schulalltag nicht gestört werden. Anfangs war ich darüber fast ein wenig enttäuscht. Ich hätte gern die Erfahrung gemacht, wie es durch die Jahre des Alleinseins gewohnt bin, mein eigenes Tempo zu gehen und eher autodidaktisch zu lernen. Ich war froh, als ich die Prüfung schließlich erfolgreich ablegen konnte. Mit dem Stoff hatte ich weniger Probleme als befürchtet. Ich stand mir allerdings manchmal selbst im Weg, weil ich sehr streng mit mir war. Das ist sicher eine Folge der Gefangenschaft, wo ich nie etwas richtig mit dem Abschluss in der Tasche wollte ich gleich den nächsten Schritt anpacken, die Matura. Dass ich damit bereits begonnen hatte, war in einem Interview zur Sprache gekommen. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre mein kleines Geheimnis geblieben. So entstand ein mehrfacher Druck, weil ich von nun an immer wieder darauf angesprochen wurde, welche Fortschritte ich und einer übervorsichtigen Herangehensweise. Erst wenn ich mir sicher bin, dass ich etwas beherrsche, wage ich den nächsten Schritt. Ich drehe lieber noch eine Korrekturschleife, bevor ich einen dahingehudelten Aufsatz oder eine Matheaufgabe abgebe, von der ich weiß, dass ich den Lösungsweg nicht ganz korrekt beschritten habe. Das kann man schnell als Unsicherheit oder Inkompetenz missinterpretieren. Tatsächlich ist es ein langsames Ausholen, ein umfassendes Vorgehen, in der Hoffnung, so ein besseres Ergebnis zu erzielen. Zu allem Überfluss fiel die Aufnahme der Matura in eine Phase, in der ich massiv im Blick der Öffentlichkeit stand, weil die Causa Campusch wieder aufgerollt wurde. Mit dem Ergebnis, dass ich die Wahrheit gesagt hatte, dass Präklopil ein Einzeltäter war und und und. Kaum war das altbekannte Ergebnis an die Öffentlichkeit gelangt, wurde es postwendend von irgendjemandem wieder angezweifelt. Die Maschinerie von Justiz, Ausschüssen, Presseberichten lief wieder an. Ich musste mehrfach vor Gericht erscheinen, wurde immer wieder zu bestimmten Abläufen befragt, ob der Entführer dieses und jenes getan hatte, ob ich seine Mutter kannte oder nicht, wie die Situation im Haus und im Verlies war, warum ich diesen Jahres X getan hätte. All diese Aussagen wurden anschließend mit den Protokollen meiner ersten Einvernahmen verglichen. Es gab keine Abweichungen, die all den Suchern nach der ganzen Wahrheit Munition hätten liefern können. Trotzdem ging die Endlosschleife weiter. Und sie hat mich in dieser Lebensphase massiv zurückgeworfen. Weil alles wieder aufgerissen wurde. Weil ich mich zurückbegeben musste in eine Zeit, mit der ich inzwischen auch dank der Therapie einen anderen Umgang gefunden hatte. Die Gefangenschaft war ein Stück weiter weg in die Ferne gerückt. Ich versuchte, mein neues Leben in den Griff zu bekommen. Und doch wurde ich immer wieder gezwungen, Bezug dazu zu nehmen. Diese Zeit wieder in mein Leben hinein zu lassen, mehr als das ohnehin schon der Fall war. Die Vergangenheit oder das, was wir beeinflussen. Ich habe in der Therapie mit der Zeit gelernt, mit Erinnerungen und Flashbacks so umzugehen, dass sie mich nicht permanent belasten und verletzen und sich nicht vor dem Rest meines Lebens wie eine unüberwindliche Mauer auftun. Jetzt prallte ich gegen eine Mauer, die immer wieder von außen neu errichtet wurde. Niemals hätte ich mich gegen weitere Untersuchungen gesperrt, wenn es wirklich um neue Erkenntnisse gegangen wäre. Ich sperrte mich noch nicht einmal gegen dieses absurde Theater, das nun inszeniert wurde. Ich stand zur Verfügung, gab Auskunft, auch wenn es längst nicht mehr nur um die Bestätigung von Fakten oder die Klärung von Fragen ging. Meine Vergangenheit war die Kulisse oder das Spielbrett, auf dem sich zig Figuren gegenseitig hin- und herschoben. Meine Gegenwart, mein Ringen um Normalität spielte keine Rolle. In eben dieser Gegenwart wollte ich mich also an der Matura versuchen. Und wenn ich dann wieder einmal gefragt wurde, ob ich sie denn jetzt schon in der Tasche hätte und als nächstes ein Studium aufnehmen würde, kam ich mir manchmal vor wie ein Jean Leur, der zum ersten Mal versucht, in der Öffentlichkeit mit fünf Bällen zu jonglieren. Daheim klappt es perfekt. Nun fallen ihm auf einmal alle Bälle aus der Hand. Auch wenn ich wusste, dass ich die Bälle tatsächlich nicht fallen gelassen hatte, musste es für die Zuschauer oder Leser so klingen, als wäre ich gescheitert, weil ich sagte, ich sei immer noch dabei. Ich war tatsächlich eine Zeit lang gelähmt durch den ganzen Wirbel. Durch den Unmut und Stress entwickelte ich Prüfungsangst. werden, wird sich fügen. Ich bin dankbar, dass mir nun viele Möglichkeiten offen stehen, dass ich verschiedene Prozesse durchlaufen, mich entwickeln kann. Der Weg ist für mich das entscheidende. Das Leben führt einen an so viele Abzweigungen und ich möchte die Freiheit haben, mich immer wieder neu zu entscheiden, welche Abzweigung ich einschlage. Wenn es ein Studium wird, wunderbar. Wenn es keines wird, auch gut. Es mag sein, dass das in unserer eher leistungsorientierten Gesellschaft als wankelmütig oder ziellos empfunden wird. Ich sehe das etwas anders. Vor kurzem habe ich zu einer Freundin gesagt, dass ich mir für mein Leben manchmal eine riesengroße Hilfsnadel wünsche, auf der man wie beim Stricken einige Maschen ruhen lassen kann. So lange, bis man weiß, wie das Muster weitergehen soll und sie wieder aufnimmt. Kapitel 5 Ausgebremst Die schwierige Suche nach einer Aufgabe Es ist vielleicht ungewöhnlich, dass jemand wie ich recht schnell einen Unternehmergeist entwickelt, ranklotzen und sich einbringen will. Das haben viele Leute einfach nicht verstanden. Aber so bin ich nun einmal. Ich dachte, ich stürze mich gleich ins Leben. Andere hätten sich vielleicht in ihre Familie zurückgezogen, viel geweint. Wir sind nun einmal nicht alle gleich. Jeder Weg der Verarbeitung und des Lebens sollte legitim sein. Im Prinzip könnten sich die Leute ja auch darüber freuen, dass ich nun etwas Sinnvolles mache. Bis zu dieser Erkenntnis hat es allerdings eine Weile gedauert. Zu oft habe ich mich durch Einflüsse von außen von meinem Leben abbringen lassen. Manchmal war auch mein Umfeld überfordert damit, meine vielen Ideen zu sortieren und in eine aus seiner Sicht sinnvolle oder überhaupt machbare Richtung zu bringen. Wir hatten einmal eine heftige Diskussion, in der mir immer wieder gesagt wurde, das geht nicht, weil karitative Arbeit ja, aber nur bei passenden Institutionen. Für andere Bereiche sei ich verbrannt. Das wollte ich nun wieder nicht. Ich wurde ohnehin schon regelmäßig als Opferexpertin mit dem an mir begangenen vergleichbar war. Dabei lässt sich das nicht vergleichen. Jeder Fall ist anders. Jeder Betroffene ist anders. Jeder Täter ist anders. Ich möchte mir nicht anmaßen, das von außen zu beurteilen. Außerdem wollte ich nicht den Opferstatus festigen, sondern wenn ich schon in die Öffentlichkeit gehe, auch andere Dinge transportieren, Mut machen. Ein Vorbild sein für andere, in dem Sinne, dass man sein Leben in den Griff bekommen kann, dass man auch etwas Positives aus dem Leid, das man erlebt hat, ziehen kann. Ich hätte etwas erzählen wollen von den Strategien, die mir geholfen haben, zu überleben. Auch hier gilt, jeder ist anders. Aber vielleicht hätte der eine oder andere für sich etwas Hilfreiches aus dem Gesagten herausziehen können. Gefragt waren solche Beiträge eher selten. Meist drehte es sich um von der Vergangenheit lösen. Das war wie ein Selbstläufer, als müsste ich mit mir selbst konkurrieren, in meinem Versuch der alten Natascha eine neue entgegen zu setzen. Den Satz, den ich in den Diskussionen um meine Zukunft am häufigsten gehört habe, war »Das kannst du nicht machen, dafür bist du zu bekannt. Halb im Scherz sagte ich einmal »Wunderbar, dann kann ich mich ja um einen Job beim Fernsehen bewerben, da ist Bekanntheit schließlich nicht hinderlich. Ein Moment lang blickten sich alle nur verblüfft an. Vielleicht wäre das ja wirklich etwas. Erfahrungen in diesem Bereich hatte ich natürlich keine, außer dass ich als Kind Nachrichten oder Tier Sendungen wie »Wer will mich« nachgespielt habe, vor dem Spiegel auf einem Ratternsessel sitzend und mit den Katzen meiner Mutter auf dem Schoß. »Alf« »Eine Schrecklich Nette Familie« oder »Star Trek« nach. Vor allem die »Science Fiction« Streifen faszinierten mich. Die Helden und Heldinnen dieser Geschichten bewegten sich in fernen Galaxien und konnten mithilfe des Holodecks virtuelle Welten schaffen. Nicht nur im Kopf, sondern so, dass sie sich darin tatsächlich bewegen konnten. In meiner Fantasie streifte ich durch unzählige Welten. Doch wie gerne Später hörte ich mir regelmäßig die Sendung »Im Gespräch« von Peter Hümer im Radio an. Es war faszinierend, ihm und seinen Gästen beim Denken und Formulieren zuzuhören. Überhaupt fand ich Radio eigentlich besser als Fernsehen, weil nichts vom Gesagten ablenkt. Kein buntes Bühnenbild, keine Moderatoren, die sich in Szene setzen müssen, damit die Zuschauer nicht umschalten. Es ist irgendwie ehrlicher und mehr bei der Sache. Aber gleichzeitig eine Möglichkeit, die Rollen einmal zu vertauschen. Nicht mir würden Fragen gestellt, sondern ich könnte Fragen stellen, die nicht nur ich, sondern hoffentlich auch die Zuschauer spannend finden würden. Ich könnte interessante Menschen interviewen, im Rahmen eines neuen Formats, das vielleicht nicht nur prominenten, sondern auch normalen Menschen mit einer ungewöhnlichen Geschichte eine Plattform bieten würde. Ich bin grundsätzlich jemand, der sich für sein Gegenüber interessiert. Ich habe eine sehr gute Beobachtungsgabe, kann schnell reagieren und mich auf eine veränderte Situation einstellen. All das habe ich in Gefangenschaft perfektionieren müssen. Doch ob das reichen würde? Es gibt zig hochqualifizierte Journalisten, die sich freuen würden, eine Gesprächssendung zu moderieren. Warum sollte sich jemand für mich entscheiden? Dass mir das Spaß machen würde, wusste ich. In Barcelona, mal die Rolle der Fragenden übernommen. Die Thema-Redaktion hatte mich und meine Schwester damals ein paar Tage auf meiner ersten Auslandsreise nach der Gefangenschaft begleitet. Sie hatte nach einem anderen Ansatz gesucht. Kein Studiogespräch im Sinne von wie geht es Ihnen heute ein Jahr danach, sondern etwas Neues, das mich etwas umfassender zeigen sollte. Nicht nur im ernsten Eins-zu-eins Dialog, sondern auch mal unbeschwert, beim Bummeln Ich schuldete es den vielen Menschen, die ehrlich Anteil genommen hatten, in gewisser Weise Bericht zu erstatten, wie es mir inzwischen ging. Wahrscheinlich wäre das schottische Hochland oder ein Ort in Skandinavien meiner empfindlichen Haut besser bekommen, aber mit Barcelona verband ich viele romantische Vorstellungen. Die hingetroffte Architektur von Gaudi, die mich an die Gebilde aus Sand erinnerte, die meine Schulkameraden in den Sommerferien gebaut hatten und die sie am ersten Schultag stolz auf Fotopapier gebannt herumreichten. Bunte Liegen am Strand, Sonnenschirme, dahinter das blaue Meer. Ich war bis dahin noch nie am Meer gewesen. Spanien kannte ich ein bisschen aus dem Fernsehen. Klischees von trubeligen Straßen, auf denen früher oder später immer jemand Flamenco tanzt und ein anderer dazu singt, Prachtbauten, die an vergangene glorreiche Jahrhunderte erinnern und natürlich der Stierkampf. Für mich als Vegetarierin und überzeugte Tierschützerin ein eher zweifelhaftes Vergnügen. Im Flieger studierte ich eingehend Stadtplan und Reiseführer. Wir hatten ein recht straffes Programm, inklusive Flamenco Abend, und ich wollte nicht nur hinterherlaufen und mich von einer Stadtführerin berieseln lassen, sondern vorbereitet sein. Bei unserer Ankunft präsentierte sich die Stadt ganz anders als erwartet. Es war brütend heiß, ohrenbetäubend laut, und über allem lag eine dichte Dunstglocke, sodass man kaum Luft bekam. Unser Hotel in der Nähe der Rambler entpuppte sich als Baustelle. Die Lobby war mit Abdeckplanen verhüllt, am Boden lagen aufgerissene Zementsäcke, es wurde gebohrt und geflext, dass man sein eigenes entschieden, das Hotel zu wechseln. Das Neue lag am alten Hafen, an dem inzwischen nur noch die Kreuzfahrtschiffe anlegten. Gewaltige, luxuriöse Kähne, die Touristen aus aller Welt ausspuckten. Genau wie wir strömten sie durch die engen Gassen und verteilten sich auf die Doppeldecker Busse, die zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten fuhren. Gaudis Sagrada Familia konnte ich leider nur von außen gesäumt von prachtvollen Oleanderbüschen, Palmen, Agaven und anderen exotischen Pflanzen. Der Stadtlärm war nur noch ein Hintergrundrauschen. Bunte Papageien kreischten, in den Blüten war ein einziges Gesumme von Bienen und anderen Insekten. Auch hier waren wir natürlich nicht die einzigen Touristen mit Kameras im Anschlag, aber auf dem rund 17 Hektar großen Areal verteilten sich die Menschen besser als unten in der Stadt. Nur vor dem ehemaligen Wohnhaus Gaudis, in dem heute ein Museum untergebracht ist, hatte sich eine lange Schlange gebildet. Wir schlenderten durch die Anlage. Ich war fasziniert von den Bauwerken mit ihren markanten Zuckergussdächern und dem großen Terrassenplatz, der von einer ovalen Begrenzungsmauer umgeben ist. Auf der Mauer kann man sitzen, sie ist über und über von kleinsten Blumen, Fischen oder Sternen. Ich hätte stundenlang dort umhergehen können, um die ganzen liebevollen Details in mich aufzunehmen. Auch wenn es kitschig klingt, Kunst rührt mich manchmal zu Tränen. Das muss gar nichts von Menschenhand Geschaffenes sein. Die Kunst, die in der Natur verborgen ist, hat vielleicht noch viel stärkere ästhetische Momente. Ich habe zu Hause eine ganze Sammlung aus kleinen Kunstwerken aus der Natur, Muscheln und Steine, die ich immer wieder hervorhole, fotografiere oder anfasse. Sie erzählen viel von der Entstehung der Erde und des Lebens und sind für mich eine Verbindung mit den Zeiten. Am nächsten Tag fuhren wir ein paar Minuten aus der Stadt hinaus an den Strand. Es war erstaunlich wenig los. In dem Abschnitt, an dem wir waren, gab es noch Wasser war herrlich und nach ein paar Minuten hatte ich vergessen, dass eine Kamera lief. Ich hätte ewig so weiter treiben können. Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Die Sonne geht gleich unter, wir wollten doch noch das Interview machen. In dem Gespräch ging es gleich zu Anfang um das Thema Vertrauen, ob ich den Menschen inzwischen offener begegnen könnte und wie ich mit den ganzen Eindrücken, die von außen auf mich einprasselten, umgehen würde. Voll und ganz Vertrauen kann ich bis heute nicht. Und was die optischen, akustischen oder olfaktorischen Reize angeht, hat es tatsächlich drei Jahre gedauert, bis ich das verkraften konnte. Wenn ich im Zug oder im Auto saß, wurde mir schwindelig vom Vorbeirauschen der Landschaft. Ich konnte die Bilder nicht so schnell einordnen konnte, begann mein Puls zu rasen. Anfangs dachte ich mir noch, warum haben andere Menschen damit kein Problem? Warum sind ihre Sinne davon nicht überfordert? Wie halten sie das aus, wenn sich alles überlagert, von Parfum oder Rasierwasser über Essensgerüche bis hin zu Autoabgasen? Sind sie einfach unsensibel oder haben schlechte Sensoren? Nein, sie waren einfach daran gewöhnt. Erst mit den Jahren habe ich gelernt, dass es sich etwas einfacher lebt, wenn man diese Hypersensitivität, die ich während der Gefangenschaft entwickelt hatte, ablegt. Ein Jahr nach dem Ende der Entführung fiel es mir immer noch schwer über die Vergangenheit und die Gegenwart, die davon mehr als heute überlagert war, zu reden. Mitten im Gespräch bat Ich Christoph Feuerstein die Kamera gemacht, dass wir uns doch gegenseitig beim Gespräch filmen könnten. Wie beim fotografieren hat mir die kleine Handkamera dabei geholfen, ein Stück weit die Distanz zur Situation und zum Inhalt unseres Gesprächs zurückzugewinnen. Im weiteren Verlauf tauschten wir dann zunehmend die Rollen. Es entwickelte sich auf Fragen von mir eine Unterhaltung, in der es nicht nur um die Verarbeitung meiner Geschichte ging, sondern allgemein um Fragen des Lebens, mit denen wir uns alle beschäftigen. Für mich hat Barcelona damals vieles wieder aufgerührt, anderes zurechtgerückt. Ich wollte mein Leben in die Hand nehmen und etwas daraus machen. Was als fixe Idee begonnen hatte, wurde einige Monate später als Medien Coup angekündigt. Nach ersten Sondierungsgesprächen und mehreren Probeaufnahmen war die Entscheidung gefallen, dass ich 2008 bei PULS 4 eine eigene Gesprächssendung bekommen sollte. Der Sender war 2007 vom Medienkonzern 7-1 übernommen worden. Das Programm sollte neu ausgerichtet, neue Konzepte sollten entwickelt werden. Vorgesehen waren sechs Folgen eines 45-minütigen Formats mit jeweils einem Gast, den ich in die Tiefe gehend befragen wollte, ohne reißerische Enthüllungsgedanken und ohne die Intimsphäre meines Gegenübers zu verletzen. Es gab im Vorfall ein langes Gespräch über Interview-Führung und Fragetechniken, an dem Peter Hümer und der Sohn von Georg Danzer teilnahmen. Daraus wurde eine stundenlange Unterhaltung, an deren Ende mich beide darin bestärkten, dass ich es wagen sollte. Es sollte eine mehrmonatige Pilotierungsphase geben, in der erste Gespräche mit interessanten Menschen aufgezeichnet wurden, ich sollte Sprechtraining erhalten und einen entspannten Umgang mit der sehr speziellen Studio-Atmosphäre lernen. Die Reaktionen aus meinem privaten Umfeld waren zwiespältig. Die Tatsache, dass ich ohnehin schon unter meiner Bekanntheit litt, dass mich das alles sehr belastete, sprach aus ihrer Sicht dagegen. Ich hatte die Hoffnung, dass es etwas anderes sein würde, nicht aufgrund des Entführungsfalles in den Medien zu stehen, sondern aufgrund meiner Arbeit. Ich hatte nie auf diese Weise bekannt werden wollen. daran, diese Bekanntheit zu nutzen, etwas Sinnvolles zu tun, mir ein Fundament zu schaffen, auf dem ich aufbauen konnte. Natürlich ist mir diese legitime, aber vielleicht etwas naive Sicht auf die Dinge ins Kreuz gefallen. Nachdem der Sender das Format angekündigt hatte, gab es bereits die ersten skeptischen Reaktionen in den Medien, die in der Redaktion natürlich nicht ungehört blieben. Der Sendestart wurde verschoben, obwohl die ersten Folgen bereits abgedreht waren. Am 1. Juni 2008 wurde schließlich die erste Sendung ausgestrahlt. Sie erreichte den bis dahin höchsten Marktanteil. Ein Erfolg. Sicher der Neugier vieler Zuschauer geschuldet, die sehen wollten, wie ich mich schlug. In den Reaktionen auf mein Gespräch mit meinem Wunschgast Niki Lauda ging es dann auch nur am Rande darum, wie ich meine Arbeit gemacht Presse eher ein kollektives Aufstöhnen. Jetzt muss sie sich mit ihrer Geschichte auch noch ins Fernsehen drängen. Kann die nicht einfach mal daheim bleiben und heulen, so wie sich das gehört? Ganz anders dagegen waren die Reaktionen, die ich per E-Mail erhielt. Selbst aus Italien kamen Glückwünsche von Menschen, die sich freuten, dass ich nun zu neuen Ufern in mein eigenes Leben aufgebrochen sei. Dass in der heimischen Presse dennoch so darauf herumgeritten wurde, dass der Marktanteil im Vergleich zum ORF nur mittelmäßig sei, da lief der Thriller Collateral mit Tom Cruise, hat nicht nur mir, sondern auch dem Sender das Projekt ein wenig vermiest. Nach Niki Lauda wurden nur noch die Interviews mit Stefan Rosowitski und Veronika Ferres ausgestrahlt. Rosowitski hatte gerade mit Die war ich im Bayerischen Hof in München am Rande einer Veranstaltung ihrer Power Child Stiftung. Sie hatte kurz zuvor ein illustriertes Buch veröffentlicht mit dem Titel »Nein, mit Fremden gehe ich nicht«. Mithilfe dieser Geschichte sollten Eltern ihren Kindern vermitteln können, wie man sich in brenzligen Situationen verhält. Konkret ging es um Präventionsmaßnahmen wie »Lass dich nicht von fremden Menschen ansprechen, nimm keine Süßigkeiten an und steig nicht in ein fremdes Auto. In meiner Kindheit hatte es von der Polizei entsprechende Heftchen gegeben, die das richtige Verhalten in einer solchen Situation und die bösen Absichten dieser Fremden schilderten. Es war ein wenig seltsam, die sicher grundsätzlich richtigen Tipps zu hören, die aber in meinem Fall so gar nicht gefruchtet haben. Vielleicht war die thematische Nähe einer der Gründe, warum diese Sendung nicht die Sternstunde unter den aufgezeichneten Piloten war. Vielleicht lag es auch daran, dass immer wieder eine Putzfrau versehentlich durchs Bild lief und mehrfach geschnitten werden musste. Genauso wie bei Niki Lauda, wo die Klimaanlage so laut war und das Licht immer wieder neu justiert werden musste, weil wir uns fühlten wie Grillhähnchen und vor lauter Schwitzen beinahe an den Hockern festgeklebt werden. Aber es war in Ordnung und die Quoten waren wie gesagt gar nicht schlecht. Im November 2008 wurde über eine Neuausrichtung des Formats diskutiert. Es sollte doch etwas Boulevardesca werden, mit mehr Einspielern, weniger statisch, mehr Action. Schade, aber vielleicht auch für mich die richtige Entscheidung. Die Helme war in einigen Blättern erwartungsgemäß groß. Klar, dass die das nicht packt. Ich denke manchmal, wäre ich mit Busenblitzern oder irgendwelchen schrägen Auftritten im Internet oder in Sendungen wie dem Dschungelcamp bekannt geworden, hätten sich wahrscheinlich weniger Leute darüber empört, dass ich eine eigene Sendung bekommen habe. Man hätte vielleicht müde gelächelt, Mai, wieder so ein Sternchen halt, die meint, sie wäre ein Star. Als solchen habe ich mich nie gesehen. Ich bin oft genug auf Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen wir müssen uns verbiegen, damit wir ins Rampenlicht kommen und du schaffst das einfach so. Dieses einfach so habe ich mir nicht ausgesucht. Ich hatte lediglich die naive Idee dort anzuknüpfen, wovon ich als Kind schon geträumt habe. Ich wollte selbstständig sein, mein eigenes Geld verdienen, vielleicht Schauspielerin werden, Bücher schreiben, etwas mit Medien oder Kunst machen. Hätte ich nicht diese Geschichte mit der Gefangenschaft und wäre ganz normal aufgewachsen, würde sich niemand auf diese Weise darüber beschweren oder darüber urteilen, was ich tue. Es würde rein um die Arbeit an sich gehen und um deren Qualität, wertfrei und objektiv. Man wirft mir einerseits vor, ich würde mich und meine Geschichte vermarkten. Wenn ich mir heute ansehe, welche Optionen ich in den vergangenen Jahren hatte, welche Türen mir offen standen, dann waren das nur sehr wenige und sie hatten letztlich doch alle wieder mit dem Fall Kampusch zu tun. Einige Türen wurden mir genau deswegen vor der Nase zugeschlagen. Wenn ich mich dann selbst auf meine Geschichte reduziert habe, im Sinne von ich will sie zurück haben, ich möchte sie selbst erzählen, wurde mir schnell auch daraus ein Strick gedreht. Jetzt wälzt sie das auch noch auf 284 Seiten aus und will aus ihrer selbst mitleidigen Tour Kapital schlagen. Und was bleibt uns? Wir zahlen Steuern und knapsen rum, während die sich auf ihren fetten Hintern setzt und Geld zählt. Ich glaube nicht, dass die da eingesperrt war, weil das gibt es ja gar nicht, dass man da überlebt. Kapitel 6 3096 Tage Aus meinem Buch wird ein Film. Ich hätte gern mehr davon gesehen, wie ich überlebt habe. Ich war nicht so ein Opfer. Außerdem hat es bei den beiden Charakteren überhaupt keine Entwicklung gegeben. Trotzdem hat der Film sehr viel wieder aufgewühlt. Als Bernd Eichinger im August 2006 in den Nachrichten davon erfuhr, dass in Österreich ein verschwundenes Mädchen nach langen Jahren der Gefangenschaft wieder aufgetaucht war, sei er wie im Büro jeden Schnipsel Informationen zu diesem Fall zu sammeln. Wer weiß, vielleicht wäre das ja Stoff für einen Film. Schon kurz nach meiner Selbstbefreiung gab die Konstantin Film pro Forma ein Angebot ab, um sich die Filmrechte zu sichern. Niemand dachte in diesem Augenblick an so etwas, ich am aller wenigsten. Ich hatte genug damit zu tun, die ersten Schritte in meinem neuen Leben zu machen. Dass dieses Angebot überhaupt vorlag und auch immer wieder bei meinen Anwälten nachgefragt wurde, davon erfuhr ich erst, als im Frühsommer 2010 eine Einigung mit Eichinger und der Konstantin zustande kam. Die Dreharbeiten sollten 2011 beginnen, der Film ein Jahr später in die Kinos kommen. Ich kannte Eichingers große Filmproduktionen wie »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, Der Name der Rose, Das Beeindruckende, spektakulär inszenierte Filme, in denen sehr viel passiert. Meine Geschichte war anders. Es gab keine schnellen szenischen Wechsel, im Wesentlichen nur zwei Schauplätze, das Verlies und das Haus, und von Erzählungen aus meiner Kindheit abgesehen, nur zwei Akteure, mich und den Entführer. Es ging um Macht und deren Missbrauch, um das Verhältnis zwischen Opfer und Täter und um eine eher subtile Entwicklung, nämlich darum, wie sich das Strategien entwickelte, die mir das Überleben sicherten und mir schließlich dabei halfen, mich zu befreien und den Täter zu überleben. Ein leiser Stoff und viel Psychologie, trotz all der Dramatik, die in diesem Entführungsfall steckt. Eher ein Kammerspiel, ein zähes Ringen, kein lauter actionreicher Film. Ich war skeptisch, ob das der richtige Stoff für ihn sein würde, jedenfalls so, wie ich ihn auf der Leinwand inszeniert Meine Berater versicherten mir, es würde schon alles gut werden. Dass Eichinger sich des Stoffes annehmen wolle, sei genial, zumal er sich selbst um das Drehbuch kümmern und Regie führen wolle. Der Stoff sei prädestiniert für einen Oscar. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich wirklich wollte, dass meine Geschichte verfilmt würde. Die Arbeit an meinem Buch, das die Grundlage für das Drehbuch bilden sollte, war noch nicht abgeschlossen. Es hatte mich über Monate hinweg viel Kraft gekostet, mich mit all dem auseinander zu setzen, mit meiner Kindheit, den Jahren der Gefangenschaft und der Zeit unmittelbar danach. Ich bin phasenweise an die Grenzen meiner Belastbarkeit gestoßen. Mehr als einmal bin ich hoch geschreckt, wenn ich kurz auf dem Sofa eingenickt war, blickte mich panisch um, weil ich dachte, ich wäre im Verlies. Gleichzeitig wollte ich diese Geschichte erzählen, um Lücken zu schließen, damit nicht mehr so viel hineingeheimnist werden konnte. Ich wollte mir meine Vergangenheit, vor der ich ohnehin nicht davonlaufen konnte, ein Stück weit zurückholen. Die Deutungshoheit über das, was ich erlebt habe, was ich inzwischen aber verselbstständigt hat, ständig neu gedeutet und bewertet wurde. Für mich war dieses Buch auch eine Art Schutzschirm. Wenn ich wieder und wieder nach den gleichen Dingen befragt wurde, könnte ich nun darauf verweisen, dass zwischen diesen beiden Buchdeckeln alles geschrieben stehe und mehr dazu nicht zu sagen sei. So hart es auch war, die Arbeit an dem Buch hat mir bei der Verarbeitung geholfen und es hat tatsächlich dazu geführt, dass mich die werden, weil die Medien sich nun mit meiner Sicht auf die Dinge auseinandersetzen mussten. Bei der Buchpräsentation im September 2010 in Wien sagte ich, dass ich hoffe, damit das Ballastpaket meiner Vergangenheit abwerfen und endlich mit meinem neuen Leben beginnen zu können. Während ich in einem Nebenraum verkabelt wurde, erzählte mir eine Angestellte der Buchhandlung es seien an die 700 Menschen da, verteilt auf zwei Ebenen, über Videoleinwände würden die Lesung und das anschließende Gespräch übertragen. Aus Frankreich und Deutschland waren Fernseh- und Radioteams gekommen, dazu viele Journalisten aus dem Printbereich. Die Besucher der Lesung hatten bereits Stunden zuvor geduldig zwischen Absperrgittern in einer langen Schlange ausgeharrt und Taschenkontrollen über sich ergehen lassen. Am Morgen stand in der Zeitung, dass über 30 Security-Leute, mehrere Detektive und rund 60 Angestellte für meine Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgen würden. Dass man offenbar gezielte Störungen befürchtete, kam nicht dann ungefähr. Im Netz hatten Kampusch-Hasser zu entsprechenden Aktionen aufgerufen. All das trug nicht gerade dazu bei, dass ich meine Anspannung legte. Beim Lesen gerät ich anfangs immer wieder ins Stocken. Die Passage war an dem ich einen Kuchen backen sollte, nach einem Rezept von Priklopils Mutter. Mehrmals hatte ich es mir durchgelesen, um nur ja keinen Fehler zu machen. Er stand hinter mir und kommentierte jeden Handgriff. Meine Mutter schlägt die Eier aber ganz anders auf. Das wird sowieso nichts, das sehe ich jetzt schon. Pass doch auf, du bist viel zu ungeschickt, die ganze Arbeitsfläche ist voll Mehl. Egal, was ich tat, es war falsch oder bot Anlass zu weiteren Vergleichen meines Unvermögens mit der Unfehlbarkeit seiner Mutter. Nach dem nächsten gemeinen Kommentar entfuhr mir der Satz, wenn deine Mutter das alles so viel besser kann, warum fragst du sie dann nicht, ob sie dir einen Kuchen backt? Von einer Sekunde auf die Nächste verlor er die Beherrschung, fegte die Schüssel mit dem Im Laufe des nächsten Tages verlor ich zunehmend die Kontrolle über meinen Körper und meine Gedanken. Ich hatte Krämpfe, versuchte, den bohrenden Hunger mit etwas Wasser zu stillen, ohne Erfolg. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, als an etwas zu essen. Und daran, dass er mich nun wirklich elendig verrecken lassen würde. Ich begann zu fantasieren, lag wimmernd und schweißgebatet oben Das Wasser stieg immer höher. Es war kalt. Ich fühlte, wie es erst nur meine Arme und Beine umspülte, dann meinen Brustkorb, meinen Hals umschloss. Irgendwann hörte ich die Stimme des Entführers, gefolgt von einem dumpfen Geräusch, das ich nicht zuordnen konnte. Da hast du was. Danach wieder Stille. Alles um mich herum schwankte. Ich hatte längst die Orientierung für Raum und Zeit verloren. Unter mir war nichts, ein schwarzes Nichts, das meine Hand immer wieder ins Leere greifen ließ. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich realisierte, wo ich mich befand und die Kraft hatte, nach der Leiter zu tasten und rückwärts hinunter zu klettern, vorsichtig, Sprosse für Sprosse. Als ich am Boden angelangt war, kroch ich auf allen Vieren vorwärts. Meine Hand schickt, dass der Inhalt herausfiel und über den Boden rollte. Ich tastete panisch umher, bis ich etwas Längliches, Kühles spürte. Eine Karotte? Ich krabbelte umher, jeden Winkel absuchend, bis ich eine Handvoll zusammen hatte, die ich mit nach oben ins Bett nahm. Nachdem ich die Karotten eine nach der anderen verschlungen hatte, rumpelte mein Magen laut und krampfte sich zusammen. Erst nach zwei Tagen kam der Täter zurück. Wirst du jetzt brav sein? Als ich die Stelle zu Ende gelesen hatte, rührte sich niemand im Publikum. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen in diesem Moment verstanden, dass es verschiedene Formen des Missbrauchs und der körperlichen und seelischen Qualen gibt, denen man ausgesetzt sein kann. Freiheitsentzug und das Einsperren einer Person stellen per se schon einen Missbrauch dar. Der Täter hat mir Lebenszeit gestohlen und die Perspektive auf ein normales Leben. Der Hunger und die Demütigung, denen ich ausgesetzt war, wogen sehr viel schwerer als das, worüber in der Öffentlichkeit spekuliert wurde. In der Zusammenschau der ganzen achteinhalb Jahre war das nur ein weiterer Puzzlestein. Nach meiner Selbstbefreiung hatte ich manchmal das Gefühl, die Reduktion auf diesen einen Aspekt sei eine weitere weil sie die perfide Gesamtstrategie des Täters auf die Befriedigung eines Triebes reduzierte und es so klingt, als hätte er an mir nur dieses eine Verbrechen verübt. Dabei waren es so viele mehr, die bis heute nachwirken. Über solche einzelnen Szenen, die nur einen kleinen Teil der ganzen Geschichte abbilden, mit einem wildfremden Regisseur oder gar einem ganzen Filmteam reden zu müssen, diese Vorstellung fiel mir nicht leicht. Wieder angebohrt zu werden, vielleicht noch tiefer gehen zu müssen, als ohnehin schon beim Schreiben, wo ich meine eigenen Bilder im Kopf hatte, damit mochte ich mich nicht so recht auseinandersetzen. Mit dem Buch hatte ich vieles offengelegt, aber damit auch eine Grenze gesetzt, von der ich hoffte, sie würde respektiert werden. Schon als im Jahr 2009 eine Dokumentation über meinen Fall gedreht werden sollte, war es im Vorfeld immer wieder darum gegangen, was ich möglicherweise alles noch nicht erzählt hätte, was die Öffentlichkeit aber unbedingt wissen müsse, um genau zu verstehen, was in diesen achteinhalb Jahren geschehen ist. Ich glaube, man wird das nie ganz verstehen können, denn diese Zeit sprengt einfach jedes Vorstellungsvermögen. Der Täter, Auskunft über seine Motive und sein Verhalten hätte geben können, hat sich ich auf meinen Schultern, in mehrfacher Hinsicht. Ich lebe mit ihren Folgen, auch solchen, die so absurd sind, dass ich mir nie eine Vorstellung davon gemacht hätte. Ich muss erklären, wo ich nichts erklären kann. Ich muss rechtfertigen, wo es nichts zu rechtfertigen gibt, einem Bild entsprechen, dem ich nicht entsprechen will. Es ist manchmal wie eine Pervertierung des Satzes von Wolfgang Prinklopil Du gehörst nur mir. Ich habe dich erschaffen. Natürlich bin ich durch die Tat dieses Menschen zu einer öffentlichen Person geworden. Aber eben nur durch diese Tat. Ich habe mich nicht auf den Platz vor dem Stephansdom gestellt und laut gerufen, seht her, da bin ich, lasst mich berühmt werden, ich werde euch alles erzählen, lückenlos. Um zu verstehen, was man eigentlich nicht verstehen kann, genügt meiner Zwangsunterernährung, zu der psychischen und physischen Gewalt, der ich achteinhalb Jahre ausgesetzt war. In einem Interview habe ich einmal gesagt, dass es mir manchmal so vorkommt, als würden Teile des Publikums auf Spiele warten, wie im alten Rom. Wäre ich zynisch, würde ich fragen, reicht das Spektakel nicht aus? Muss es noch mehr geben? Was wäre anders, würde es mehr geben? Für das Leben des Publikums ändert sich nichts. Die Leute, die sich nur kurz damit befassen, Polizisten, Richter, die Öffentlichkeit, für die ist es nur ein Fall, eine Geschichte, vor der man sich gruseln kann, über die man entsetzt sein kann, was auch immer. Ich bin nicht bereit, jeden Winkel meines Innersten nach außen zu kehren, und ich verstehe auch nicht, warum immer wieder die Forderung erhoben wird, dass ich genau dies tun sollte. Es trüge weder zur Aufklärung des Falles etwas bei, der aufgeklärt ist, auch wenn gewisse Kreise das immer noch nicht akzeptieren wollen. Es trüge auch nichts zum Strafmaß des Täters bei, der sich durch seinen Freitod einer Bestrafung entzogen hat, auch wenn gewisse Kreise den Freitod nicht akzeptieren wollen, sondern Mord wittern. Gier, die ich noch nicht einmal Sensationsgier nennen würde. Beim Fall Fritzl, der später oft in einem Atemzug mit meinem genannt wurde, war vieles kein Thema, weil es bereits auf dem Tisch war. Es gab einen Täter, der viel Aufmerksamkeit gebunden hat. Es gab eine Tochter, die missbraucht worden war, jahrelang, eine inzestuöse Zwangsverbindung, aus der Kinder hervorgegangen sind, die geschützt werden mussten. Das Thema war kein Thema. Es war offensichtlich, niemand musste Details wissen. Es gibt, wie gesagt, viele Formen der Misshandlung. Es gibt seelische Grausamkeit. Aber nichts scheint so schwer zu wiegen und die Fantasie so anzufachen wie sexueller Missbrauch. In der britischen Yellow Press hieß ich über Jahre nur The Sex Slave. Der Täter war auch in deutschsprachigen Blättern die Sex Bestie. Eine Bestie war dieser kranke Mensch in vielerlei Hinsicht. Aber offenbar reicht das nicht aus. Natürlich war ich auch sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Aber dass ich darüber gesprochen und geschrieben habe, reicht offenbar nicht aus. Und schon gar nicht konnte man damit umgehen, dass ich immer wieder betonte, mir einen letzten Rest an Privatsphäre bewahren zu wollen. Es scheint aus Sicht Detail meiner Geschichte, jedes Ereignis, jedes Gefühl an die Öffentlichkeit zu tragen. Das beständige Einfordern, noch mehr Preis zu geben, ist so, als wollte man mich ein zweites Mal meines Rechts auf Individualität und Privatsphäre enteignen. Genau das hatte der Entführer achteinhalb Jahre getan. Warum ist mein Wunsch nach wenigstens diesem einen Stück Privatheit so schwer zu verstehen und zu akzeptieren? Bekanntheit haben, wenn man irgendwo in einem Interview oder Artikel über ihre Schulnoten spricht oder ihr Gehalt veröffentlicht. Aber ich soll die übelsten Ecken ausleuchten lassen und werde dafür gescholten, wenn ich es nicht tue? Mit dem fürsorglichen Verweis, damit ließe ich ja gerade Raum für Spekulationen. Wenn ich diesen vorbeugen wolle, müsse ich einfach mit der ganzen Wahrheit herausrücken. Wer will davon ist es doch eine Tatsache, die ich auf eine bittere Art lernen musste, dass diese Spekulationen nie aufhören werden. Weil die Tat an sich die menschliche Vorstellungskraft sprengt, weshalb man sie offenbar immer weiter garnieren und ausschmücken muss und sich noch in die abwegigsten Theorien versteigt. Weil die Täter-Opfer-Beziehung so komplex ist, dass es kein klares Schwarz und Weiß gibt. Weil die Gesellschaft solche vermeintlichen Monster wie Wolfgang Priklopil braucht, um dem Bösen, das in ihr wohnt, ein Gesicht zu geben und es so von sich abzuspalten. Sie benötigt Bilder von Kellerverliesen, um nicht auf die vielen gepflegten Fassaden und Vorgärten sehen zu müssen, in denen die Gewalt sich hinter einem ganz normalen bürgerlichen Antlitz verbirgt. Wolfgang Priklopil war ein Mann, der als freundlich, hilfsbereit vielleicht etwas scheu beschrieben wurde von seinen Nachbarn. Hinterher hatte man ja schon etwas geahnt haben wollen, ein Sonderling, aber gleich so etwas, nein, undenkbar. Trotzdem war er ein Mensch, keine Bestie, das wäre zu einfach. Wir sind alle geprägt von unserer Umgebung, niemand kommt grundschlecht auf die Welt. Wir haben alle unsere Geschichte, aber man will das nicht sehen, sonst müsste man sich mit sich selbst beschäftigen. Es gibt tausende Opfer, vermeintlich alltäglicher Verbrechen, tausende misshandelte Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, aber nicht nur, und das alles spielt sich im ganz alltäglichen Gefängnis der eigenen Wohnung oder des eigenen Kinderzimmers ab. Es gibt vermutlich tausende Tagebucheinträge wie diese, die aber nie an die Öffentlichkeit gelangen werden. Fausthiebe und Tritte, bürgen, kratzen, Handgelenkprellen, abquetschen desselbigen, gegen den Türrahmen stoßen, mit Hammer und Fäusten in Magengegend geschlagen, Blutergüsse auf und am rechten Hüftknochen, rechten Ober- und Unterarm, am linken und rechten Oberschenkel sowie an den Schultern, Schürfungen und Kratzschnittwunden an den Oberschenkeln der linken Wade, mehrmals auf mich eingeprügelt, schwarze Blutergüsse unterhalb der Schulterblätter und entlang des Rückgrats, Schlag auf mein rechtes Ohr, alles nur noch ein Stechen und Knacksen, dann schlug er weiter auf meinen Kopf ein. Verbrechen wie jenes an mir helfen das Gerüst von Gut und Böse, an dem die Gesellschaft festhält, zu zementieren. Sie helfen in ihrer Abartigkeit dabei, den Blick vom normalen Alltagswahnsinn auf Extreme zu richten. Sie helfen zu unterscheiden, wo doch so viele Grautöne sind. Der Täter muss pervers und unmenschlich sein, damit man selbst Mensch bleiben kann. Damit ist das Verbrechen so weit entrückt, dass es mit dem eigenen Leben nichts mehr zu tun hat. Ich habe von Anfang an über diesen Aspekt offen geredet, darüber, dass man differenzieren muss. Aber sobald ich versucht habe, ein differenziertes Bild auch des Täters zu zeichnen, gerieten für viele Menschen die Kategorien von Gut und Böse ins Wanken. Und das darf nicht sein. Die Welt ist komplex genug. Wir wollen wenigstens in diesem einen Punkt Klarheit haben. Das personifizierte Böse darf nicht einmal in Ansätzen eine menschliche Seite haben. Sonst funktioniert die Externalisierung des Bösen nicht mehr. Die Frage, warum Menschen mitten unter uns jeder Kontrolle so entgleiten können, stellte sich in meinem Fall kaum. Sie stellt sich heute vielleicht eher, wo man auf andere Fälle wie Amstetten oder jetzt ganz aktuell im nordrhein-westfälischen Höxter blickt. Auch hier waren die Täter nach außen hin ganz normal, so unauffällig wie die Fassaden ihrer Häuser. In unsere Gesellschaft läuft offenbar etwas verkehrt. Doch bevor man da genauer hinschaut, ergötzt man sich an dem, was da im Verborgenen geschehen sein könnte. Es ist scheinbar immer spannender, den Blick nach außen zu richten, als nach innen. Das Innen der Betroffenen ist dabei weitgehend egal. Das gilt teils für den Täter, oft genug aber auch für das Opfer. Zuneigung wird einem Opfer häufig nur zuteil, wenn man sich überlegen fühlen kann, wenn man Mitleid haben kann. Während meiner Gefangenschaft habe ich mich oft gefragt, wie es sein würde, wenn ich allen zeigen würde, wie schlecht es mir ergangen ist, wie sehr ich gelitten habe. Würden sie mich je wieder als normalen Menschen sehen können? Oder würde ich ewig in diesem Opferstatus verharren müssen? Ich habe nach meiner Flucht und dem ersten Interview eine Flut von Briefen bekommen, von Menschen, die wirklich und ehrlich Anteil nahmen, die mit sich im Reinen waren und keine Erwartungen, welcher Art auch immer, an mich hatten. Ich habe aber auch eine Unzahl anderer Zuschriften erhalten. Von Leuten, die mich bezichtigt haben, ich wüsste gar nicht, wie Leid aussieht, denn wenn mir wirklich Leid widerfahren wäre, müsste ich ein gebrochener Mensch sein. Ein anonymer Schreiber beschimpfte mich einmal, du, die du dich so selbst erniedrigt hast, was willst du hier oben bei uns? Bleib schön unten, in deinem dreckigen Sumpf, ganz tief unten, denn da gehörst du hin. Wie, bitte, sieht ein gebrochener Mensch aus? Wer mag sich dazu aufschwingen, das zu beurteilen? Wäre ich an der Isolation zerbrochen, hätte ich die Gefangenschaft nicht überlebt. Und nur, weil ich damit nicht hausieren gehe, wie schlecht es mir manchmal geht, wie dunkel manche Tage sind, heißt es nicht, dass es diese Tage nicht gibt. Für mich ist jeder neue Tag eine Gratwanderung, ein Ausloten, was ich heute bewältigen kann und was nicht, ob ich den Schritt hinaus wage in die Öffentlichkeit oder ob ich mich in meiner Wohnung verkrieche. Vor einigen Jahren hatte ich eine Phase, in der ich begonnen habe, die Welt da draußen abzulehnen, diese Welt, auf die ich mich so sehr gefreut und die ich mit so vielen positiven Gedanken und Möglichkeiten verbunden habe. Für einen Teil dieser Welt war ich ein Stück weit eine Provokation, weil ich sie vielleicht überfordert habe, mit der Art, wie ich mit meiner Entführung und der Gefangenschaft umgegangen bin. Vielleicht löse ich auch deshalb so viele Aggressionen aus, weil die Tataggressionen auslöst. Und da ich die einzige Person bin, die greifbar ist, bin ich diejenige, die das abbekommt, nicht der Täter, wo es eigentlich hingehören würde. Ich musste erst lernen, dass viel der Ablehnung, die mir auch entgegengebracht wurde, nichts mit mir zu tun hat, sondern damit, dass viele Menschen Formen der Gewalt erlebt haben, von denen sie sich noch nicht befreien konnten, weil sie das Erlebte noch nicht aufgearbeitet haben oder Tag für Tag in ihrem eigenen Gefängnis verharren, aus dem sie nicht hinauskommen, obwohl die Tür faktisch offen stünde. Genau wie bei mir ist das psychische Gefängnis stärker. Dass ich es nach Jahren geschafft habe, beide Türen zu überwinden, macht die eigene Ohnmacht möglicherweise schmerzhaft sichtbar. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Aber ich muss mit dem teils offenen Hass und der Ablehnung klarkommen. Ich hatte all dem Terror und den dunklen Fantasien des Täters etwas entgegensetzen können, mich nicht brechen lassen. Nun wollte die Welt genau das sehen, einen gebrochenen Menschen, der immer auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Ich war so lange abhängig gewesen von einem, der kam, die schwere Tür aufstemmte, um mir ein paar Karotten ins Verlies zu werfen, von einem, der kam, mich nach seinen Regeln und von seinen Gnaden für ein paar Stunden aus dem Verlies ließ, dass ich mich nach kaum etwas mehr sehnte, als danach nicht länger bedürftig und abhängig zu sein. All diese Zusammenhänge und die Entwicklungsstadien aufzuzeigen, die der Täter wie auch ich durchlaufen haben, darum war es mir in meinem Buch 3096 Tage gegangen. Ich war überrascht über das positive Feedback und darüber, dass das Buch den Leuten Gefallen hat, sofern man bei diesem Thema von Gefallen reden kann. Die Menschen, die es gelesen haben, drückten mir gegenüber aus, sie hätten mit einem Mal das Gefühl gehabt, mir nahe zu sein, mich zu verstehen. Für mich selbst war es so, als hätte ich den Menschen ein Stück von mir gegeben, ihnen auch Mut und Hoffnung gemacht, ohne dass ich mich dabei auf unschöne Weise exponieren musste. Eine Dame sagte zu mir, vorher habe ich nicht gewusst, was ich von ihnen halten soll, aber nachdem ich das Buch gelesen habe, meine Hochachtung. Ein größeres Lob gibt es gar nicht. Das Buch hat mir nicht nur die Deutungshoheit zurückgegeben, sondern auch eine gewisse Seriosität verschafft, weil viele nun besser verstehen konnten, warum ich nach meiner Flucht so klar und reflektiert aufgetreten bin. Genau um diese Aspekte, das Aufzeigen der verschiedenen Entwicklungsphasen, sollte es aus meiner Sicht auch bei der Verfilmung gehen. Und genau mit dieser Haltung ging ich in das erste Treffen mit Bernd Eichinger. Im Frühsommer 2010 hatte es mehrere Zusammenkünfte in Wien gegeben, im Café des Hotel Imperial, an denen ich nicht beteiligt war. Unsere erste Begegnung sollte in einem schönen Maisonette-Büro am Ring stattfinden, von dem aus man einen wunderbaren Blick über den Stadtpark hat. Mir war Eichinger als schwierig beschrieben worden, ein bisschen macho-haft, einer der wisse, was er will und das auch durchzusetzen vermochte. Wie sich hinterher herausstellte, hatte er von mir Ähnliches gehört. Wir hatten also offensichtlich beide die Ärmel hochgekrempelt, waren nicht bereit, einen Millimeter von den eigenen Vorstellungen abzuweichen. Und genau so verlief das erste Treffen. Es war ein Abstecken des Terrens, ein schwieriges Rangeln darum, wer hier den Ton angab. Es war meine Geschichte, aber er war der bekannter Regisseur, der sie verfilmen wollte. Nach ein paar Minuten belanglosen Geplänkels über das Wetter und die schöne Aussicht ging es schnell zur Sache. Das noch nicht ganz fertige Manuskript meines Buches sei gar nicht schlecht, eine gute Grundlage für ein Drehbuch, aber... Ich wollte wissen, woran es seiner Ansicht nach fehle. Naja, an allem eben, worüber ich bislang noch nicht offen geredet habe, was aber doch ganz sicher da gewesen sei. Ich kam mir vor wie in einem schlechten Film und reagierte dementsprechend. Abweisend, selbstschützend, ein bisschen feindselig. Warum gleich mit den vermeintlichen Leerstellen beginnen? Warum sich nicht mit dem auseinandersetzen, was da war? Nach zwei Stunden schien das Projekt tot. Er polterte wütend die Treppe hinunter mit dem Satz, wenn ich nicht reden wolle, gebe es keine Grundlage, so könne er nicht arbeiten. Minutenlang saß ich allein im Büro. War das nun eine Niederlage oder ein Sieg? Hatte ich einen Gegner oder einen Partner vertrieben, der ein ehrliches Interesse hatte an der Aufarbeitung meiner Geschichte? Später erfuhr ich, dass Eichinger zwar verärgert und etwas ratlos gewesen sei und seinen Frust im Hotel Imperial mit einigen Drinks heruntergespült habe, aber zu keiner Zeit ernsthaft die Flinte ins Korn werfen wollte. So schnell würde er nicht klein beigeben. Dass ich selbst so ablehnend reagiert hatte, war eigentlich nur logisch. Ich war nicht ohne Grund misstrauisch, hatte Angst vor erneuter Fremdbestimmung, vor Kontrollverlust. Ich konnte nicht einfach darauf vertrauen, dass ich alles schon zum Guten wenden würde. Dass es das eben nicht automatisch tat, das hatte mich auch die jüngere Vergangenheit schmerzlich gelehrt. Über Wochen herrschte Funkstille. Eichinger hatte sich in die Vereinigten Staaten zurückgezogen, wo er sich offenbar trotz meiner ablehnenden Haltung weiter Gedanken über die Umsetzung des Geschehens machte. Im Herbst, nachdem die Arbeit an meinem Buch abgeschlossen war, kam eine Einladung in sein Domizil am Wolfgangsee. Es goss in Strömen, immer wieder verpassten mein Begleiter und ich die richtige Abzweigung. Die Zeit, zu der wir erwartet wurden, war deutlich überschritten. Per Handy, nein, jetzt sind Sie viel zu weit, wo sind Sie jetzt, sehen Sie den Campingplatz, da geht es dann, wurden wir zum Haus gelotst. Unsere Verspätung war zum Glück kein Thema. Nach einem kurzen Rundgang gab es einen leckeren Kirschstrudel, am Abend saßen wir am Kamin und redeten. Es war eine vorsichtige Annäherung. Stück für Stück war jeder von uns bereit, die Rolle, die er bis dahin gespielt hatte, abzulegen. Am nächsten Tag begann dann die eigentliche Arbeit. Seine erste Frage richtete sich nach dem Anfang jenes verhängnisvollen Tages. Er wollte ganz genau wissen, welche Details für das morgendliche Zerwürfnis mit meiner Mutter ausschlaggebend gewesen waren. Ich erzählte vom Abend davor, an dem ich mein Vater viel später als vereinbart nach Hause gebracht und mich, eine Auseinandersetzung scheunt, nicht bis zur Wohnungstür begleitet hatte. Herrgott nochmal, ihr seid um Stunden zu spät, wie kann er dich nur allein durch den Hof gehen lassen, mitten in der Nacht, es hätte dir, weiß Gott, was passieren können. Eines sage ich dir, du siehst deinen Vater nicht mehr, ich habe es so satt und ich lasse das nicht mehr länger zu. Ich erzählte vom Morgen danach und von anderen Situationen, in denen ich in die Lage gedrängt wurde, Position zu beziehen, mich für den einen oder den anderen zu entscheiden. Immer wieder unterbrach er mich. Ich muss mir das genau vorstellen können. Die Stelle, an der meine Mutter am Abend vor der Entführung noch einmal ins Zimmer kam, um die Kleidungsstücke für den nächsten Tag vorzubereiten und mir kurz über den Kopf zu streicheln, schien für ihn eine Schlüsselstelle zu sein, ein Versuch der Versöhnung. Ich drehte mich weg und zog die Bettdecke über den Kopf. Am nächsten Morgen, nach der Ohrfeige, verabschiedete ich mich von den Katzen, nicht jedoch von meiner Mutter. Ich würde ihr keinen Kuss geben und sie mit meinem Schweigen strafen. Eichinger war jetzt so im Geschehen drin, dass ich das Gefühl hatte, er wollte die Menschen hinter diesem Fall langsam freischälen. Es ging um Interaktion auf verschiedenen Ebenen, nicht um vordergründiges Spektakel. Weitgehend chronologisch arbeitete er sich vorwärts, bis zu den ersten Wochen im Verlies. Zurück in Wien kam einige Zeit später die Einladung zu einer weiteren Gesprächsrunde im Haus am See. Mehrmals mussten wir unterbrechen, weil entweder ich nicht weiter konnte oder er mal kurz an die Luft musste, um das Gehörte zu sortieren. An unserem letzten Abend erklärte er mir ausführlich, wie er sich den Film vorstellte. Er wollte den Kern, der dem menschlichen Handeln zugrunde liegt, offenlegen und ihn in eine Form gießen, in der man das Unverständliche erklären konnte. Es sollte ein radikaler Film werden, mit dem er die Dimensionen neu denken wollte. Eine bildlich umgesetzte Form der Entgrenzung, räumlich und psychisch, obwohl es kaum einen denkbar begrenzteren Raum gab als mein Verlies und das Zusammenspiel von Opfer und Täter. Gedreht in 3D, um die Unmittelbarkeit von Nähe, Distanz, Realität und Fantasiewelten für die Zuschauer erlebbar zu machen. Das klang ein wenig abstrakt, aber er erklärte mir geduldig und einfühlsam, dass er in meiner Entführung mehr sah als einen klassischen Kriminalfall. Vor allem die Entwicklung, die ich in diesen Jahren genommen hatte, würde ihn faszinieren. Von der absolut unterlegenen, über das langsame Erreichen der Augenhöhe, bis hin zur Stärke der Überlebenden. Er wollte das Häusliche zum Schlachtfeld machen, auf dem sich sowohl das Drama zwischen Täter und Opfer als auch das Drama zwischen dem Täter und dessen Mutter abspielte. Das Diktat der Ordentlichkeit und Sauberkeit sollte zum Mittel der Unterdrückung werden. Das Grauen offenlegen, das wir hinter ordentlich gestutzten Hecken nicht erwarten würden, das aber genau dort stattfand. Ich habe Eichinger nach unserer ersten eher einschüchternden Begegnung als kraftvollen und lebensstarken Menschen mit einer einfühlsamen und warmherzigen Seite erlebt. Zu Weihnachten schickte er mir noch ein Päckchen aus Amerika, mit einer CD-Sammlung von den Beatles, weil ich ihm beiläufig erzählt hatte, dass ich deren Musik so mag. Unser letztes Telefonat habe ich leider abgebrochen, weil ich, ironisch genug, auf dem Sprung ins Kino war. Als Ende Januar 2011 der Anruf kam, er sei in Los Angeles in einem Restaurant tot zusammengebrochen, mochte ich es im ersten Moment nicht glauben. Lange Zeit wusste niemand, ob das Projekt fortgesetzt werden sollte, und wenn ja, wie. Ich kannte die Teile des Drehbuchs, die er bis dahin fertiggestellt hatte. Das, was er mir erläutert hatte, war Zeile für Zeile umgesetzt. Die Geschichte einer Entwicklung, behutsam, subtil und genau deswegen mit einer enormen Wucht. Im Film selbst war von Eichingers Ideen und seinem fragmentarischen Drehbuch nichts mehr vorhanden. Die neue Regisseurin, Sherry Hormann, machte mir bereits bei unserer ersten Begegnung klar, dass sie ihren eigenen Film zu drehen gedachte. Das ist legitim. Aber wie weit sie dabei gehen würde, das war mir erst klar, als ich das fertige Produkt in der Vorpremiere zu sehen bekam. Es fanden sich Szenen darin, über die ich bis dahin nur im Rahmen meiner Einvernahmen gesprochen hatte, und die selbst darüber hinausgingen. Hormann hat sie weder eingeordnet noch eingebettet, um sie in irgendeiner Weise nachvollziehbar zu machen. Sie hat keine Geschichte erzählt, kein Kammerspiel. Die Charaktere haben keinerlei Entwicklung durchlaufen. Nichts war subtil, alles plakativ und holzschnittartig. Auf der ersten Pressekonferenz zum Thema Verfilmung hatte ich noch gesagt, dass mich auch die vielen einfühlsamen Zusendungen der letzten Jahre dazu ermutigt hätten, mein Schicksal verfilmen zu lassen. Und dass ich froh sei, dass ich nun mit Bernd Eichinger und der Konstantin-Film eine außergewöhnliche Gelegenheit bieten würde, meine Geschichte in behutsamer Weise auf die Leinwand zu bringen. Davon ist nichts übrig geblieben. Ich war enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, mein Vertrauen sei missbraucht worden, und meine Geschichte sei mir ein weiteres Mal entglitten. Viele Szenen waren so plump umgesetzt, dass ich mich gefragt habe, welche Wirkung damit erzielt werden sollte. Braucht es immer den Holzhammer, damit das Publikum begreift, worum es geht? Damit spricht man ihm ein Stück weit auch die Fähigkeit ab, selbst denken und empfinden und sich ein eigenes Bild machen zu können. Die Art, wie ich mit meiner Geschichte in Interviews oder auch in meinem Buch umgegangen bin, hätte eigentlich Beleg dafür sein können, dass mir Zurückhaltung wichtig ist. Ich würde nie sagen, schaut euch alle an, wie mager ich bin und wie er mich gedemütigt hat. Das macht mir nicht das Geringste aus. Natürlich haben Passagen des Films die Realität abgebildet. Natürlich war ich bis auf die Knochen abgemagert, meist spärlich bekleidet, und habe mich auf die verschiedensten Weisen von ihm demütigen lassen müssen, auch mit körperlichen Übergriffen. Aber das war eine Facette dieser achteinhalb Jahre. Dieser Film hat sich nur darauf konzentriert. Man versteht nicht, welche Dämonen Pryklopil angetrieben haben. Man versteht nicht, welche Beziehung sich daraus entwickelt hat. Das Leben, das ich in diesem Haus und im Verlies leben musste, ist nicht im Ansatz nachvollziehbar. Genau darum wäre es gegangen. Und nicht darum, minutenlang eine Vergewaltigung zu zeigen. Ein Kritiker schrieb damals sehr treffend, Der Betrachter wird wieder Willen zum Voyeur. Die Vergewaltigungsszenen rufen Unwohlsein hervor. Was mich besonders geschmerzt hat, war, dass keine Entwicklung zu sehen war. Immerhin haben das auch einige Rezensenten bemängelt. Hormann vermag kaum einmal etwas von der Überlebensenergie zu vermitteln, mit der Natascha Kampusch sich allmählich aus dem Kellerloch befreit, Spielräume mit ihrem Peiniger aushandelt. Und ein anderer meinte, Hormann emotionalisiert nicht, sie psychologisiert nicht und sie verzichtet darauf, einen notwendigen Hintergrund zu erschaffen, der die Taten dieses Präklopil erklären würde. Der Film hat mich exponiert und mit Bildern und Szenen gearbeitet, die Fantasien entsprangen, nicht der von mir erlebten Wirklichkeit. Während die Regisseurin in einem Interview verkündete, solche Einzelheiten seien ja mittlerweile aus den Verhörprotokollen bekannt, das Thema Sexualität habe unweigerlich im Raum gestanden und die Szenen seien ja nicht reißerisch gedreht worden, sondern so wie sie waren, war die Stellungnahme der Drehbuchautorin entlarvend. Bilder überlagern die Wahrnehmung, vielleicht irgendwann sogar die innere Wahrnehmung von Frau Kampusch selbst. Wir haben es natürlich als Pflicht verstanden, ihr gerecht zu werden. Manche Szenen haben wir natürlich so erfunden, wie wir sie verstanden haben. Auch hier ist die Wahrheit offenbar nicht grausam genug. Man musste sie weiter ausschmücken. Und warum bitteschön sollten die Fantasien anderer Menschen meine eigenen Bilder überlagern? Weil es die falschen sind? Aber gut, ich habe die Rechte abgegeben. Und insofern hatte das Filmteam die Freiheit, seinen Film zu machen. Als der Film schließlich bei der Premiere vor Publikum gezeigt wurde, schlich ich mich nach ein paar Minuten aus dem Saal. Ich habe an ihr teilgenommen, weil es für mich auch ein Gebot der Höflichkeit war, dieses Projekt, das mit Eichinger begonnen hatte, auf angemessene Weise zu Ende zu bringen, wenngleich ich mich mit dem Ergebnis nicht wohl fühlte. Offene Kritik habe ich damals nicht geübt. Das wäre mir unfair erschienen. Flüssig hatten die Schauspieler in dem Rahmen, der ihnen zur Verfügung stand, eine gute und überzeugende Leistung abgeliefert. Mit den vielen Menschen in einem Kinosaal zu sitzen, während vorne auf der Leinwand die Bilder vorüberzogen, war schwieriger für mich, als den Film allein zu sehen. Es war eine seltsame Distanz da, zwischen mir und dem Film, zwischen mir und den Menschen, gleichzeitig aber auch eine Nähe, die ich nicht gut aushalten konnte. Das lag vor allem daran, dass die Kulisse, in der sich die Schauspieler bewegten, sehr authentisch war. Das Verlies war in den Bavaria-Filmstudios nachgebaut worden. Für einige Szenen oben im Haus oder in der Wohnung meiner Mutter hatte man Örtlichkeiten gesucht und gefunden, die vom Schnitt ähnlich waren und entsprechend möbliert wurden. Ich war ein oder zweimal am Set, an dem ich auch die Darsteller kennenlernte. Mit ihnen dort durchzulaufen, war irritierend. Es waren meine Räume und sie waren es nicht. Es war eine Begegnung mit mir, mit meiner Mutter und dem Täter und sie war es nicht. Es war alles sehr greifbar und sehr abstrakt. Amelia Pigeon, die die kleine Natascha spielte, sah mir wirklich ziemlich ähnlich. Gleich bei unserer ersten Begegnung schenkte sie mir ein Stoffeichhörnchen und sagte zu mir, wenn ich auch einmal entführt werden sollte, möchte ich wissen, wie man es schafft zu überleben. Deshalb möchte ich diese Rolle spielen. Mit Ture Lindhardt gab es noch eine Begebenheit, bei der er mir fast leid tat. Zwischen den Wohnwagen, in die sich die Schauspieler zurückziehen oder in denen sie sich frisch machen konnten, standen einige Biertische und Bänke. Es gab Hotdogs und andere Snacks und Getränke. An jenem Nachmittag, an dem ich da war, brachte jemand eine riesige Torte von einer Konditorei mit. Ture schnitt sie an und war gerade dabei, die Teller mit den Stücken reihum zu verteilen. Doch bevor er mit der Gabel hineinstechen konnte, blaffte eine Stimme aus einem der Wohnwagen, willst du noch einen härteren Diät planen? Dabei war er eh schon so dünn. Wobei, das wäre übrigens eine wirklich authentische Szene gewesen. So, wie sie sich auch in meiner Gefangenschaft hätte ereignen können. Kapitel 7 Vielleicht sprenge ich es eines Tages in die Luft. Das Haus in Strasshof Es kommt immer wieder vor, dass Blumen oder Fürbittkerzen am Zaun stehen, mit kleinen Briefchen und Gebeten, zum Teil auch für den Entführer. Es hat auch Anrufe gegeben, dass Wolfgang Prickplupil ein guter Mensch gewesen sei und ich ihn in Wahrheit ermordet hätte. Das erste Mal, dass ich wieder mit dem richtigen Ort meiner Gefangenschaft konfrontiert wurde, mit jenem Haus, in dem ich so lange eingesperrt war, war über das Fernsehen. Ich war erst seit wenigen Tagen in Freiheit, als die Bilder von der Tatortbegehung über den Bildschirm flimmerten. Männer in weißen Anzügen, Kameraleute, die sich in dem winzigen Verlies drängten, meine Sachen anfassten, sie mit Nummern versahen. Man sah die beklemmende Enge, rechts das Doppelwaschbecken, daneben die Toilette mit dem Donald Duck-Deckel. Anfangs hatte das Klo einen beigen Deckel, der kaputt gegangen war, als ich einmal versehentlich eine heiße Pfanne darauf abgestellt hatte. Damit der Täter nicht gleich merkte, dass ich mutwillig etwas zerstört hatte, pappte ich einen Pferdeaufkleber über den Sprung im Deckel. Ob er mich bestraft hat, als es ihm trotzdem auffiel, weiß ich nicht mehr. Nur, dass ich mich sehr darüber freute, als es zu meinem Geburtstag den neuen, schönen, bunten Deckel mit Donald- und Taucherbrille gab. Der Alibatschrank mit meinem Zahnputzzeug, einer Handcreme, meiner Haarbürste, einer Nagelfeile aus Pappe mit aufgerauten Flächen und abgerundeten Ecken. Damit ich mich oder ihn nicht verletzen konnte. Über dem verspiegelten Schränkchen ein Brett mit meinem roten Drehkassettenhalter, mehreren Ordnern und dem Buch Schülerwissen. Daneben eine kleine Stange zum Trocknen von Wäsche. Das zweite Bücherbord und der schwarze Hängeschrank, den ich mit bunten Aufklebern, kleinen Bastelarbeiten, Bildern und Gedichten, die mir wichtig waren, verziert hatte. Der kleine Schreibtisch, darüber das Brett mit dem Fernseher und dem Radio. Im Hängeschrank über dem Schreibtisch Sanitätsartikel, einige Romane, eine durchsichtige Plexiglasbox mit meinem Reisepass unten drin, was zu vielerlei Spekulationen führte. Dabei hatte er nur in der Innentasche meines roten Anoraks gesteckt, weil ich erst am Abend meiner Entführung mit meinem Vater von einer Fahrt nach Ungarn zurückgekehrt war. Über das ganze Gezeter über meine verspätete Ankunft hatte meine Mutter vergessen, ihn aus der Jacke zu nehmen. Ein Zufall, mehr nicht. Und kein Indiz dafür, dass ich mein Verschwinden in irgendeiner Weise geplant hätte. Auf der linken Seite an der Wand das Hochbett, auf der Metallleiter ein paar Wäschestücke. Gegenüber der schweren Tür der Haken mit dem Kleid, das ich am Tag der Entführung getragen hatte. Ich hatte es im Laufe der Jahre, als ich größer wurde, auseinandergetrennt und aus dem Unterteil einen Rock mit Gummizug gemacht. Den habe ich mir immer zu Weihnachten angezogen, weil ich festlich gekleidet sein wollte. Ich habe das Kleid erst vor wenigen Jahren auf wiederholte Anfrage von der Polizei zurückbekommen, wie viele andere persönliche Dinge auch. Ich halte es durchaus für richtig, einiges in der Asservatenkammer aufzubewahren, in der Hoffnung mithilfe neuer Techniken Aufschluss über ein Verbrechen bekommen zu können. Das Verbrechen, das an mir begangen wurde, war zumindest aus meiner Sicht im Wesentlichen aufgeklärt. An meinen persönlichen Dingen, beziehungsweise unten im Verlies, fanden sich zwei DNA-Spuren, meine und die des Täters. Oben im Haus fanden sich ebenfalls Spuren des Täters, dazu Spuren seiner Mutter, einige wenige auch von mir. Welche darüber hinausgehende Auskunft hätte mein Kleid geben können, oder Gedichte oder Zeichnungen? Sie konnten meine Stimmung spiegeln, nicht mehr. Die wenigen Tagebuchaufzeichnungen belegten, welchen Misshandlungen ich ausgesetzt war. Ich hatte den ganzen Irrsinn damals nicht lückenlos und ausführlich niedergeschrieben, weil ich glaubte, dem Täter dadurch nur noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Was, wenn er die Zeilen fand und las? Die wenigen Male, in denen ich tatsächlich über einen längeren Zeitraum geschrieben habe, dienten vor allem dazu, mich auf die Realität zu besinnen. Damit nicht die wenigen positiven Erlebnisse, an denen ich mich natürlich in Gedanken festklammerte, die Grausamkeiten überlagerten, denen ich jahrelang ausgesetzt war. Es war der Versuch, die Dimensionen zurechtzurücken. Schließlich hatte mir Präklopil über die Jahre immer wieder eingetrichtert, er tue alles nur zu meinem Besten, er schütze mich, er sei da, wo niemand mehr da sei. Ich wollte mir schwarz auf weiß vor Augen führen, dass es anders war, dass er falsch lag, dass er nicht mein Retter war, sondern mein Peiniger. Der Mann, der mir mein altes Leben genommen hatte. All diese Dinge, die damals beschlagnahmt wurden, konnten nichts über die Motive des Täters erzählen. Nichts über mögliche Hintermänner, über die bis zum heutigen Tag spekuliert wird, wenn auch, nach den ganzen Evaluierungskommissionen, nicht mehr ganz so laut. Die Notizen über meine Misshandlungen, die ich vor allem im August 2005 über Tage hinweg minutiös geführt hatte, weil dies eine Phase von besonderer Gewalt war, hätten das Strafmaß erhöhen können. Wäre jemand zu verurteilen gewesen. Aber das Urteil hatte der Täter längst selbst gefällt. Es war auf eine Art verletzend, all diesen fremden Menschen dabei zuzusehen, wie sie meinen Lebensraum von oben nach unten kehrten. Wie achtlos sie mit Dingen umgingen, die mir sehr wichtig waren, um die ich wochenlang gekämpft hatte. Natürlich habe ich verstanden, dass der Ort für die Ermittler und all die anderen Menschen, die durch das Haus und das Verlies liefen, eine eigene Bedeutung hatte. Das war der Ort, an dem ein Mädchen eingesperrt war. Der Ort, den der Täter unter der Erde für genau dieses Verbrechen angelegt hatte. Der Tatort, der genau inspiziert werden musste. Für mich war dieser Ort mehr. Er war nicht nur Kulisse einer Entführung, sondern erzwungenermaßen auch mein Lebensraum. Selbst das Verlies, das für alle Sinnbild des Grauens war, hatte für mich nicht nur diese eine Bedeutung. Anfangs drehte ich fast durch, in der Dunkelheit, der Enge, der Kälte. Ich hatte Angst zu ersticken, wenn er mir von oben die Sauerstoffzufuhr abdrehte. Der Ventilator mit seinem schleifenden Geräusch terrorisierte mich. Diese fünf Quadratmeter waren jedoch auch mein Schutzraum. Hier konnte ich etwas lesen, eine Kassette hören, etwas basteln, Ruhe haben. Lesen war für mich Anteilhaben an der Welt. Es war die einzige Welt, die mir lange Zeit zur Verfügung stand. Mit Hilfe der Bücher konnte ich auf abenteuerliche Reisen gehen, ohne dass ich dafür das Verlies verlassen musste. Die Schatzinsel oder Kontiki waren meine Fluchtgeschichten. Das Hochbett wurde für mich zu einem Aussichtsturm, zur Takelage eines Schiffes oder zum höchsten Punkt eines Berges. Eine reine Kopfreise, aber sie hat funktioniert. Wenn ich allein hier unten war, konnte er nur mittelbar Gewalt auf mich ausüben. Das Verlies war genauso wenig ein Ort des Hasses wie das Haus darüber. Im Grunde sind beide zunächst Plätze, die in gewisser Weise neutral sind. Sie werden erst durch die Energie der Menschen, die darin wohnen, aufgeladen. Sie werden zum Schauplatz für ihre Ideen. In diesem Fall waren das die menschenverachtenden Ideen des Täters. Und meine Versuche, dem etwas anderes entgegenzusetzen. Das Verlies war zu meinem Raum geworden, weil ein anderer ihn für mich vorgesehen hatte. Also musste ich versuchen, ihn für mich zu erobern, ihn mit meiner Energie zu füllen. Als die Polizei den Tatort freigegeben hatte und meine Anwälte und ich entschieden hatten, als Nebenkläger aufzutreten, war ich zum ersten Mal wieder dort. Um 10 Uhr war die Hausbegehung mit einem Sachverständigen ins Strasshof angesetzt. Lokal in Augenscheinnahme, wie es hieß. Auch hier war es offenbar nicht möglich gewesen, ein bisschen Opferschutz walten zu lassen. Die Straße war abgesperrt, Unmengen an Journalisten waren da, die riefen, drängelten, fotografierten. Die wenigen Meter bis zum Haus waren qualvoll. Ich war ohne dies sehr angespannt, weil ich nicht wusste, wie die Konfrontation mit meiner jüngsten Vergangenheit verlaufen würde, ob ich dem Druck der Erinnerungen standhalten könnte. Ich ging an der Ligusterhecke vorbei, die mich nach zwei Jahren der Isolation im Verlies an die Lebendigkeit der Welt da draußen erinnert hatte. Im Dezember 2000 hatte er mich nach Wochen der Vorbereitung zum ersten Mal für wenige Minuten in den Garten gelassen. Wenn du schreist, bringe ich dich um. Wenn du rennst, bringe ich dich um. Ich töte jeden, der dich hört oder sieht, wenn du so dumm bist, auf dich aufmerksam zu machen. Zum ersten Mal seit meiner Entführung spürte ich Grashalme und weichen Boden unter meinen Füßen. Zum ersten Mal fuhr mir frische Luft beinahe scharf in die Lungen. Der Geruch von Fäulnis und Einsamkeit wurde langsam vom herben Duft der Ligusterhecke überlagert. Ich zupfte ein paar Blättchen ab und steckte sie ein. Wenige Tage später waren sie welk und braun. Ich habe sie trotzdem in einer kleinen Schachtel aufbewahrt. Über die gepflasterte Einfahrt gingen wir zum Haus. Ein gelbes Einfamilienhaus mit Schieferdach, einer Gaube, zwei Schornsteinen und einer Satellitenschüssel auf dem Dach. Die Sprossenfenster weiß umrandet, die Rollläden halb heruntergelassen. Glasbausteine über dem weiß lackierten Garagentor. Ein Haus wie Millionen anderer auch. Alles ordentlich. Selbst der Rasen war in der Zwischenzeit nicht zu lang geworden. Neben dem schmiedeeisernen Gartentor ein Messingklingelbord mit einer Gegensprechanlage. Über den mit Bruchstein gepflasterten Weg die drei Stufen mit dem schwarzen Geländer hoch zur Haustür mit dem halbrunden Oberlicht. Ich war den Weg noch nie in dieser Richtung gegangen. Im Innern des Hauses lief ich wie manisch durch alle Räume. Im Wohnzimmer mit der dunklen Schrankwand, der schweren dunkelgrünen Ledercouch und dem roten Ziegelkamin stand noch der Blumenstrauß auf dem Tisch, den seine Mutter bei ihrem letzten Besuch mitgebracht hatte. In der Küche lagen Bananen und Tomaten auf einem Tablett. Ein Stapel Zeitungen befand sich auf dem Esstisch vor der Birkentapete. Einige Ausgaben waren heruntergerutscht und bedeckten den Tisch. Mit der orangefarbenen Küchenwaage an der Wand hatte er mich immer wieder terrorisiert. Ob ich zu deppert sei, dicker und Gramm abzuwiegen. Ob ich denn gar nichts könne. Und dass seine Mutter das mit dem Mehl und dem Zucker sowieso im Gefühl habe. Die Kante der L-förmigen Arbeitsfläche, gegen die er mich regelmäßig gestoßen hatte, wenn beim Kochen oder Backen irgendetwas nicht nach seinen Wünschen verlaufen war. Im Jägerstüberl mit dem Wildschweinfell an der Wand, das seit dem Tod von Pricklopils Vater unverändert geblieben war, konnte man die Spuren der hochfliegenden Pläne des Täters sehen. Eine Eckbadewanne, ein großer Heizkörper, Waschbecken, Unterschränke, die noch darauf warteten, in das neue Bad eingebaut zu werden. Während meiner Gefangenschaft hatte ich monatelang im Obergeschoss des Hauses geschuftet, in dem sich drei Zimmer befanden. Dazu wollte er den Dachboden ausbauen, die rohe Holzkonstruktion mit Riehgipsplatten verschalen und den Raum in ein zweites Wohnzimmer umwandeln. Vom ersten Stock aus wurde ein Durchbruch nach oben geschlagen. Ein weiterer Treppenaufgang mit Marmorfliesen wurde gebaut. Nicht einmal für diese schweren Arbeiten oder für technisch anspruchsvolle Dinge wie die Heizungsinstallation ließ er Handwerker ins Haus. Ich war damals zwölf Jahre alt, schleppte Zementsäcke, zog Türen ab, hieb mit dem Stemmeisen Wände auf. Eine gnadenlose Schinderei. Aber nach den Jahren in der Begrenztheit des Verlieses zumindest eine Abwechslung, die jene Phase einläutete, in der er mir mehr Freiheit ließ, mich im Haus nützlich zu machen. Während meiner Gefangenschaft war mir das ganze Haus so übermächtig vorgekommen, so gewaltig und dunkel. Das Wohnzimmer kam mir nach meinem ersten Besuch bei der In-Augenschein-Nahme noch schlimmer vor. Der Inbegriff des Bürgerlichen, Normalen. Gediegen, wuchtig, erdrückend und befremdlich in seinem ganzen pseudofördalen Glanz mit Vertäfelung, Bücherwand und Kamin. Die Küche hingegen, die für mich immer wieder ein Ort massiver Demütigungen war, wirkte beinahe harmlos. Vor dem Gang zur Garage und weiter zum Verlies hatte ich die größte Angst. Über der Montagegrube hing ein Büschel Flachs zum Abdichten von Rohren. Jedes Mal, wenn ich die Stufen hinaufgestiegen war, an den Täter gefesselt, hatte ich dieses blonde Büschel dort oben hängen sehen. Als hinge dort eine Perücke aus meinem eigenen Haar, das er mir abgeschoren hatte. Du sollst keine Spuren hinterlassen. Erstaunlicherweise hat das Betreten der Garage nicht die Beklemmungen ausgelöst, die ich befürchtet hatte, sondern eher ein seltsames Gefühl von Wehmut. Was vielleicht daher rührte, dass ich diesen angeblich mit Sprengfallen gesicherten Raum nur betreten hatte, wenn ich nach oben in die hermetisch abgeriegelte Welt des Hauses durfte. Das war immerhin ein Schritt näher zur Freiheit gewesen. Als viel später in den Medien die Frage diskutiert wurde, ob ich aufgrund der Ermittlungspannen während meiner Gefangenschaft Klage auf Schadenersatz gegen den österreichischen Staat erheben würde, informierten mich meine Anwälte darüber, dass mir auch eine Entschädigung aus der Erbmasse des Täters zustünde. Ein seltsames Gefühl, aber eines, das etwas zum Abschluss brachte. Schließlich hatte er mich um einen Teil meines Lebens gebracht. Warum sollte mir nicht ein Teil seiner Hinterlassenschaft zustehen? Psychologisch gesehen hatte er mir so vieles genommen, was mit nichts auf der Welt, mit keinem Wert ausgeglichen werden könnte. Weder materiell noch auf sonst irgendeine Weise. Dennoch waren die Gazetten voll mit anmaßenden Kommentaren und Cartoons. Jetzt will sie auch noch klagen. Schwimmt sie doch ohnehin schon im Geld. Kriegt sie den Rand immer noch nicht voll. Jetzt will sie auch noch das Haus. Welche goldene Badewanne, in der ich wie Dagobet Duck sitzen würde, welcher Geldregen, der sich auf mich ergösse, könnte mir meine Jugend, mein zweites Leben wiedergeben? Ich frage mich manchmal, ob die Menschen einem Lottogewinner, der unvorhofft zu Geld gekommen ist, auch mit so viel Häme und Neid begegnen. Was soll diese Diskussion darüber, ob eine Entschädigung, in welcher Form auch immer, gerechtfertigt oder angebracht ist? Was ist ein Lebensjahr wert? Was ist ein Lebensjahr mit Qualen und Demütigungen, eingesperrt in einem Bunker, wert? Kein Cent, keine Million kann das ausgleichen. Und wer meine Geschichte wertfrei und neutral verfolgt hat, weiß auch, dass es mir nie um Geld gegangen ist. Dass ich die Beträge, die ich aufgrund meiner Geschichte durch Spenden oder den Verkauf von Rechten eingenommen habe, nicht nur für mich, sondern auch für soziale Zwecke verwendet habe. Dass dennoch immer wieder der Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung im Raum steht, ist zynisch und zutiefst verletzend. Es zeigt, dass manche Menschen glauben, mit Geld könne man alles regeln. Ein kleines, linderndes Trostpflaster. Die soll sich mal nicht so haben, die hat doch ausgesorgt. Ich, nicht der Täter, habe lebenslänglich. Wir haben uns mit der Mutter von Wolfgang Priklopil darauf geeinigt, dass mir das Haus aus seinem Erbteil zugesprochen werden solle. Klage gegen den Staat habe ich nicht erhoben. Es hätte womöglich jahrelange Rechtsstreitigkeiten nach sich gezogen. Und zu welchen Auswüchsen diese führen können, deutete sich bereits an. Ich bin Hausbesitzerin geworden, auch weil ich nicht wollte, dass das Haus in falsche Hände gerät. Ich hätte es nicht ertragen, wenn dieser Ort zu einem Gruselkabinett umfunktioniert worden oder zu einem Wallfahrtsort für seltsame Menschen geworden wäre, die insgeheim eine Bewunderung für den Täter und seine Tat hegen. Dass es diese Menschen gibt, weiß ich aus den Beschimpfungen, die im Internet über mich verbreitet werden, aus Briefen, die mir überstellt werden, aus Interviews mit Politikern oder Justiz und aus den kleinen Notizen, die manchmal am Gartenzaun des Hauses hängen. Einige sind von Menschen, die den Täter von klein auf kannten, die es nicht fassen können und dafür beten wollen, dass er im Jenseits auf den rechten Weg zurückfindet, weil er doch so ein lieber, höflicher Junge war. Andere wissen genau, was passiert ist, dass eine frühreife Zehnjährige ihre Entführung selbst geplant hat und einen unbescholtenen, leicht persönlichkeitsgestörten jungen Mann ins Elend gerissen und zu diesem Verbrechen genötigt hat. Das sind Momente, in denen mir wirklich die Worte fehlen. Argumentativ ist dem nicht beizukommen, noch nicht einmal mit der Wahrheit, weil die lässt sich ja nicht überprüfen, denn die stammt von mir. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hat es natürlich schon etwas Groteskes, dass ich nun für ein Gebäude, in dem ich nie leben wollte, Rechnungen für Strom, Wasser und die Grundsteuer bezahle. Dass regelmäßig jemand nach dem Rechten sieht, die Heizung kontrolliert, lüftet. In den ersten Jahren konnte ich das nicht selbst. Keine zehn Pferde hätten mich dorthin zurückgebracht. Ich hätte es auch nicht geschafft, irgendetwas in diesem Haus oder der Garage zu verändern. Keine Schraube, kein Farbeimer, kein Buch, keine Vase sollte von ihrem Platz genommen oder gar weggeworfen werden. Als müsste ich all das so lange konservieren, bis ich bereit dazu bin, dieses Haus ganz mit mir zu erfüllen. Der Zahn der Zeit hat schließlich dafür gesorgt, dass ich handeln musste. Ein Sturm hatte einige Ziegel vom Dach gerissen. Feuchtigkeit war ins Gebäude gelangt. In einigen Ecken hatten sich Schimmelpilze breitgemacht. Die Hecke musste dringend gestutzt werden. Das Schwimmbecken im Garten war ein Biotop für Mose geworden. Ein Schandfleck, wie manche sicher getuschelt haben. Ich rückte mit einigen Freunden an, um zu entrümpeln. Verstocktes Mobiliar und Reste von den Renovierungsmaterialien, die nicht mehr zu verwenden waren, kamen in den Container. Fachleute kümmerten sich um die Entfeuchtung und sprühten die besonders betroffenen Zimmer mit einem speziellen Mittel aus. Nachbarn informierten die Presse. Das Foto, wie ich mit einem Arbeitskittel und von Staub überzogen vor den Trümmern stand, war garniert mit der Frage, zieht sie jetzt zurück ins Horrorhaus? Aufgrund eines Gemeindeschlusses wurde verfügt, dass das Verlies 2013 zugeschüttet werden müsse. Nicht genehmigte Hohlräume unter Nulllinie sind nach niederösterreichischer Bauordnung nicht erlaubt. Es hatte verständlicherweise keine Baugenehmigung für mein Verlies vorgelegen. Es war illegal errichtet worden. Und um die öffentliche Sicherheit nicht zu gefährden und den Vorschriften wenigstens rückwirkend zu genügen, sollte das ganze unterirdische Areal zugeschüttet werden. Der Hohlraum sollte mit ca. 18 Kubikmeter grober Rollierung, wie es im Fachjargon hieß, hinterfüllt werden. Schon im Zusammenhang mit den ersten Tatortbegehungen durch die Polizei und das Landeskriminalamt war mittels Georadar festgestellt worden, dass die Anlage über eine Vielzahl von Schächten verfügte, die mittelbar oder unmittelbar mit meinem Gefängnis zusammenhingen. Bei Grabungsarbeiten im Garten hinter dem Haus war man an verschiedenen Stellen einen halben Meter unter der Grasnarbe, auf Deckenkonstruktionen aus Beton, Schutt und Eisenteilen gestoßen. Es ist bis heute nicht abschließend geklärt, ob Teile des unterirdischen Bauwerks nicht schon lange vorhanden gewesen waren, bevor der Täter seinen Plan zu meiner Entführung gefasst hatte. Die Rollierung einzubringen war leichter gesagt als getan. Über die Garage hinunter in die Montagegrube, durch den schmalen Schacht hinter dem Safe, da konnte man nur rückwärts hindurchsteigen, durch den winzigen Vorraum zum Verlies. Das würde nur mit Eimern und Schaufeln gehen. Gleiches galt, wenn man den Lüftungsschacht von oben aufstemmte. Die einzige Lösung war, das Verlies von außen aufzuschlagen. Eine ortsansässige Firma wurde mit der Arbeit betraut. Andern Tags erschien ein Arbeiter, der mit schweren Hämmern begann, in den Garagenboden ein großes Loch zu schlagen. Der Lärm lockte schaulüstige Nachbarn an. Einer meinte, »Aha, schüttet's den Bunker jetzt endlich zu!« Als wäre bekannt, dass da seit langem eine unterirdische Welt existiert hat. Bis zum Abend, nach fast zehn Stunden Arbeitszeit, war ein etwa 30 bis 40 Zentimeter tiefes Loch in den Beton geschlagen. Aber die Decke zum Verlies war weiterhin nicht zu sehen. Am nächsten Tag wurde schweres Gerät aufgefahren. Ein Presslufthammer dröhnte über Stunden durch die Heinesstraße. Am Nachmittag brach die Decke endlich ein. Sie lag über einen halben Meter unter dem Boden, hatte eine Stärke von 60 Zentimetern und bestand aus Zement, Sand, Metallstreben und faustgroßem Schotter. Das konnte der Täter nicht allein errichtet haben. Da war nichts Provisorisches wie im Innern der Anlage. Das war Profiarbeit. Sollte tatsächlich niemand bei der Baubehörde davon gewusst haben, dass auf diesem Grundstück ein Bunker stand? Vielleicht schon lange bevor Präklopils Eltern das Haus auf dem Grün errichtet haben? Der, das Verlies umgebende Keller wurde ausgeräumt. Regale, Farbenkübel, Skier, Werkzeuge, die ich bei den Renovierungsarbeiten im Haus in der Hand gehabt hatte, wurden entsorgt. Alle noch im Verlies befindlichen Dinge wurden nach oben geholt. Die Bauleute warfen alles auf einen Haufen. Das Ablagebrettchen, auf dem meine Seife und meine Zahnbürste gelegen hatten, zerbrach nach einem kräftigen Tritt, ebenso wie der Alibert-Schrank. Wenigstens den Haken, an dem über Jahre mein blau-weiß kariertes Kleid gehangen hatte, konnte ich retten. Oben auf dem Haufen meines zweiten Lebensabschnitts lag ein eingerissenes Bildchen von Don Bosco, das ich an die kleine Pinnwand geheftet hatte. Er würde vermutlich sagen, geh, lass diesen Krempel liegen und versuche, auf diesem Misthaufen neue Blumen wachsen zu lassen. Nach der sogenannten Hinterfüllung wurden der Einstieg über die Montagegrube sowie der Vorraum vor der Panzertür zu meinem Verlies mit Beton ausgegossen. Neben der Erleichterung, dass ein Abschluss im wahrsten Sinne des Wortes erreicht war, trat noch ein anderes Gefühl zutage. Eine Art surreale, aber doch schmerzliche Trauer über den Abschied von einem sehr einschneidenden Lebensabschnitt. Ich war froh, dass damit nun zumindest nach außen hin nichts mehr auf dieses Verbrechen hindeutete. Im Innern waren die Wunden nach wie vor da. Ich bin bis heute unentschlossen, ob und wie ich das Haus je aus seinem Dornröschenschlaf erwecken werde. In einem Interview vor einigen Jahren habe ich einmal gesagt, wer weiß, vielleicht lasse ich es eines Tages in die Luft sprengen. Das würde wenigstens Raum dafür schaffen, dass aus diesem Ort etwas Neues, Gutes entsteht. Es ist schwierig, eine vernünftige Lösung für das Haus zu finden. Ich habe in den letzten Jahren versucht, es für verschiedene soziale Zwecke zur Verfügung zu stellen, aber dafür ist es zu belastet. Wer wollte sich dort drinnen einen Kindergarten vorstellen oder eine Wohnstätte für Flüchtlinge? Selbst wenn man die Geschichte dieses Ortes, für die das Haus an sich nichts kann, einen Moment lang vergisst, bleiben immer noch zig Vorschriften, die eine Umnutzung erschweren. Aufgegeben habe ich die Hoffnung noch nicht, dass daraus eines Tages etwas werden kann, das anderen Menschen, in welcher Form auch immer, zugute kommt. Kapitel 8 Eine Frage des Anstands Mein Engagement in Sri Lanka Während meiner Gefangenschaft habe ich mir so dringend Hilfe gewünscht und sie nicht bekommen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, Hilfe zu brauchen und am Ende doch auf sich allein gestellt zu sein. Deshalb war und ist es mir ein Anliegen, mich in dem mir möglichen Rahmen für andere zu engagieren. Diesen Wunsch zu helfen hatte ich schon als Kind. Manchmal habe ich aus dem Groschenglaserl, in dem kleine Münzen im Geschäft meiner Mutter zum Wechseln gesammelt wurden, ein paar Groschen stibitzt und sie den Obdachlosen und Bettlern, die sich in der Rennbahnsiedlung herumdrückten, zugesteckt. Mit klopfendem Herzen und die Münzen fest umklammernd marschierte ich auf sie zu und sagte, das ist für dich, nur bitte nicht vertrinken. Oft genug sah ich sie dann aber doch bei uns am Kiosk mit einer Handvoll Schillinge, die für ein Bier oder einen Schnaps reichten. Ich mochte das nicht. Ich habe heute noch meine Probleme damit. Vielleicht, weil ich als Kind zu viele Menschen gesehen habe, die ihr Leben ein Stück weit verloren haben, die keine Aufgabe mehr hatten, keinen Beruf, keine Ziele, deren Alltag nur noch von Hoffnungslosigkeit und Frust geprägt waren, die sich mit Alkohol etwas betäuben oder ertränken ließen. Mein großes Vorbild war Don Bosco, eigentlich Giovanni Melchiore Bosco, ein katholischer Priester und Seelsorger, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und 1934 heilig gesprochen wurde. 1859 gründete er die Salesianer Don Boscos und 1872 die Ordensgemeinschaft der Don Bosco-Schwestern. Im Religionsunterricht habe ich zum ersten Mal von ihm und seiner Arbeit gehört und daraufhin beschlossen, in seine Fußstopfen zu treten und Priester zu werden. Aber das ist ja bis heute leider nur Männern vorbehalten, zumindest in der katholischen Kirche. Mag sein, dass ich auch deshalb so von ihm und seinem ganz besonderen pädagogischen Ansatz fasziniert war, weil ich mich in den Kindern, mit denen er arbeitete, auf eine Art Widerfand. Kinder, die zwischen den Welten festhingen, nur kurz Kind sein durften, früh in die Verantwortung genommen wurden oder nicht genug geliebt wurden. Ich selbst hatte zwar kein intaktes Umfeld im Sinne einer glücklichen Familie aus Vater, Mutter, Kind, aber ich hatte eine liebevolle Familie. Beide Elternteile haben mir das Gefühl gegeben, dass sie mich lieben, dass es eher die Umstände waren, an denen sie manchmal scheiterten, die eigene Überforderung mit ihrer Trennung, die sich auf sämtliche Bereiche des Alltags auswirkte. In unserer Nachbarschaft im Rennbahnweg gab es unzählige Beispiele für gescheiterte Familien. Mütter, die unten im Hof auf ihre Kinder einbrüllten, sie zu Boden stießen und heftig prügelten. Männer, die ihre Frauen regelrecht verdroschen, die beim Schnapstrinken am Kiosk vor ihren Kumpels damit prallten, es der Alten mal wieder richtig gezeigt zu haben. Im Supermarkt sah man diese Frauen mit mühsam überschminkten Blutergüssen durch die Regale schleichen. Ältere Jungen lungerten in den Durchgängen zu den einzelnen Wohnblocken herum, pöbelten vorbeigehende Leute an, forderten Geld als Wegzoll. Wenn ich mit meiner Mutter durch die Höfe und Treppenhäuser ging, fasste sie meine Hand immer etwas fester. So gut es ging, versuchte sie, mich zu schützen und erklärte mir, warum sie es nicht mochte, dass ich unten im Sandkasten spielte und warum sie einige unserer Nachbarn als vulgär empfand. Obwohl sie sonst eher nach dem Motto handelte, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner, machte sie mir klar, dass es so etwas wie eine Wirkungskette gibt. Wer nie Liebe und Geborgenheit erfahren hat, dafür viel Gewalt, wird dies wahrscheinlich genauso weitergeben. In Gefangenschaft habe ich mich später immer wieder gefragt, was der Täter erlebt haben muss, was ihm gefehlt hat, dass er zu einer solchen Tat in der Lage war. Dass er glauben konnte, sie sei die Lösung für seine Probleme. Ein Versager in der wirklichen Welt, der seine Stärke aus der Unterdrückung eines Kindes zog. Eine labile Persönlichkeit auf der Suche nach Anerkennung, die ihm früher vielleicht nicht in dem Maße zuteil geworden ist. Ein Mann, der möglicherweise sehr unter der Dominanz der Eltern gelitten hat, sich in der Realität von ihr nie lösen konnte und nun versuchte dies in der Kellerwelt durch eine Umkehrung der Verhältnisse mit Gewalt herbeizuführen. Doch das sind letztlich Spekulationen. Sollten sie zutreffen, entschuldigt das natürlich nichts. Es ist allenfalls ein Erklärungsversuch für etwas, das im Grunde unerklärlich ist. Nach Don Bosco jedenfalls sollte Erziehung, ob sie durch Eltern oder Institutionen erfolgt, gekennzeichnet sein von echter menschlicher Liebe, getragen werden von Vernunft und begründet sein im Glauben. Er handelte nach dem Leitsatz »Zerbrochene Scheiben sind mir lieber als zerbrochene Herzen«. Außen an der Tür zu meinem Kinderzimmer hing, wie bereits erwähnt, ein großes Poster von ihm, ein Porträt in warmen, dunklen Farbtönen. So, als hätte ich jedem, der im Begriff war einzutreten, signalisieren wollen, dass er über mich wacht, dass er ein Auge auf mich hat. In Gefangenschaft habe ich aus dem Gedächtnis versucht, dieses Gesicht mit den gütigen Augen nachzuzeichnen. Darunter habe ich geschrieben »Die Macht des Bösen lebt von der Feigheit der Guten«. Um etwas geben zu können, muss man nicht reich sein. Auch das ist ein Zitat von Don Bosco. Man muss helfen wollen. Nach meiner Selbstbefreiung wollte ich genau das tun. In meinem ersten Interview wurde ich gefragt, wie ich mit dem enormen medialen Interesse umgehen würde und ob mir das nicht ein bisschen zu viel sei. Ein bisschen zu viel? Ja, schon. Aber auf der anderen Seite ist mir dadurch klar geworden, dass ich durch diese Berühmtheit eine gewisse Verantwortung habe und diese auch nutzen möchte. Mir ist klar geworden, dass man das zum Vorteil vieler Menschen, denen man helfen kann, nutzen sollte. Also ich plane, eine Foundation zu gründen, wo ich gewisse Hilfsprojekte vorstellen möchte, die sich mit der Thematik von zum Beispiel verschwundenen Leuten, die nie gefunden wurden, so wie ich, beschäftigen. Es geht dann auch noch um diese verschleppten, missbrauchten und gefolterten und ermordeten jungen Frauen, die etwa in Mexiko verschwinden und auf bestialste Weise misshandelt werden. Ferner plane ich, da ich ja weiß, wie entwürdigend es ist, andere Menschen hungern zu lassen, ein Programm aufzubauen, das die Leute sich selbst helfen können, den Hunger zu bekämpfen. Rückblickend war es vielleicht zu früh, davon gleich zwei Wochen nach meiner Selbstbefreiung gesprochen zu haben. Ich habe unterschätzt, wie sich der ganze Wirbel auf mich auswirken würde, wie viel Zeit ich brauchen würde, um mich in meinem neuen Leben in Freiheit zurechtzufinden. Ich musste mir erst selbst helfen und die nötige Stabilität zurückerlangen, die mir die innere Stärke gab, mich für andere einzusetzen. Zwischenzeitlich habe ich immer wieder einzelne Personen unterstützt, in Südamerika, aber auch in Österreich. Ich habe gespendet, wenn es irgendwo auf der Welt eine schwere Naturkatastrophe gab. Wie viele andere Menschen, die die Bilder des Elends in den Nachrichten sehen, berührt mich so etwas sehr. Die Gewalt der Natur ist auf eine Art eine andere als jene, die von Menschen ausgeht. Sie löst eine Urangst aus. Sie ist etwas, dem wir nichts entgegensetzen können. Weihnachten 2004 sah ich im Fernsehen Bilder, die ich lange nicht verarbeiten konnte. Menschen, die panisch vor Wassermassen flohen, auf Hausdächer und Bäume, Menschen, die weggerissen wurden von einem schäumenden Strudel, zerquetscht wurden zwischen einstürzenden Mauern, herumtreibenden Autos und Holzbalken. Ein Erdbeben im Indischen Ozean hatte an den Küsten der Anrainerländer einen verheerenden Tsunami ausgelöst. Es gab über 230.000 Tote. Über 1,7 Millionen Menschen waren obdachlos geworden. Niemand wusste, was geschehen würde, als sich das Meer langsam zurückzog. Viele Einheimische glaubten Fische und Muscheln auf, Touristen filmten das seltsame Schauspiel und kommentierten das Geschehen erst verwundert und fasziniert und als das Meer mit einem Mal zurückkam, mit immer schrilleren Stimmen Ohren betäubender. Ich saß wie benommen vor dem kleinen Fernseher im Verlies. Die Szenen und die Geräusche verfolgten mich tagelang. Das Bild, das ich damals gemalt habe, hängt heute in meiner Wohnung. Jahre später, 2007, traf ich auf einer Geburtstagsfeier einen Mann, der mich sehr beeindruckt hat. Upali Sirmalwata lebte 31 Jahre in Wien und arbeitete dort bei der UNO. Nach dem Tsunami ließ er sich ein halbes Jahr beurlauben, um eine Hilfsaktion für sein Heimatland Sri Lanka ins Leben zu rufen. Seitdem ist er immer wieder dorthin zurückgekehrt. Er erzählte mir von dieser Insel im Indischen Ozean und von der faszinierend schönen Natur, die in so großem Kontrast stehen würden zu der immer noch schwierigen politischen und wirtschaftlichen Situation im Land. Dieser kleine, zierliche Mann mit den warmen Augen war von einer Energie und sprach mir gegenüber mit einer solchen Begeisterung von seinen Projekten in Sri Lanka, dass ich ihn unbedingt wiedersehen wollte. Wir verabredeten uns für weitere Treffen, bei denen er mir Fotos zeigte und mir seine Arbeit vor Ort erklärte. Jetzt, als Rentner, verbrachte er den größten Teil des Jahres in Sri Lanka. Er schilderte mir, dass nicht nur die verheerende Flut, sondern auch der Bürgerkrieg, der von 1983 bis 2009 im Norden des Landes zwischen tamilischen Separatisten und dem singalesisch dominierten Rest des Landes tobte, bis heute massive Folgen habe. Hunderttausende hätten ihre Heimat verloren, es gäbe unzählige Opfer von Folter und Misshandlungen. In Gegenden, die touristisch weniger erschlossen seien, herrsche bis heute teils bittere Armut, es gäbe kaum Infrastruktur und die medizinische Versorgung sei desolat. Betroffen seien vor allem Mütter und Kinder. Die wenigen Ambulanzen und Hospitäler hätten kaum Plätze, wenn überhaupt, dann würden nur die Kinder aufgenommen. In seiner Heimat würden sich Mütter niemals von ihren Kindern trennen, wenn diese nicht schon ein bestimmtes Alter erreicht hätten. Die prekäre Situation in den Hospitälern habe zur Folge, dass sie mit ihren kranken Kindern lieber zu Hause blieben, nur um sie dort nicht allein zurücklassen zu müssen. Auch deshalb sei die Kindersterblichkeit in einigen Regionen so enorm hoch. Wie desolat die Situation und wie katastrophal die hygienischen Verhältnisse wirklich waren, davon hatte ich keine Vorstellung, bis er mir einige Aufnahmen zeigte, die er bei seinem letzten Besuch gemacht hatte. Auf Fotos und kurzen Videofilmen sah ich ein baufälliges kleines Gebäude mit abbröckelndem Putz, vor dem eine lange Schlange Menschen wartete, Alte, Mütter mit Kindern, Kranke. Die Innenaufnahmen zeigten einen großen Saal, überall dunkle Stockflecken, dazwischen ein paar rostige Metallbetten, die vor langer Zeit einmal weiß lackiert worden waren. In einem Verschlag nebenan werkelten ein paar Frauen um ein offenes Feuer am Boden herum. Auf den Scheiten ein dampfender Kessel mit einer undefinierbaren Speise, das sei die Klinikküche, wie mir Upali erläuterte. Eine Klinik? Ich fragte ihn, wo denn das medizinische Gerät und die Behandlungsräume seien, oder zumindest Zimmer, die diese Bezeichnung verdienten. Er blätterte durch die Fotos und legte einige vor mir auf den Tisch. Ein vorsinnflutliches Blutdruckmessgerät, etwas Verbandsmaterial, ein Stethoskop, eine Sauerstoffflasche, ein paar dunkelgetönte Gläser mit getrockneten Wurzeln oder Kräutern. Am schlimmsten aber war der Kreißsaal. Keine europäische Frau würde hier ihr Kind auf die Welt bringen wollen. Die Klinik hatte ein riesiges Einzugsgebiet. Die meisten, die dort hinkamen, waren Reisbauern und Arbeiter, die auf den großen Tee- und Gummiplantagen arbeiteten. Ich versuchte, Upali zuzuhören, mein Blick schweifte aber immer wieder zu den Fotos. Ich fragte mich, wie die Leute in einem solchen Umfeld gesund werden sollten. Als er mir dann noch sagte, dass die Mütter selbst nach Risikogeburten aus bereits erwähnten Platzgründen vor die Tür gesetzt oder von ihren Babys getrennt würden, war meine Entscheidung gefallen. Ich würde mich in Sri Lanka engagieren. Weil mich die Situation der Säuglinge und der kleinen Kinder und ihrer Mütter so berührt hatte, wollte ich entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, damit speziell für sie eine Krankenstation errichtet werden konnte. In Bulatzingala im Bezirk Kalutara, gleich neben dem alten Gebäude, das ich auf Upalis Fotografien gesehen hatte. Weil ich es wichtig finde, nicht von oben herab zu helfen, einen schnellen Geldsegen aus dem Ausland zu schicken, der im Zweifelsfall irgendwo in den Mühlen der korrupten Bürokratie versickert, bat ich Upali um Unterstützung. Er hatte Beziehungen, er wusste, wie die Behörden tickten, was die Menschen vor Ort brauchten und wie man sie mit einbeziehen konnte. Es sollte ein respektvolles Teilen werden, kein Bevormunden. Am Ende beschlossen wir, ein neues Klinikgebäude zu bauen mit 25 stationären Betten. Ein Haus, in dem pro Jahr bis zu 50.000 Menschen ambulant versorgt werden können. Upali würde vor Ort in Bulatzingala sein, gemeinsam mit einem Architekten, die Bauarbeiten koordinieren und mir regelmäßig Bericht erstatten. Ich hatte mir gewünscht, dass jeder Cent den Menschen zugutekommen und das ganze Projekt sich nachhaltig positiv für den Ort auswirken sollte. Die Ziegelmaschine, die damals angeschafft wurde, ist heute noch in Betrieb. Viele Einheimische fanden einen Arbeitsplatz, zunächst auf dem Bau und später auch in der Klinik. Inzwischen ist rund um das Areal sogar eine neue Siedlung entstanden. Nach gut einem Jahr Bauarbeiten war es dann soweit. Am 9. Oktober 2011 stieg ich gegen 23 Uhr in den Flieger von Wien nach Colombo. 7.450 Kilometer mit einem Zwischenstopp in Dubai. Meine bislang längste Reise. Ich war aufgeregt, auch etwas unsicher, was mich dort erwarten würde. Wie würde das Klima sein? Waren die Mücken wirklich so heftig, wie alle sagten? Wie würde ich das straffe Pensum die ganzen Termine bewältigen? Die Sonne verkraften? Die Begegnung mit vielen fremden Leuten, einer fremdanmutenden Kultur? Den größten Respekt hatte ich davor, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die ein Schicksal erlitten hatten, von dem wir uns zum Glück keine Vorstellung mehr machen können, seit in Europa Frieden herrscht. Geplant war, neben der feierlichen Eröffnung des Natascha Campos Children's Ward in Bulatzingala, auch eine Fahrt in den Norden des Landes, ins ehemalige Bürgerkriegsgebiet. Gemeinsam mit einer Gruppe junger Leute von der Organisation Jugend eine Welt Don Bosco Aktion Österreich wollte ich zunächst in Usweta Kajawa eine Einrichtung für Missbrauchsopfer besuchen. Im Heim Bosco Sivana waren um die 80 Jungen zwischen 11 und 19 Jahren untergebracht, die im Namen der Liebe sexuell missbraucht worden waren. Sie hatten als sogenannte Beach Boys gearbeitet, sprich, ihren Körper an pädophile Sextouristen verkauft. Nach einem weiteren Zwischenstopp nördlich von Colombo beim Don Bosco Technical Center, eine Schule und Ausbildungsstätte für Waisen und unterprivilegierte Kinder sollte es hinauf in den Norden gehen, in das ehemalige tamilische Autonomiegebiet. In einem Mädchenheim in Wabunia finden ehemalige Kindersoldatinnen und Kriegsweisen im Alter von 10 bis 24 Jahren Zuflucht und professionelle Betreuung. Mehr als die Hälfte von ihnen war kriegsversehrt, verletzt durch Granatsplitter und Minen, weshalb sie auf regelmäßige medizinische Betreuung angewiesen sind. Viel schwerer wiegen jedoch die mentalen Verletzungen. Die traumatische Erfahrung durch Krieg, Gewalt und Missbrauch prägt sie für ihr ganzes Leben. Sie mussten mit ansehen, wie Eltern und Verwandte getötet wurden, verloren ihr Heim und wurden zum Teil gezwungen, für die tamilischen Separatisten in den Gereya-Krieg zu ziehen. Angst, Apathie und Depressionen sind für viele dieser Kinder und Heranwachsenden zum ständigen Begleiter geworden. Einige waren entführt oder zurückgelassen worden, als ihre Familien in Panik flohen oder übrig geblieben, als einzige Überlebende eines Angriffs. Als der Bürgerkrieg endete, konnten das nicht alle als Befreiung sehen. In die Freude mischte sich das Gefühl des neuerlichen Verlusts. Erst war es der Verlust der Familie und des Umfelds gewesen, dann der Verlust der Rebelleneinheit oder des gewalttätigen Chefs, der nach Gutdünken über ihr Leben verfügt hatte. Jetzt standen sie vor dem Nichts. Die Begegnung mit diesen Mädchen und Frauen würde in vielerlei Hinsicht eine absolute Grenzerfahrung werden. Ich wusste nicht, wie es sein würde, mich mit dem, was sie erlebt hatten, zu konfrontieren. Es gab Parallelen, wenn auch die Umstände völlig andere waren. Es gab Wunden, die man sehen konnte und solche, die unter der Oberfläche schwelten. Es war eine Konfrontation mit einem Albtraum. Bis zu 7000 Kinder und Jugendliche sollen während des über 20 Jahre dauernden Bürgerkriegs in Sri Lanka als Kämpfer eingesetzt und zum Morden genötigt worden sein. Eine verlorene Generation. Zunächst aber hatte ich mit anderen Sorgen zu kämpfen. Alle hatten mir erzählt, wenn die Tür der eisig kalten Ankunftshalle des Bandaranaike International Airport aufginge, würde ich gegen eine Wand laufen aus heißer Luft und einer unglaublichen Feuchtigkeit, als würde einem jemand einen Eimer Wasser entgegenschwappen. Ich war überrascht, dass ich das Klima eher angenehm fand, eine Art sanftes Hallenbadgefühl auf der Haut. Punkt 1 meiner Bedenken konnte ich also schon abhaken. Punkt 2, die Mücken und die Sorge vor Malaria wurde in dem kleinen Bus abgehakt, der bereits auf uns wartete. Die Mücken seien um diese Jahreszeit nicht mehr so schlimm, meinte der Fahrer mit einem breiten Grinsen. Colombo selbst war ein einziges Gewusel. Überall toste und lärmte es. Auf den Straßen ging es nur langsam und eher abenteuerlich vorwärts. Zweispurige Asphaltbänder wurden vierspurig genutzt. Zwischen bunt bemalten, überladenen Lastwagen schlängelten sich dreiräderige Tuktuks und Mopeds durch, dazwischen Frauen mit Sonnenschirmen und Männer mit karierten Sarongs. Hin und wieder konnte ich durch schnell hochgezogene, moderne Bauten einen Blick auf alte, prachtvolle Kolonialbauten werfen, aber auch auf kleine Kanäle voll mit Unrat, entlang derer die Armen der Stadt in Baracken hausen. Als wir nach einer gefühlten Ewigkeit die Metropole hinter uns ließen, fuhren wir ein Stück weit die Küste entlang Richtung Süden. Die Wunden, die das Meer im Dezember des Jahres 2004 gerissen hat, waren längst nicht verheilt. Überall entlang der alten Küstenstraße sah man, mehr als sieben Jahre später, immer noch Spuren der Verwüstung. Klaffende Lücken dort, wo einst Palmen dicht an dicht standen, Gerippe von zertrümmerten Booten, die den Touristen an den Stränden als Fotomotiv dienten. Schuttberge, in denen streunende Hunde nach etwas zu fressen suchten. Menschen, die in halb verfallenen Ruinen lebten, viele von ihnen ohne Arbeit. Die Regierung hatte nach dem Unglück verfügt, dass die Fischer ihre Hütten am Strand nicht mehr aufbauen dürfen. Aus Sicherheitsgründen, wie man ihnen sagte. Finanziert durch Spendengelder und über Landzuteilungen konnten sie sich um kleine Grundstücke im Landesinnern bewerben. Doch aus den wenigsten Fischern wurden Bauern. Aber die freien Filetstücke am Strand sind inzwischen längst wieder vergeben. An reiche Investoren aus dem Ausland, die dort Wellnesspaläste für gestresste Touristen errichten. Die Wunden, die den Menschen damals zugefügt worden sind, auch sie sind längst nicht verheilt. Viele haben Angehörige verloren, unzählige Kinder wachsen ohne Eltern auf, kaum eine Familie entlang des Küstenstreifens zwischen Colombo und dem alten Kolonialzentrum Gale im Süden ist verschont geblieben. Nach einer Nacht in einem Hotel in Bentota fuhren wir nach Osvetakajava, in jenes Don Bosco-Heim, in dem Padres versuchen, Beachboys und anderen entwurzelten Jungen, eine neue Heimat und eine schulische beziehungsweise berufliche Perspektive zu geben. Offiziell nannte sich die Einrichtung Rehabilitierungszentrum für ehemalige Kinderprostituierte und Kinder in Risikosituationen. Nach mehreren Begrüßungsreden und der Besichtigung der Einrichtung gingen wir mit einigen Jungen an den Strand. Sie zeigten uns, wie sie Cricket spielten, als Schläger dienten Treibhölzer und nötigten mich, mit ihnen Fußball zu spielen. Ich stellte mich sicher nicht gerade besonders geschickt an, aber wir alle hatten Spaß und wurden hinterher mit Kokosnuss-Cocktails bewirtet. Selbst geerntete Nüsse von den Palmen im Hof mit hineingebohrtem Loch und Strohhalm drin. Am nächsten Tag fuhren wir zu Upali, der uns auf der Terrasse seines Hauses im Schatten von Mango- und Papayabäumen bewirtete. Schon auf dem Weg dorthin war ich von der Landschaft vollkommen in Bann gezogen. Alles grün, eine Vegetation, wie ich sie noch nie gesehen habe. Tee- und Gummiplantagen, Reisfelder, in denen Wasserbüffel standen und aus denen immer wieder weiße Reier aufstiegen. Es mag seltsam klingen, aber diese Natur war so vollkommen, dass man sie nur schwer in Einklang brachte mit dem, was vielen Menschen in diesem Land widerfahren war. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass es höchste Zeit war aufzubrechen. Auf der Terrasse war noch einmal jedes Detail besprochen worden. Upali hatte mich darauf vorbereitet, dass die Eröffnung des Kinderhospitals ein Großereignis sein würde. Lokalpolitiker würden da sein, selbst der Gesundheitsminister, das Fernsehen würde live senden, der ganze Ort sei mit bunten Fähnchen geschmückt, es finde sogar ein Umzug statt, mit Musik, folkloristischen Tänzen traditionell gekleideter Männer in weißen Sarons und mit roten Hüten mit Bommeln und silbernen Verzierungen dran. Auf der Fahrt stieg die Anspannung, wobei es eher ein freudiges Gefühl war als ein belastendes. Nach verschiedenen Begrüßungszeremonien zog der ganze Trost zum Platz vor dem Spital. Dort war ein Rednerpult mit Mikrofon aufgebaut, davor standen mehrere Stuhlreihen, die aber bei weitem nicht ausreichten. An die 300 bis 400 Leute seien da, wie der Minister mir stolz mitteilte. Während seiner Ansprache saß ich auf einem Ehrenplatz, aber ich hatte Mühe, mich zu konzentrieren. Immer wieder spürte ich eine zaghafte Berührung auf meinem Arm oder meinem Kopf, gefolgt von einer Entschuldigung und der Frage, ob die Farbe denn echt sei. So hell! Ich stach tatsächlich ziemlich heraus. Dann war ich an der Reihe, inzwischen doch ein wenig angespannt, da die Rede auf Englisch sein sollte. Zum Abschluss sagte ich, in meiner Gefangenschaft habe ich zu mir selbst gesagt, wenn ich eines Tages freikomme, werde ich versuchen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich habe Zeit gebraucht, um meinen Platz in Freiheit zu finden, aber jetzt fühle ich mich stark genug, um anderen zu helfen. Alles Gute und Gesundheit. Im Anschluss daran schritten wir zur feierlichen Eröffnung. Der Minister war etwas kindisch und wollte unbedingt das blaue Band vor dem Eingang zuerst durchschneiden. Auf einem Tablett wurden uns zwei Scheren gereicht, eine rosa, eine hellblau. Wir kamen uns etwas ins Gehege, weil er es so eilig hatte, sodass er am Ende die rosafarbene in der Hand hatte. Danach sollten wir beide jeweils eine Art Bäumchen aus Papier mit einer Kerze anzünden. Dass meine nicht angehen wollte, hat ihm sichtlich Freude bereitet. Wir hatten hinterher im Bus jedenfalls einiges zu lachen. Ich mauerte noch den letzten Stein in eine Wand, dann begann der Rundgang durch das Gebäude. Der Gedanke, dass hier in den nächsten Tagen Leben einkehren würde, dass man hier in Zukunft viele Mütter und Kinder erfolgreich behandeln würde, hat mich sehr glücklich gemacht. In Gefangenschaft habe ich mir oft ausgemalt, was sein würde, wenn ich mir einmal einen Knochen brechen würde oder eine Blutvergiftung bekäme. Es ist grauenvoll zu wissen, dass man keine Hilfe bekommen wird. Zurück in Wien wurde ich von einem Journalisten gefragt, ob ich an einer Art Helfer-Syndrom leiden würde. Ich fand das seltsam. Existiert daneben doch auch noch der Begriff Anstand? Es ist im Sinne der Ethik geboten, das Notwendige zu tun, das getan werden muss. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, sehe ich es als richtige und wichtige Aufgabe an nichts unversucht zu lassen. Die Klinik hat 50.000 Euro gekostet. Das entspricht einmalig einem Euro pro Mensch, der dort in einem Jahr ambulant behandelt werden kann. Das ist ein winziger Betrag. Dafür bekommt man in Wien nicht einmal einen kleinen braunen im Kaffeehaus. Für mich ist es das größte Geschenk, dass die Klinik vom Tag ihrer Eröffnung an von den Menschen angenommen wurde. Manchmal bekomme ich Briefe und Fotos zugesandt, von Kindern, die sich vor der Gedenktafel und dem Bild der Stifterin haben ablichten lassen. Das ist röhrend, aber auch ein wenig unangenehm. Schließlich habe ich vor allem weitergegeben, was andere Menschen mir Jahre zuvor an Hilfe zugedacht hatten. Am nächsten Tag brachen wir früh auf. Die Fahrt in den Norden sollte über sechs Stunden dauern. Es gab noch keine Autobahn. Auf den kleinen, teils ungeteerten Straßen herrschte ein Höllenverkehr. Als wir in Wavonia ankamen, waren alle völlig geschlaucht. Die Schwestern, die das Heim leiteten, empfingen uns sehr herzlich. Es gab ein gemeinsames Essen an einem langen Holztisch, die Speisen waren auf großen Bananenblättern angerichtet und wurden mit den Fingern gegessen. Die jüngeren Kinder am Tisch amüsierten sich sehr über mich, weil mir immer wieder ein paar Reisbrocken hinunterfielen und ich mein Kleid schon nach kurzer Zeit an einigen Stellen bekleckert hatte. Aber zum Glück waren bunte Blumen drauf, sodass man die Flecken nicht so arg gesehen hat. Nach dem Essen wurde ich umringt von jungen Mädchen, die mir unbedingt die Haare flechten, mich schminken und mit mir tanzen wollten. Es war schön zu sehen, wie gelöst sie waren, so im Augenblick verhaftet und so unbefangen mir gegenüber. Zum ersten Mal auf meiner Reise war ich an einen Ort gekommen, an dem meine Geschichte keine Rolle spielte, weil sie schlicht nicht bekannt war. Ich war eine von vielen jungen Menschen aus einer Gruppe, die sich interessierte und engagierte. Jeder ging offen auf den anderen zu, weil niemand um das Schicksal des anderen wusste. Erst in den Gesprächen mit den Schwestern und den älteren Mädchen wurden langsam Versatzstücke preisgegeben. Die Oberen fragte mehrmals nach, weil sie den Sinn meiner Entführung nicht verstehen konnte. Wie jemand auf die Idee kommen könne, jemanden jahrelang einfach so einzusperren. Die Kinder, mit denen sie zu tun hatte, hätten aus Sicht ihrer Entführer eine klare Aufgabe gehabt. Mit ihnen hätten die Rebellen Angst und Schrecken verbreitet, ganze Dörfer gefügig gemacht. Wenn ihr nicht kooperiert, haben wir Mittel und Wege, das zu erreichen. Aber ohne Krieg und Terror und damit sozusagen ohne Not, jemanden auf dem Schulweg in ein Auto zu zerren und weg zu sperren, das wollte ihr nicht einleuchten. Erst als ich sagte, manchmal habe ich gedacht, er wollte einfach eine Sklavin, hat sie lange geschwiegen, meine Hände in die Ihren genommen und dann genickt. Ihr hat dieser eine Satz ausgereicht, mehr musste sie nicht wissen. Die Geschichte von Nitya ist mir besonders nahe gegangen. Sie war zwei Jahre zuvor ins Heim gekommen, mit 18. Erst nach einem Jahr hatte sie begonnen zu reden. Bis dahin hatte sie weder gesprochen noch ein einziges Mal gelacht, selbst ihre Waffe hatte sie nicht abgelegt. Mit vier war sie entführt worden, ihre ganze Familie war umgebracht, das Dorf niedergebrannt worden. Wer von den Kindern nicht fliehen konnte, wurde verschleppt. Den Rebellenführer ihrer Einheit musste sie als Gott und Vater verehren. Wer sich widersetzte, wurde misshandelt vergewaltigt. In den ersten Jahren musste sie Leichen einsammeln, später dann selbst töten. Jeder von ihnen habe einen Sprengstoffgürtel am Körper getragen, um sich bei Feindkontakt in die Luft zu sprengen und dabei noch ein paar Menschen mit in den Tod reißen zu können. Nach ihrer Flucht war sie monatelang durch das Kampfgebiet geirrt, bis sie über das internationale Rote Kreuz zu den Don Bosco Schwestern gekommen war. Durch die Begegnung mit Nitya, aber auch mit den anderen Menschen auf meiner Reise bin ich sehr bereichert worden, weil der Umgang miteinander auf der einen Seite sehr offen, aber auf der anderen Seite distanziert im Sinne von respektvoll war. Dinge nicht in ihrer ganzen Schrecklichkeit auszusprechen, hat manchmal auch etwas mit Schutz zu tun. Nicht Eigenschutz, sondern Schutz des Gegenübers. Ich habe selbst hier in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, die mich anfangs verwirrt und ratlos zurückgelassen haben. Einerseits dieses große Interesse, die Anteilnahme, andererseits das beständige Bohren nach weiteren Details, dieses nicht aufhören wollen, nicht stehen lassen können, nach dem Motto, da muss doch noch mehr sein. Und gleichzeitig das Zurückgestoßen werden im privaten Raum, nur da gehört es hin, wenn überhaupt, wenn mir jemand gesagt hat, das will ich nicht wissen, habe ich mich abgelehnt gefühlt. Das war schmerzhaft, aber ich weiß inzwischen, dass es ein Schutzmechanismus ist, eine Angst, überfordert zu werden, damit nicht umgehen zu können. Für mich ist das eine wie das andere gleichermaßen schwer auszuhalten, aber ich bin besser darin geworden. Die Abspaltung genauso wie die Reduzierung auf diese eine Phase in meinem eine Leben. Ich habe immer nur dieses eine Bild von mir, wenn ich es auch durch mehr Lebenserfahrung aus einem anderen Blickwinkel betrachten mag. Äußerlich lässt sich mein Leben sicher in verschiedene Abschnitte einteilen, in ein Vorher, ein Währenddessen, ein Danach. Trotzdem lässt sich nichts von dem voneinander trennen, weil alles Einfluss aufeinander hat und für mich das eine nicht ohne das andere oder jene, mit denen ich in Sri Lanka konfrontiert wurde. Wir wissen alle, dass schreckliche Dinge auf diesem Planeten passieren, überall, jeden Tag, in jeder Sekunde. Große Katastrophen oder schwere Einzelschicksale rütteln uns auf. Für einen Moment sind wir geschockt oder nehmen Anteil oder Spenden, aber wir nehmen sie eben oft nur noch wahr, wenn sie einen gewissen Rahmen sprengen, im Sinne Ich weiß nicht, ob es eine Glaubenssache ist, doch die Schwestern und Patres in den Heimen haben die Jugendlichen einfach angenommen, so wie sie sind. Sie haben Akzeptanz und Empathie nicht von der Schwere des Erlebten abhängig gemacht, sondern einfach davon, dass da ein Mensch vor ihnen steht, der Hilfe und Schutz braucht. Mit den Kindern und jungen Erwachsenen, denen ich in Sri Lanka begegnet bin, fühlte ich mich wie durch ein Zauberband verbunden. Meine Geschichte ist trotz schrecklicher Umstände gut ausgegangen. Auch die Geschichten dieser Kinder sind gut ausgegangen. Sie haben jetzt saubere Betten und sanitäre Anlagen mit Wasser, das sie sogar trinken können. Sie werden medizinisch und psychologisch betreut. Sie erhalten eine Schulbildung und eine Chance auf ein neues Leben, in dem die Bilder ihres Alten nie ganz verschwinden, wohl aber mit der Zeit blasser werden. Sie können Momente des Glücks erleben und werden dabei unterstützt von Menschen, die mit sich im Reinen sind. Zum Abschied zeigte Minitia ihr Zimmer. In der Schublade ihres kleinen Kästchens lag ein Bild von Don Bosco. Kapitel 9 In der Endloss Schleife Natasha Gate Heute, zehn Jahre nach meiner Selbstbefreiung habe ich kein Verständnis dafür, dass diverse Menschen meinen, sich auf meine Kosten profitieren zu müssen, indem sie Fakten nach Bedarf umdeuten und verdrehen und mich und meine Familie zum zweiten Mal zum Opfer machen, zum Opfer ihres Unvermögens, die Tat als solche stehen zu lassen, wie sie war. In jenem bereits erwähnten Interview zu meiner Sri Lanka-Reise wurde ich auch immer mit ihren Fragen. Was ist Glück? Glück ist flüchtig. Das sind vielleicht kurze Momente, in denen man im Reinen ist mit der Welt. Hier in Sri Lanka durfte ich in den letzten Tagen ganz viele solcher Momente erleben. Ich blühe hier auf wie ein Kaktus, der plötzlich kleine rosa Blüten trägt. Oder wie eine wunderschöne große Orchidee. Was ist in Wien anders? In Wien werde ich oft angegriffen. Da passe ich die ganze Zeit auf. Ein unsichtbares Regelwerk umfängt mich und engt mich ein, drückt mich nieder. Hier in Sri Lanka fühle ich mich sicherer. Ich glaube, ich werde nach dieser Erfahrung hier in Wien auch viel besser atmen können. Es ist, als sei jetzt eine große Last von mir gefallen. Ich hatte das Gefühl, auf einem guten Weg zu sein, einen Sinn für mich gefunden zu haben. Kaum in Wien zurück moserten einige Leute, es gäbe auch in Österreich genug notleidende Kinder, und im Übrigen hätte ich doch sicher mehr investieren können. An anderer Stelle habe ich bereits erwähnt, dass die wenigsten Menschen es schätzen, wenn in ihren Finanzen herumgestochert wird. Es scheint die irrige Annahme zu herrschen, meine Vermögensverhältnisse Aber vielleicht bringt das einige Kritiker zum Schweigen. Von den eingegangenen Spenden habe ich keinen Cent für mich verwendet. Ich habe Projekte mit behinderten Kindern in Österreich unterstützt, 25.000 Euro als Soforthilfe für die Familie Fritzl zur Verfügung gestellt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, für die Opfer dieser entsetzlichen Tat zu spenden. Nicht ehrliche Anteilnahme, nein, ein gönnerhaftes Gebaren wurde mir daraufhin in einigen Medien und Blogs unterstellt. Weitere 25.000 Euro flossen in die Klinik in Sri Lanka, wobei ich den Betrag um die gleiche Summe aus eigener Tasche aufgestockt habe. Nach meinem ersten Interview schrieb eine Journalistin, sehr klug ist auch, dass sie jetzt Geld aus ihrer Geschichte schlägt. Wer mit einer solchen Ungeheuerlichkeit fertig werden muss wie sie, sollte nicht auch noch Geld Sorgen haben müssen. Und wenn die Welt sich so intensiv für ihr Schicksal interessiert, dann soll sie auch dafür zahlen. Denjenigen, für die das nun wieder Wasser auf ihre Mühlen sein mag, möchte ich sagen, es tut mir wirklich aufrichtig leid, um jene, die meinen, dass es mir so irrsinnig gut geht, dass sie am liebsten mit mir tauschen würden. Sie sollten wirklich einmal versuchen, sich ernsthaft in meine Lage zu versetzen. Sie sollten einmal versuchen, einen Tag oder eine Woche in einem solchen Raum zu verbringen. Sie sollten sich mein jetziges Leben ansehen, verfolgt von Verschwörungstheoretikern, die sich wichtig machen wollen und einfach keine Ruhe geben können. Immer wieder vor Gericht oder vor ein Mikrofon zitiert, um erneut auszusagen und Stellung zu nehmen zu den absurdesten Anwürfen. Zwischenzeitlich schien es, als wäre ganz Österreich, vom Bürger bis zu den höchsten Spitzen, bildlich gesprochen, mit Mikrowellen und Gaskochern unterwegs, um meine Geschichte noch einmal aufzuwärmen. Ja, ich würde diese Leute gern mal einen Tag lang in meiner Haut schlüpfen lassen. Wie sagte jener Presseexperte im August 2006 so schön, in vier Wochen ist die Story journalistisch durch und raus aus den Medien. Sie ist bis heute immer noch drin. Es fällt selbst mir nicht leicht, den Überblick zu behalten über all die Entwicklungen und Wendungen, die meine Geschichte genommen hat. Für mich war die Sache mit meiner Flucht und dem Tod des Täters eigentlich zu Ende gewesen. Ein klarer Fall, der zu den Akten gehörte, was rund zwei Monate nach meiner Selbstbefreiung auch juristisch vollzogen wurde, indem die Ermittlungen eingestellt wurden. Doch wie schon während meiner Gefangenschaft wurden Polizei und Staatsanwaltschaft gedrängt, weiterzumachen, weil es einen Pornoring gebe, in den höchste Kreise verstrickt seien, weil ich mit belastendem Material erpresst werde und deshalb eine lückenlose Aufklärung des Falles verhindern wolle und so weiter. Stellungnahmen seitens der Staatsanwaltschaft, dass es keine entsprechenden Anhaltspunkte dafür gebe, spielten keine Rolle. Die Spekulationen schossen weiter munter ins Kraut. Parallel dazu gab es Anzeichen, dass es Ermittlungspannen gegeben haben könnte, die möglicherweise vertuscht worden seien. Angeblich, um durch das Publikwerden eines solchen Skandals die anstehenden Nationalratswahlen nicht zu gefährden. Das Innenministerium reagierte und setzte im Februar 2008 eine Evaluierungskommission ein. Einen Monat später wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss gebildet, der die internen Vorgänge beleuchten Ich war der Meinung, wenn es tatsächlich solche Pannen und in der Folge gar Vertuschungen gegeben haben könnte, sollte das umfassend aufgeklärt werden, damit die zuständigen Behörden ihre Konsequenzen ziehen konnten. Der Gedanke, dass man mich möglicherweise hätte früher finden können, war schmerzlich. Aber es bringt nichts, sich an Überlegungen zu klammern, im Sinne von was wäre wenn. Das frisst einen nur auf. Im weiteren Verlauf der Geschehnisse bekam meine positive Grundeinstellung massive Risse. Mein Vertrauen in das System kam dadurch ein Stück weit ins Wanken. Als ich das in einer Stellungnahme auch einmal so offen äußerte, kam das allerdings nicht besonders gut an. Ich musste mich öffentlich dafür entschuldigen. Was nicht nur im Nachhinein schwer nachzuvollziehen ist, bedenkt man, was alles passiert war. Auszüge aus Vernehmungsprotokollen, die der Kommission und dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt worden waren, tauchten aus dem Zusammenhang gerissen und verkürzt in der Presse auf, obwohl die Mitglieder unterschrieben hatten, Vertraulichkeit zu wahren. Die Passagen, die veröffentlicht wurden, hatten nichts mit der eigentlichen Aufgabenstellung zu tun, nämlich mögliche interne Versäumnisse aufzuklären, sondern wurden zum Anlass, mich und später auch meine Familie zu diskreditieren. Der Schwarze Peter Vertuschung wurde mir hingeschoben. Ich würde die Aufklärung eines viel größeren Verbrechens decken. Für meine Eltern muss es wie ein böses Déjà-vu gewesen sein. Alles war wieder da. Der Missbrauchsvorwurf, die mögliche Verbindung zum Täter bzw. einem ganzen Kreis von Tätern, dem Milieu, dem ich mutmaßlich entstammte und das mir so schlimme Kindheitserfahrungen beschert habe, wie Ludwig Adamowitsch, der Leiter der Evaluierungskommission befand. Handfeste Belege gäbe es zwar nicht, man könne nur wittern, allerdings, dass der Herr Pricklupil eines schönen Tages mit seinem Kastenwagen unterwegs war und geschaut hat, ob da irgendein Mädel daherkommt, das er brauchen kann, halte ich für absurd. Wenn hoch angesehene Menschen wie er, seines Zeichens ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichtshofs, solche Dinge verbreiteten, und das waren nicht die einzigen, fühlte sich jeder legitimiert zu sagen, na wenn der das so sieht, dann muss da ja was dran sein. Sowohl Adamowitsch als auch Kommissionsmitglied Johann Reschut, Präsident des Obersten Gerichtshofs AD, schossen sich darauf ein, dass an der offiziellen Version meiner Geschichte womöglich ein bisschen mehr dran sei. In einem veröffentlichten Brief an die Tageszeitung Österreich schrieb Reschut, der Plan eines Einzeltäters, ein Kind ganz allein in einem Auto zu entführen, sei völlig unrealistisch. Sollte ich mich eines Tages entschließen, die volle Wahrheit medial zu verwerten, sei ich in Lebensgefahr, mögliche Hintermänner könnten sich zum finalisierenden Handlungsbedarf entschließen. Seit Jahren würde er nichts mehr fürchten, als eine Zeitungsmeldung des Inhalts Natascha Kampusch tot aufgefunden. Aus Opfersicht sei eine ganze Reihe möglicher Motive für bewusste unwahre Angaben denkbar, langfristige Annäherung an den Täter, aufrechte Druckausübung durch einen bisher nicht belangten Täter, Deckung von Implikationen nahestehender Personen etc. Wenn seine Sorge um mein Leben so groß war, muss man sich schon fragen, warum ich über diese offenbar akute Gefährdungssituation aus der Presse erfuhr. Das diente definitiv nicht meiner Sicherheit, kam aber offenbar dem Geltungsdrang einiger Kommissionsmitglieder entgegen. Die Reaktionen, denen ich in der Öffentlichkeit ausgesetzt war, spiegelten denn auch den Stand der jeweiligen neuen Ermittlungen wieder. Von Oktober 2008 bis Januar 2010 wurde der Fall noch einmal aufgerollt. Mit dem Ergebnis, das aus meiner Sicht von Anfang an klar war. Priklopil war ein Einzeltäter. Es gab keinerlei Verbindungen zu Hintermännern, geschweige denn zu meinen Eltern. Ich war während dieser Zeit gezwungen, immer wieder den Blick nach hinten zu richten. Ich konnte keine Zukunft haben, wenn mir die Vergangenheit wie ein Klumpen Mist an den Füßen hing. Nicht, weil ich sie nicht hätte verarbeiten können, sondern weil ich in diesen Misthaufen ein ums andere Mal hineingestoßen wurde, durch Leute, die glaubten, hier ein Forum gefunden zu haben, in dem ihnen maximale Aufmerksamkeit zuteil wurde. Damit ich hier nicht missverstanden werde. Ich wäre die Erste gewesen, die wirklich neue Ansätze begrüßt hätte. Ich hätte nie irgendetwas getan, um eine weitere Aufklärung des Falles zu behindern, so es denn etwas aufzuklären gegeben hätte. Ich habe gebetsmühlenartig von der ersten bis zur letzten Einvernahme gesagt, was ich wusste. Und das stimmte exakt mit dem überein, was die inzwischen diversen Evaluierungskommissionen und Untersuchungsausschüsse zu Tage gefördert haben. 2009 musste ich im Rahmen der neuen Ermittlungen mehrfach vor Gericht in Graz erscheinen. Die Einvernahmen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber vor dem Gerichtsgebäude drängten sich Schaulustige und Kamerateams. Einer der Reporter war so überengagiert, dass er in einen Blumenkübel fiel. An den nächsten Tagen wurde ich über den Keller in das Gebäude hineingeschleust. Zwei Staatsanwälte nahmen mich in die Mangel, einmal ganze acht Stunden lang, und befragten mich immer wieder zu bestimmten Abläufen. Warum und wieso ich nicht früher weggelaufen sei, ob die Aussage X von dieser und jener Person stamme, wann ich wo und von wem vernommen wurde und was ich bei dieser Einvernahme gesagt hätte. Es war ermüdend und hat mich psychisch und physisch sehr belastet. Obwohl das Fenster offen stand, war die Luft wahnsinnig stickig. Ich bekam rasch Kopfschmerzen und hatte Mühe, mich zu konzentrieren. Später wurden meine Aussagen mit den Protokollen meiner ersten Einvernahmen verglichen. Es gab keine Abweichungen. Ich blieb bei meinen Aussagen, bei der Wahrheit. Dennoch schien es, als würde mit einem Mal beinahe alles rund um meine Person und meine Geschichte von gewissen Kreisen als Lüge empfunden. Im Januar 2010 zum Beispiel berichtete das Nachrichtenmagazin Profil, ich sei während meiner Gefangenschaft zweimal aber jedes Mal aus freien Stücken zum Entführer zurückgekehrt. Das Blatt zitierte einen Ermittler der Kommission, der meinte, das Bild von acht Jahren in Ketten soll aufrechterhalten werden, aber das war es einfach nicht. Ich war entsetzt und empfand den Bericht als einen Tiefpunkt in der Berichterstattung über meine Vergangenheit. Es sollte nicht der letzte bleiben. Die ganze über Jahre andauernde Causa Kampusch war im Grunde eine aberwitzige Verschwendung von Steuergeldern und eine Bindung von Ressourcen. Allein der 600 Seiten starke Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft Innsbruck, die sich zehn Monate mit den internen Vorgängen der Staatsanwaltschaft in Wien beschäftigt hatte, lässt sich im Grund auf einen Satz herunterbrechen. Niemand habe sich vorschnell auf Präklopil als Einzeltäter festgelegt, es gebe schlicht keinen Hinweis auf das Gegenteil. Das war im November 2011 Doch was nicht sein darf, kann nicht sein auf ein Neues. In meiner Heimatstadt Wien, die zwar eine Metropole ist, aber auch ein Dorf, bedeutet, eine öffentliche Person zu sein, nichts anderes, als öffentlich Rede und Antwort stehen zu müssen. Der Wiener ist gut informiert und hält damit auch nicht hinter dem Berg. In der Phase des juristischen Tauziehens, das auch ein politisches war, in der Phase des medialen Überkochens von Natascha Gate, glich jeder Schritt für mich einem Spießruten Lauf. Wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, kristallisierten sich, je nach Neugier, Empathie oder Hass, verschiedene Gruppen heraus. Manche begegneten mir mit Mitgefühl, hört das denn nie auf, was tun die ihnen denn an? Andere wollten es schon immer mir anzügliche Fragen, wie das denn so sei, ständig bereit gewesen sein zu müssen und wie das mit der Verhütung gewesen sei. Besonders aufdringlich waren pubertierende Jungengruppen. Wenn ich auf ihre Bemerkungen nicht reagierte, waren lauthalse Beschimpfungen oder gegrölte Witze die Folge. Wo wächst der größte Busch im Keller im Keller oder Alle Kinder spielen mit Playmobil außer Natascha, die spielt mit Präklopil. Psychologen sagen, dass Witze für die Menschen seit jeher ein Mittel sind, Unfassbares zu verarbeiten. Je schwärzer, je makabrer der Witz ist, desto mehr erfüllt er seine Funktion, das in Worte kaum fassbare Grauen anzusprechen und angesichts der Hilflosigkeit damit umzugehen. Als mir die Flucht von meinem Entführer gelungen war, dauerte es nur ein paar Tage, bis die ersten Campus-Witze in Österreich kursierten. Ich habe damit nicht grundsätzlich ein Problem. Ich bin eigentlich ein sehr lebenslustiger Mensch. Ich lache gern und ich habe eine ordentliche Portion Selbstironie. Aber in einer gesteckt vollen Trambahn zu stehen, die Haltestange fest umgriffen oder im Sitz versinken wollend, während alles um einen herum grölt und brüllt, das ist demütigend. Oft bin ich in solchen Situationen gleich bei der nächsten Station hinausgestürzt, das Gejole im Ohr und die hämischen Blicke auf dem Rücken spürend. Es ist etwas anderes, wenn man in privater Runde nach ein paar Gläsern Wein so etwas zum Besten gibt, als einen Menschen, der ohne eigenes Zutun Opfer eines Verbrechens geworden ist, in der Öffentlichkeit bloß zu stellen. Wenn es sich bei solchen Entgleisungen nur um Jugendliche gehandelt hätte, könnte ich sagen, Schwamm drüber ist Wachsene mir gegenüber geleistet haben, waren ungleich schlimmer. Sie traten immer dann auf, wenn in den Medien mal wieder über eine vermeintliche Enthüllung, einen neuen Skandal in der Causa Campos berichtet worden war. Als der Verdacht durch die Medien geisterte, ich hätte in Gefangenschaft ein Kind geboren und dieses wahlweise tot oder lebendig verscharrt, war es besonders schlimm. Aufgekommen war das Gerücht erstmals zurückartigen Veröffentlichung unter Verschluss gehaltener Akten. Nun, Ende des Jahres 2011, als alles endlich vorbei zu sein schien, wurde es wieder hervorgekramt. Einige FPÖ-Politiker waren der Meinung, starke Indizien würden dafür sprechen, dass sich im Verlies des Entführers ein Kind zur Welt gebracht haben könnte. Möglicherweise sei es im Garten vergraben, möglicherweise lebe es noch an unbekanntem Ort. Anlass für diese haltlose Behauptung war eine Haarlocke und ein kleines Heftchen über die Anatomie und Pflege von Säuglingen gewesen, die man im Verlies bei meinen sichergestellten Sachen gefunden hatte. Das Heftchen war nicht mehr als eine Lektüre, wie auch die Julia-Romane, die Lexika, die Zeitschriften, Comics oder Abenteuer- und Science-Fiction-Bücher, die mir der Täter ins Verlies gebracht hatte. Die Haarlocke hatte ich mir abgeschnitten, bevor er mich kahl rasierte, damit ich mich daran erinnern konnte, wie sich mein Haar angefühlt und welche Farbe es gehabt hatte. Obwohl die untersuchende Behörde den Garten des Hauses in Strasshof komplett mit Sonden durchleuchtet hatte und dabei selbstverständlich nicht auf eine Kinderleiche gestoßen war, war das Gemurmel um die potenzielle Kindsmörderin nur zögerlich verstummt. Und obwohl nach den Untersuchungen im AKH eindeutig belegt war, dass ich zu keinem Zeitpunkt schwanger gewesen bin, sollte sich der Untersuchungsausschuss mit diesem Thema beschäftigen. Verschiedene Blätter hoben die Geschichte wieder auf die Titelseiten. Als ich einmal in jenen Tagen frühmorgens arglos meine Wohnung verließ, stürzte eine ältere Dame auf mich zu und hieb mir eine zusammengerollte Zeitung auf den Kopf mit den Worten »Wo hast das arme Kind vergraben, du Sau?« Nach der Attacke warf sie das Blatt achtlos auf den Boden und stapfte davon. Die Schlagzeile auf der ersten Seite gab Red Auskunft darüber, welchen Artikel die Dame offenbar gerade gelesen hatte. Im Internet wurde ich als Hure beschimpft. Man müsse es mir mal ordentlich besorgen, weil das hätte dieser Klemmi wohl nicht richtig hinbekommen. Qualen täte er das doch der Schlampen. In der U-Bahn tuschelten Leute hinter mir her, dass ich weggesperrt gehörte und der Öffentlichkeit meinen Anblick ersparen sollte. Ich bekam Briefe, in denen sich Männer seitenlang in ihren Fantasien ergingen über gefügige Frauen, die sie erniedrigen wollten und denen sie mit einer Menschenverachtung begegneten, die ich auf diese Weise nicht einmal während meiner Gefangenschaft erlebt habe. Und da hatte ich noch ganz naiv geglaubt, der Singularität eines einzelnen kranken Geistes ausgesetzt gewesen zu sein. An guten Tagen konnte ich all diese Demütigungen wegwischen. Die meinen nicht wirklich mich, die suchen sich nur ein Ventil für ihre perversen Fantasien. An schlechten Tagen hat mich das so geängstigt, dass ich mich nur noch verkrochen habe. Ich bin nicht ans Telefon gegangen, habe die Tür nicht geöffnet, egal wer draußen stand. Die Verachtung für Frauen, die allgemeine Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft im Umgang mit anderen, gepaart mit einer seltsamen Auffassung von unterdrückter Sexualität, die Missbrauchsfantasien und vielleicht selbst in dieser Hinsicht erfahrenen Leiden, sind immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Durch große Skandale, die auch die Kirche in den vergangenen Jahren durchlaufen hat, ist die Aufmerksamkeit für diese Themen sicher gewachsen. Aber der wichtige und richtige Blick auf übergreifende Strukturen wie mögliche Schweigekartelle in der Kirche und in meinem Fall auf potenziell hinter dem Verbrechen steckende Pornoringe, die Konzentration auf das Große verstellt gleichermaßen sehr bequem den Blick auf das Kleine, den alltäglichen Wahnsinn in Familien der unmittelbaren Umgebung, in der Nachbarschaft, in der Öffentlichkeit. Wir sehen hin, wenn uns die Neugier treibt und sehen weg, wenn wir Angst haben, überfordert zu sein mit dem, was wir da sehen. Dabei kann der Wolf, der die kleinen Geißlein frisst, ebenso Kreide fressen und sich eine mit Rüschen eingefasste weiße Nachthaube aufsetzen. In meinem Fall war der eigentliche Wolf klar, nicht nach außen, nicht für die Nachbarschaft und die unmittelbare Umgebung, aber für mich. Er war im Laufe meiner Gefangenschaft vom Entführer zu meiner einzigen Bezugsperson geworden, ohne dass ich die Tat jemals aus den Augen verloren hätte. Er war der Mann, der mich meiner Familie, meiner Kindheit und Jugend beraubt hat. Im Laufe der Jahre wurde er zu einem Gegner, dem ich aufgrund der spezifischen Täter-Opfer-Beziehung zunehmend auf Augenhöhe begegnet bin. Mit den Wölfen, die in Freiheit meinen Weg kreuzten, war ich nicht auf Augenhöhe, konnte ich und wurden instrumentalisiert. Ich wurde vom Opfer zur potenziellen Mittäterin, zur Lügnerin. So kam es, dass die Ermittlungspannen, die in der Tat Fragen aufgeworfen hatten, relativ schnell abgehandelt wurden und in den Hintergrund gerieten. Etwa das Ignorieren von Zeugenaussagen oder Hinweisen wie dem des Hundeführers auf einen seltsamen Vogel, dem so eine Tat zuzutrauen wäre. An meiner Situation hätte sich durch ein ernsthaftes Nachgehen dieser Spur möglicherweise etwas ändern können. Wobei wohl selbst eine zeitnahe Inspektion des Hauses und des Grundstücks mit Spürhunden wahrscheinlich nicht dazu geführt hätte, dass ich gefunden worden wäre. Zu perfekt die Verschleierung des Weges zu meinem Verlies, zu tief unten und hinter zu dicken Wänden der mir seitens des Täters zugedachte Lebensraum. Zu perfekt seine Vorsichtsmaßnahmen, vom weißen Lieferwagen angefangen, der mit Bauschutt gefüllt war, als die Polizei ihn im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion untersuchte, bis hin zum Glatzescheren und der Müllentsorgung aus dem Haus, die nicht etwa in der eigenen Tonne erfolgt war, sondern über einen weiten Radius im öffentlichen Mülltonnen, damit man keine Spuren von mir finden konnte. Übrig blieb eine Gerüchtekocherei, die durch keinerlei Belege untermauert werden konnte. Darauf angesprochen reagierten die Herren ausweichend bis kryptisch, indem sie etwa auf die Verschwiegenheitspflicht hinsichtlich der laufenden Ermittlungen verwiesen, oder sich darüber beklagten, dass eben diese behindert würden, weil die ganze Wahrheit ja verschleiert werde, ihnen wichtige Dokumente und Fakten vorenthalten würden. Wenn endlich alles aufgedeckt sei, würden etliche Menschen ihr Gesicht verlieren, an erster Stelle Natascha Kampusch selbst. Doch dahin zu kommen sei nicht so einfach, wie Herr Adamowitsch meinte. Widerlegen Sie einmal eine Ikone. Darum schien es also zu gehen. Nur warum mussten meine Aussagen, warum musste die Wahrheit eigentlich widerlegt werden? Was ans Licht geholt werden sollte, war klar. Man darf eines nicht vergessen. Es war ein Entführungsgeschehen ohne Lösegeldforderungen und es gab auch keinen Sorgerechtsstreit im Hintergrund. Und was bleibt dann über? Die sexuelle Komponente. Selbstverständlich hat die Gesellschaft nicht nur das Recht, sondern auch ein Interesse daran, wenn ein potenzieller zweiter Kinderschende herumläuft. Noch dazu, wenn es verschiedene Anhaltspunkte gibt, dass unter Umständen ein pädophilen Ring serienmäßig bedient wird. Wie sich die Aussagen doch gleichen. Das war drei Jahre nach dem offenen Brief an die Zeitung Österreich. In der Zwischenzeit war der Akt geschlossen worden, Januar 2010. Ein weiterer parlamentarischer Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen worden, Dezember 2011, und einen Monat vor dem Rejut-Interview mit News hatte die Sache mit dem Campo Spriglopil Kind eine weitere bizarre Blüte getrieben. Ein Polizeiinspektor tauchte in einer Schule in Laxenburg auf, angeblich um die Kinder in Verkehrserziehung zu unterweisen. Die Lehrerin wurde stutzig, als er ein Foto präsentierte und um DNA-behaftetes Material des darauf abgebildeten Mädchens bat. Von der Schuldirektorin zur Rede gestellt gab er an, er habe einen Auftrag und solle die Tochter von Frau Kampusch suchen. Der dahinterstehende Verdacht? Ich hätte das Kind der Schwester von Priglopils Freund Ernst H. übergeben, die es aufgezogen habe. Diese erstattete nach dem Vorfall in der Schule Anzeige und ließ tatsächlich einen Gentest durchführen, der eindeutig belegte, Was das Nachgehen dieser Verschwörungstheorie bei Mutter und Tochter wie auch bei deren Klassenkameraden auslöste, spielte keine Rolle. Indizien, dass der Polizeiinspektor nicht ganz auf eigene Faust gehandelt haben könnte, sondern in Verbindung mit Höchstrichter Rejoud gestanden haben könnte, wurden im Frühsommer 2015 abschließend vor Gericht diskutiert. Es ging um den Vorwurf der Falschaussage. Zunächst hatte Rejoud angegeben, den Später dann eingeräumt, es habe zwei Treffen in einem Kaffeehaus gegeben, mehr nicht. Eine Auswertung der Telefondaten ergab ein gänzlich anderes Bild. Mehrmalige Kontakte vor und nach dem Vorfall von Laxemburg. Dazu befragt, meinte er, er habe womöglich einen mentalen Tunnel gehabt und bei der Fülle an Telefonaten könne er sich beim besten Willen nicht an jedes kleine Telefonat erinnern. Die Richterin war sehr verständnisvoll. Ich glaube im Zweifel, dass sie vergessen haben, das zu erwähnen. Und weiter, es tut mir leid, was sie über sich haben ergehen lassen müssen. Es wäre schön gewesen, hätte ich einen ähnlichen Satz von solcher Warte aus einmal gehört. Stattdessen ging es weiter. Im Juni 2012 wurde entschieden, den Fallcampus noch einmal komplett aufzurollen und dabei die Hilfe von externen Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Cold-Case-Experten des FBI und des Deutschen Bundeskriminalamtes rückten an und sichteten wochenlang tausende Akten, die für die Amerikaner erst noch übersetzt werden mussten. Ein Dreivierteljahr später bestätigten die Experten, dass einigen Hinweisen nicht nachgegangen worden sei, dass Priclopil allein gehandelt habe und dass er keine Verbindungen zu ominösen Pornoringen gehabt habe und dass er sich tatsächlich umgebracht hat. Nach sieben Jahren und unzähligen Schleifen blieb das übrig, was von Anfang an da war. Im Fernsehen gab es eine Sondersendung, in der die BKA-Experten Stellung bezogen, zu der aber auch Politiker und Juristen geladen waren. Befragt zum Ergebnis der Cold-Case-Spezialisten sagte eine FPÖ-Politikerin, Ich denke, sollte die Frau Campos doch eines Tages noch das Gefühl haben, vielleicht die ganze Wahrheit zu erzählen und es ist ja nachweislich so, dass sie manches Mal nicht immer über all die Wahrheit gesagt hat, dann kann es natürlich sein, dass es zu weiteren folgenden Ermittlungen kommt. Es scheint einfach kein Ende haben zu dürfen. Aber gegen Verschwörungstheorien kann man sich weder mit Argumenten noch mit der Wahrheit wären. Der Wahnsinn lebt einfach weiter. Epilog 25 years of my life and still I'm trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man for whatever that means and I try oh my God do I try all the time in this institution and so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs what's going on Zukunft, mein Leben endlich zu leben, genauso wie ich mir das immer vorgestellt hatte. In den vergangenen zehn Jahren war das größte Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe, die Befreiung. Die Freude darüber, diese schwere Zeit überstanden zu haben, gab mir Kraft. Ich steckte so voller Energie und Tatendrang und wollte am liebsten alles auf einmal machen, alle meine Vorstellungen, wenn schon nicht in den nächsten zwei Minuten, dann doch in den nächsten zwei Jahren realisieren. Ich hatte schon als Kind den starken Drang, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und habe mir oft vorgestellt, wenn ich erwachsen bin, dann mache ich einmal etwas, das alle in Erstaunen versetzt und wachse über mich hinaus. Als Kind fehlte mir dafür das Selbstbewusstsein, dass ich in Gefangenschaft auf mein großes Ich projizierte, das mich eines Tages an der Hand nehmen und in die Freiheit führen würde. In meinen Gedanken war ich immer frei. Vor zehn Jahren habe ich es geschafft, die Mauern in meiner Gefangenschaft zu überwinden. Auf mein heutiges Leben wirkt sich meine Vergangenheit insofern aus, als dass sie mich natürlich geprägt hat und mir eine gewisse Stärke und Reflexionsfähigkeit verliehen hat. Während dieser achteinhalb Jahre habe ich gelernt, das Beste aus meiner Situation zu machen und sei sie noch so unmöglich. Ich habe versucht, Böses nicht mit Bösen zu vergelten, mich nicht von schlechten Energien zerstören zu lassen und Mensch zu bleiben. Schon damals hat es mir geholfen, mit mir in einem inneren Dialog zu bleiben. Zunächst aus Ermangelung eines Gesprächspartners, dann aus einem tiefen Bedürfnis heraus. Ich bin mir meiner sehr bewusst. Ich sehe mich und versuche mir einen Überblick über mein Inneres zu verschaffen. Manchmal blicke ich direkt in den Abgrund hinein. Das kann schockierend sein, auch bei anderen. Aber diese Abgründe gehören dazu. Ich versuche, auch in der Therapie, meine Psyche, meinen Verstand, meine Seele zu reinigen und Dinge zu hinterfragen. Und ich versuche, Kopf- und Bauchgefühl den nötigen Raum zu geben, beide Anteile in Balance zu halten. In den vergangenen zehn Jahren in Freiheit habe ich für mich wertvolle Erfahrungen sammeln können. Sehr schöne, aber auch sehr belastende. Manchmal bin ich aufgewacht und habe mich gefragt, wie in jenem Song von den Four Non Blondes, was eigentlich abgeht. In manchen Phasen hatte ich nicht das Gefühl, irgendetwas im Griff zu haben. Die Verzweiflung und Ohnmacht darüber haben mir zum Teil mehr zugesetzt, als die Misshandlungen, denen ich durch den Täter ausgesetzt war. Am schwierigsten war die Bewältigung. Die meiner Geschichte und der Reaktionen darauf. Die der vielen Eindrücke von der Welt und den Emotionen, die sie in mir und die ich in anderen auslöste. Die der Erwartungen und Hoffnungen und Enttäuschungen. Ich habe mich in diesen Jahren manchmal gefühlt wie eine Wand, zugespachtelt mit allen möglichen Arten von Aufstrichen, bis ich mich zum Schluss gar nicht mehr wiedererkannt habe. Die meisten Menschen, denen ich begegnet bin, egal ob aus meinem familiären Umfeld oder völlig Unbekannte, hatten eine Version von mir im Kopf. Jeder hatte dabei andere Vorstellungen, die er auf mich übertrug. Entweder um sich radikal abzugrenzen und mich stellvertretend für die Tat abzulehnen. Oder aber sich in irgendeiner Weise gespiegelt zu sehen. Diese Spiegelung ist etwas, das wir im Alltag ständig tun. Sie ist Teil unseres Zusammenlebens. In der Gefangenschaft musste ich nur dem Bedürfnis einer Person Nachspiegelung nachkommen. Ich habe es geschafft, mich darauf einzulassen, ohne mich dabei selbst zu verlieren. Nach dem Ende meiner Gefangenschaft war ich überfordert davon, den Bedürfnissen, Erwartungen und Zuschreibungen der verschiedensten Leute gerecht zu werden. Ich glaubte, ich müsste sie erfüllen. Ich müsste verstehen und annehmen, was andere für richtig halten. Welchen Weg sie für mich vorsehen, ohne dabei erkennen zu können, wohin mich das führen würde. Das klingt jetzt ein wenig abstrakt, aber man kann sich das so vorstellen. Die eine Person sagte, geh nach links, die andere sagte, geh nach rechts und die dritte sagte, du solltest am besten überhaupt nicht gehen. Zwischen diesen ganzen, meist gut gemeinten Wegweisern von außen habe ich mich eine Zeit lang ein wenig selbst verloren. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, authentisch zu bleiben. Das war insofern schon nicht einfach, als dass ich zwischen die Mühlen vieler Interessenslagen und Motive geriet, die sich mit der Zeit gewandelt haben. In den vergangenen Jahren gab es die unterschiedlichsten Kräfte, die sich meiner Geschichte bemächtigt haben. Marlene Strerowitz hat genau diesen Mechanismus schon 2006, kurz nach meinem ersten Interview, vorhergesagt. Überwältigung hier wie dort. Eine Gesellschaft zeigt sich, die sich nur in Bedürftigkeit oder Bewunderung ausdrücken kann. Neid und Idealisierung müssen sich in die angebotene Geschichte eintragen und sie so in Besitz nehmen. Die erzählte Geschichte wird während der Erzählung schon umgeschrieben, in Ablehnung oder Abneigung. Die Geschichte gehört auf diese Weise allen. Die Zuhörer ersetzen im Zuhören die Erzählerin und füllen die Geschichte mit ihren eigenen Bezügen. Man ist hier diesem konkreten Opfer Natascha Kampusch vollkommen ausgeliefert. Hat doch jeder selbst das vage Gefühl, ein Opfer zu sein. Es wird vermutet, projiziert. Die Unfähigkeit, Opfer zu denken, führt dazu, dass Opfersein ein Zustand ist, der besser verheimlicht wird und damit keine Gegenerzählung provoziert, die das Opfer noch einmal beraubt. Zu Experten über mein Leben wurden Journalisten, die Leerstellen füllen, aufbauschen wollten und der Auflage wegen auch sollten. Politiker, die sich selbst ein aufklärerisches Image geben wollten. Justiz und Polizei, die gegeneinander in Stellung gebracht wurden. Selbsternannte Enthüller der ganzen Wahrheit und so weiter und so fort. Dazwischen eine Öffentlichkeit, die langsam gar nicht mehr wusste, was sie denken sollte. Von mir und dem ganzen Fall. Mir im Laufe der Zeit aber sozusagen vorauseilend eher mit Ablehnung als mit Verständnis begegnete. Im Alltag war das sehr schwer. Ich habe mich anfangs jedes Mal gefragt, was denken diese Menschen jetzt von mir? Was sehen sie in mir? Was wissen sie, dass diese Kälte in ihren Blicken entstehen lässt? Ich habe viel Zeit, auch in der Therapie darauf verwendet oder verwenden müssen, mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass nicht alles, was passiert, direkt mit mir als Person oder mit meinem Charakter zu tun hat. Sondern damit, dass sich diese Geschichte langsam von der Realität, so wie sie wirklich stattgefunden hat und wie ich sie erlebt habe, entfernt hat. Wie sie sich damit Schritt für Schritt auch von meinem Leben und meiner Lebenswirklichkeit gelöst hat. Ich bin inzwischen mit mir übereingekommen, dass mich viele neue Entwicklungen und Enthüllungen und die Reaktionen darauf nicht mehr interessieren. Nicht mehr interessieren dürfen. Sonst macht mich das auf Dauer kaputt. Ich muss nicht jeden Schierlingsbecher, den man mir reicht, annehmen oder mich schuldig fühlen, wenn ich ihn ausschlage. In den Jahren der Gefangenschaft hatte ich das Gefühl, jemand habe mich ausgehöhlt und mir mein Leben entwendet. In den vergangenen Jahren hatte ich manchmal das Gefühl, als hätte man mir mein Ich-Sein genommen. Immer wieder habe ich in Interviews die Frage beantwortet, wie es mir gehe, ob ich glücklich sei und endlich wirklich frei. Manchmal hätte ich am liebsten gesagt, nein, sonst säße ich jetzt nicht hier und sonst wäre ich auf dem Weg hierher nicht blöd angemacht worden. Das Traurige ist, dass diese Frage oft eher rhetorisch gemeint war. Kaum jemand wollte ernsthaft wissen, dass ich mich bemühe, positiv durchs Leben zu gehen. Trotz allem und gerade deswegen. In welchem Gesetz steht geschrieben, dass man, wenn man einmal gelitten oder es einem schlecht gegangen ist, bis zum Ende seiner Tage in dieser Negativspirale verharren muss? Es war eine der verstörendsten Erfahrungen, die ich im Umgang mit anderen Menschen gemacht habe, dass viele diese ganz bestimmte Art von Schicksalsergebenheit haben. Es darf mir nicht gut gehen, weil. Es kann nicht sein, dass. Weil. Menschen, die in sich selbst nur das Negative sehen, nicht das Positive, Kraftvolle, auch wenn es seit langem verschüttet sein mag. Jeder Mensch ist individuell. Jedes Schicksal ist anders. Aber ich glaube fest daran, dass wir nicht nur ausgeliefert sind. Wir können uns selbst ermächtigen, um das größte Geschenk, das uns das Leben macht, anzunehmen. Die Freiheit, es zu gestalten. Ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt langsam wieder die Seiten an mir ausleben kann, die mich ausmachen. Voller Energie und Tatendrang. Und mit starkem Willen. Ich weiß, dass ich den zweiten Abschnitt meines Lebens in vielerlei Hinsicht nicht loswerde. Aber ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich, wenn ich gerade dabei bin, mich davon freizuschwimmen, nicht länger von außen den Beckenrand vor die Nase gesetzt bekomme. Ich habe meine ganze Jugend nicht so verbringen dürfen wie andere Menschen, mit hoffnungsvollen Ideen und Plänen. Und es verletzt mich, wenn ich als Erwachsene den Stempel Einmalopfer, Immeropfer, ein ums andere Mal auf die Stirn gedrückt bekomme. In solchen Momenten komme ich mir vor wie ein Schauspieler, der auf der Bühne Tag aus, Tag ein denselben Monolog halten muss. Eine Endlosschleife. Nur, dass diese Bühne mein Leben ist und ich gern auch einmal in eine andere Rolle schlüpfen würde. I'm trying to get up that great big hill of hope, heißt es in dem eingangs erwähnten Lied. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben. Denn Hoffnung ist eine der stärksten Triebfedern, die wir in uns haben. Das Leben ist ein Prozess, bei dem es meist viel weniger um das Ergebnis geht, als um den Weg, den man zurücklegt. Mein Weg ist sicher nicht vergleichbar mit dem der meisten anderen Menschen. Aber ich möchte diesen Weg, egal welche Wendungen er noch nehmen wird, einfach gehen dürfen. Ich möchte mein Leben so erfüllt wie möglich gestalten und mit der verbleibenden kostbaren Zeit achtsam umgehen. Wie wichtig das ist, weiß ich nicht nur durch meine Gefangenschaft, sondern auch durch die Zeit danach. Denn jeder lebt nur einmal. Und dies ist mein Leben. Anhang. Chronologie der Ereignisse. 2. März 1998 An jenem Montagmorgen werde ich gegen 7.15 Uhr auf dem Weg zur Volksschule im Briochiweg von einem Mann in einen weißen Kastenwagen gezerrt. Hier, in der Melangasse, endet der letzte Tag meines alten Lebens. Die jahrelange Gefangenschaft in den Händen meines Entführers Wolfgang Preklopil beginnt. Am frühen Abend gibt meine Mutter eine Abgängigkeitsanzeige im Bezirkskommissariat Donaustadt auf. Das Wiener Sicherheitsbüro übernimmt. Die ersten Suchmaßnahmen im Bereich der Siedlung am Rennbahnweg laufen an, auch wenn die Polizei noch zu beruhigen versucht. Vielleicht sei das Kind doch einfach nur weggelaufen und würde am nächsten Tag wieder auftauchen. Meiner Mutter ist klar, nach 48 Stunden habe ich definitiv gewusst, so lange kann sie nicht trutzen und irgendwo in einer Ecke hocken. Davon abgesehen, dass das auch gar nicht zu ihr passen würde. Sie ist so ein verlässliches Kind. Sie weicht nicht vom Weg zur Schule ab und sie kommt auf dem geraden Weg wieder nach Hause. Da muss etwas passiert sein. 3. März 1998 Die erste Zeugin meldet sich. Eine Zwölfjährige gibt an, sie habe gesehen, wie ein Mädchen in ein weißes, hohes Auto gezogen worden sei. Mutmaßlich ein Ford Transit, das anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren sei. Sie spricht von zwei Tätern. Einer, der am Steuer gesessen habe und einer, der mich durch die Schiebetür in den Wagen gezerrt habe. Ihre Aussage wird später immer wieder herangezogen, um die Mehrtätertheorie zu stützen. 5. März 1998 Die Fahndung nach mir wird auf ganz Österreich ausgedehnt. Bisher war sie auf die Nachbarschaft meiner Schule und der Wohnung meiner Mutter begrenzt. Einer der Ermittler sagt gegenüber der Presse, wir tappen wirklich im Dunkeln, das muss man offen einbekennen. 15. März 1998 Die Sonntagsausgabe des Kurier meldet einen ersten Erfolg bei den Ermittlungen. Laut Angabe des zunächst vom Blatt Beauftragten und später auf eigene Faust ermittelnden Berufsdetektivs Walter Pöchhacker sei der Täter im nahen Umfeld des Mädchens zu suchen. Da gäbe es womöglich jemanden, der alles über ihr Verschwinden weiß. Die Jagd auf meiner Familie beginnt. Vor allem meine Mutter wird von da an mit den absurdesten Anschuldigungen und Verdächtigungen überzogen und teilweise regelrecht an den Pranger gestellt. 6. April 1998 Im Rahmen einer großen Überprüfung von Haltern weißer Kastenwagen suchen zwei Polizeibeamte auch Wolfgang Priklopil auf. Er ist nicht vorbestraft, gibt sich kooperativ und zeigt den Polizisten bereitwillig den Wagen, in dem Schutt und einige Baumaterialien liegen. Für sein Alibi, dass er am fraglichen Tag zur fraglichen Zeit zu Hause gewesen sei, gibt es keine Zeugen, aber auch keinen Anlass an seiner Äußerung zu zweifeln. 11. April 1998 In der Zeitung News tauchen angebliche Sexfotos von mir auf. Meine Mutter hatte Journalisten, die sie besuchten, immer bereitwillig Bilder von mir und unserer Familie gezeigt. Nun waren ihr einige entwendet worden, als sie in die Küche ging, um für die anwesenden Journalisten einen Kaffee zu machen. Die Schnappschüsse eines Kindes, das sich, wie alle Kinder, einfach gern verkleidet, werden in den Medien zu pornografischem Bildmaterial hochstilisiert. Für einige ein Beleg dafür, dass meine Eltern oder deren erweitertes Umfeld mich entweder missbraucht haben oder aber anzügliche Fotos an entsprechend interessierte Kreise verkaufen würden. 14. April 1998 Bei den Ermittlern geht ein erster konkreter Hinweis auf Wolfgang Priklopil ein, anonym, durch einen Hundeführer der Wiener Polizei. Alles stimmt. Die Beschreibung als Eigenbrötler, der Verdacht auf einen Hang zu Kindern, auf möglichen Waffenbesitz, die Adresse, das nach außen hin verbarrikadiert und gesichert wirkende Haus in der Heine Straße 60. Die Meldung wird zu den Akten gelegt. Vor allem an dieser vermeintlichen oder tatsächlichen Schlamperei entzündet sich später die Diskussion über Ermittlungspannen. In den Medien wird das Ganze zum Thema hochgepusht. Für mich waren diese Informationen und deren anschließende Instrumentalisierung auf der politischen Bühne bitter. Gleichzeitig habe ich versucht, eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit solchen Enthüllungen zu entwickeln. Es wäre falsch, sich da hineinzusteigern. Es ändert nichts an den Tatsachen. Auch wenn sechs Wochen nach meinem Verschwinden wenigstens eine kleine Chance bestanden hatte, mich zu finden und die Entführung frühzeitig zu beenden. 1998 bis 2002 Privatdetektive und selbsternannte, also ohne offiziellen Auftrag tätige Ermittler, wie der Familienrichter und damalige Abgeordnete Martin Wabel, treiben Polizei und Öffentlichkeit vor sich her. Meine Eltern müssen sich einen Test mit einem Lügendetektor unterziehen. Sie greifen nach jedem Strohhalm und lassen sich von den Medien gegeneinander instrumentalisieren. Wünschelroutengänger werden bemüht, Kontakte zum Jenseits geknüpft. Immer wieder rufen Trittbadfahrer an und behaupten, mich in ihrer Gewalt zu haben oder zu wissen, wo genau meine Leiche verscharrt sei. Vor allem meine Mutter wird mit unsäglichen Vorwürfen überzogen. Einer lautet, dass sie mich gemeinsam mit einem angeblichen Liebhaber umgebracht und meine Leiche in einem Tümpel versenkt habe. Ein anderer, ich sei in der Familie sexuell missbraucht worden, habe auspacken wollen und deshalb verschwinden müssen. Am hartnäckigsten hält sich die Mutmaßung, meine Mutter habe mit meiner Entführung zu tun. Der pensionierte Richter Martin Wabel erhebt deswegen 2007 Klage gegen sie. Während des Prozesses wird er von Detektiv Pöchhacker beratend begleitet. Meine Mutter gewinnt. Im November 2001 wird Dr. Wabel per Gerichtsbeschluss untersagt, weiterhin zu behaupten, meine Mutter habe mit der Entführung zu tun. Das Urteil ist bis in die letzte Instanz bestätigt worden. Nach meiner Selbstbefreiung fordert Wabel eine Wiederaufnahme, da ich als neues Beweismittel zu sehen sei. Der Forderung wird stattgegeben. Das juristische Gerangel endet erst 2009, mit dem gleichen Ergebnis wie 2001. 17. Juli 2002. Über das Innenministerium wird verfügt, dass das Wiener Sicherheitsbüro die Ermittlungen nach vier Jahren an die Kollegen aus Eisenstadt im Burgenland abgeben müsse. Dort wird eine neue Sonderkommission ins Leben gerufen, die noch einmal systematisch alles aufarbeiten und alle Hinweise überprüfen soll. Doch es gibt zu wenig Personal und zu viele Akten. 23. August 2006. Um die Mittagszeit gelingt mir nach 3096 Tagen in Gefangenschaft die Flucht. Der Täter ist durch ein Telefonat abgelenkt, das rückwärtige Gartentor steht einen Spalt offen. Ich laufe einfach los, hasste über einen Hohlweg zur Blaselgasse und von dort in eine Schrebergartensiedlung. Bei einem der Häuser steht ein Fenster offen, durch das ich mich bemerkbar mache. Die Dame, die nach einigem Zögern die Polizei ruft, will mich jedoch nicht ins Haus lassen und sagt, warum kommen Sie zu mir? Ich bin panisch und zittre am ganzen Körper vor Angst, der Täter könnte mich jeden Augenblick entdecken und zurückzerren. Am gleichen Abend wirft sich Wolfgang Priglupil, unweit der Station Praterstern, vor einem Zug der Wiener Schnellbahn. 24. August 2006. Etwa eine Stunde, nachdem die Neuigkeit von meiner Flucht am Vortag über den Ticker gelaufen und sich über die elektronischen Medien in rasender Geschwindigkeit verbreitet hat, sichert sich ein Kanadier als erster eine Internet-Domain, die den Namen Natascha Kampusch erhält. Kurz darauf sind alle denkbaren Varianten belegt. Meine Anwälte sollten später Tage damit verbringen, die Domains zurückzuholen, um eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern. Gut 14 Tage später versucht ein Mann beim Patentamt in München, die Wortmarke Natascha Kampusch schützen zu lassen. Immerhin ohne Erfolg. 25. August 2006. Ein DNA-Gutachten bestätigt, dass es sich bei der verwirrten jungen Frau, die man in der Schrebergartensiedlung aufgegriffen hat, tatsächlich um das Entführungsopfer Natascha Kampusch handelt. Eine erste Pressekonferenz, in Beisein der Innenministerin und des Chefermittlers, wird abgehalten. 28. August 2006. In einem Brief an die sehr geehrte Öffentlichkeit bitte ich die Medien um Ruhe und Zurückhaltung, bis ich so weit wieder bei Kräften bin, dass ich mich selbst zu den Ereignissen äußern kann. Die erhoffte Wirkung tritt nicht ein. Das Rennen um das erste Foto geht in eine neue Runde. Vermeintliche Zitate von mir sind bereits veröffentlicht. Ebenso nehmen vertrauliche Äußerungen, die ich gegenüber Beamten und Polizeipsychologen gemacht habe, den Weg nach draußen. 6. September 2006. Um den öffentlichen Druck zu mindern und weiteren Spekulationen vorzubeugen, wird entschieden, dass ich drei Interviews geben soll. Der Kronenzeitung, dem Magazin News und dem ORF. Das rund 45-minütige TV-Interview wird am Abend um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Eine Stunde später in Deutschland. Insgesamt wird die Sendung in zehn europäischen Ländern komplett gezeigt. In 120 Ländern laufen Ausschnitte. 21. September 2006. Das Verfahren gegen Wolfgang Pricklopil wird wegen Todes eingestellt. Im November schließt die Polizei auch die Akte über jenen Mann, der eine Zeit lang unbegründet, im Verdacht stand, möglicherweise in die Entführung verwickelt gewesen zu sein. 4. Oktober 2006. Das Magazin Stern spekuliert über Sadomaso-Rituale mit Natascha. Nicht einmal sechs Wochen nach meiner Selbstbefreiung stehe ich im Zentrum einer immer unappetitlicheren Berichterstattung, die diesen Namen eigentlich nicht verdient. Wo nicht ausreicht, was sich wirklich zugetragen hat, muss ausgeschmückt, verzerrt und überzeichnet werden. Bis heute ist diese Welle nicht wirklich abgeebbt. Sie wird meist kombiniert mit Überlegungen zu mehreren Tätern, gar einem Pornoring, der bis in höchste Kreise reichen müsse, weil er ja sonst längst aufgeflogen wäre. Wo nichts ist, kann auch nichts enthüllt werden. Mehr ist dazu aus meiner Sicht nicht zu sagen. 15. November 2006. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es keine Anhaltspunkte gäbe, dass Pricklopil nicht allein gehandelt habe. Die Spekulationen verstummen ebenso wenig wie die über angebliche Pornovideos. 5. Februar 2008. Im Innenausschuss des Parlaments spricht der ehemalige BKA-Chef Heidinger, der Leiter der zweiten Soko Burgenland, von Hinweisen, die zu einer früheren Aufklärung des Falles hätten führen können, die aber vertuscht worden seien. Das Innenministerium habe nicht gewollt, dass diese Sache bekannt würde. Man habe keinen Polizeiskandal vor der Nationalratswahl haben wollen. Das Innenministerium reagiert und setzt eine sechsköpfige Evaluierungskommission ein, die die Vorwürfe in den nächsten Monaten untersuchen soll. Leiter der Kommission wird der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ludwig Adamowitsch. An seiner Seite steht der inzwischen ebenfalls im Ruhestand befindliche, einstige Präsident des Obersten Gerichtshofs, Johann Rejuth. 3. März 2008. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird eingesetzt, der die Arbeit in verschiedenen Ministerien beleuchten soll. 18. April 2008. Die Gratiszeitung »Heute« veröffentlicht Gesprächsfragmente aus meinen ersten Vernehmungen durch die Polizei. Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen, bis zur Unkenntlichkeit verkürzt. Übrig bleibt, ich hätte freiwillig eine sexuelle Beziehung zum Täter unterhalten. Was kann unter diesen Umständen schon freiwillig sein? Und in Gefangenschaft möglicherweise ein Kind geboren. Was passierte mit einem eventuellen Kind? Verlor sie es oder verschwand es auf eine bisher ungeklärte Weise? So das Blatt. Die angebliche Schwangerschaft wird geschickt mit der Arbeit der Evaluierungskommission und des Untersuchungsausschusses verknüpft und erhält so etwas Faktisches. Im Folgenden gelangen weitere Details der Akten, die bisher unter Verschluss waren, an die Öffentlichkeit. Für ihre Untersuchung sind sie dem Parlamentarischen Ausschuss zur Verfügung gestellt worden, nebst einer Verschwiegenheitsklausel, die unterzeichnet werden musste. In einigen Medien wird die Forderung erhoben, sämtliches Material öffentlich zugänglich zu machen. Alles andere würde dem Verdacht nähren, dass wirklich etwas vertuscht wurde. Dass es dabei um den Schutz eines Opfers gehen könnte, um Persönlichkeitsrechte, ist offenbar ohne Belang. Im Gegenteil. Sollte ich mich womöglich juristisch dagegen sperren, würde das ja nur belegen, dass ich jede Menge zu verheimlichen und ein Interesse daran hätte, dass ein Verbrechen nicht aufgeklärt würde. 11. Juni 2008. Der Bericht der Kommission wird dem Innenminister übergeben. Im Kern legt der Bericht nahe, dass die sachdienlichen Ermittlungsansätze offenbar nicht vollständig ausgeschöpft worden sind, etwa was den Hinweis des Hundeführers angeht. Für eine gezielte Vertuschung gäbe es indes keine Anhaltspunkte. 23. Oktober 2008. Die Presse meldet, dass der Fall Kampusch wieder aufgerollt werden soll. Einen Monat später geht der staatsanwaltliche Ermittlungsauftrag bei der neuen Soko ein, die sich mit ungeklärten Fragen zu Art und Weise der damaligen Ermittlungen beschäftigen soll. Die operative Leitung hat Franz Kröll. Darüber hinaus soll eine weitere Kommission unter Adamowitsch helfen, die offenen Fragen aus dem Evaluierungsbericht zu klären. Die Aufträge sind eigentlich klar. Es soll um Fakten gehen, die sich aus dem internen Umgang mit meinem Fall ergeben haben, nicht um weitere Ermittlungen im Fall an sich. Nichtsdestotrotz wird durch den Leiter der Kommission gezielt ein Keil in eine andere, altbekannte Richtung getrieben. Wieder geht es um Sex, Pornoringe und Mittäter. Und auch der Missbrauchsvorwurf ist schnell wieder da. Die Fotos, die meiner Mutter entwendet worden sind, könnten darauf hindeuten. Vielleicht habe es sogar eine direkte Verbindung meiner Familie zum Täter gegeben. Mai 2009 bis August 2009. Nach einem unveröffentlichten Zwischenbericht der Kommission werden Gerüchte und Spekulationen erneut angeheizt. Die Arbeit der Instanz, die eingesetzt wurde, die Vorgänge in verschiedenen Behörden aufzuklären, führt auch dazu, dass mein Umfeld und ich erneut diskreditiert werden. In einem Zeitungsinterview verbreitet Adamowitsch, meine Zeit in Gefangenschaft sei womöglich allemal besser gewesen als das, was ich davor erlebt habe. Bei den Zuständen, in denen ich groß geworden sei, könne man nicht ernsthaft davon ausgehen, ich sei zufällig Opfer geworden. Meine Mutter erhebt Klage gegen diese Behauptungen. Im Dezember 2009 wird Adamowitsch wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt. Sein Anwalt liegt Berufung ein. Ein Jahr später hat er Erfolg. Das Gericht ist der Auffassung, Adamowitschs Aussagen hätten die Grenze zur Meinungsfreiheit nicht überschritten. Noch im Gerichtssaal während der erstinstanzlichen Verhandlung behauptet er, dass Priklopil ein Auftragstäter gewesen sei. Möglicherweise würde ich Komplizen decken, weil man mich mit kompromittierendem Material erpresse. Zudem gäbe es Indikatoren für eine positive, sogar liebevolle Beziehung zwischen mir und dem Täter. Unter anderem die Tatsache, dass ich zu meinem 18. Geburtstag eine Torte bekommen habe, passe nicht so recht in das Bild einer gespenstischen Gefangenschaft. Wohingegen ich mich in der Zeit vor meiner Entführung in einer misslichen Situation befunden haben soll. All diese absurden Mutmaßungen finde ich sehr demütigend. Meine Zeit in Gefangenschaft wird ins Lächerliche gezogen. Mein Verhalten und das meiner Familie werden mit zynischen Kommentaren belegt. Adamowitsch wie auch Rejut schaffen es mit ihren Äußerungen, von ihrem eigentlichen Auftrag abzulenken und mich vom Opfer zur potenziellen Täterin, wenigstens aber zur Lügnerin abzustempeln. 2. Januar 2010. Im Magazin Profil ist zu lesen, ich sei zweimal erfolgreich geflüchtet, dann aber freiwillig zu Präklopil zurückgekehrt. 8. Januar 2010. Polizei und Staatsanwaltschaft geben auf einer Pressekonferenz bekannt, dass es sich bei Wolfgang Präklopil um einen Einzeltäter gehandelt hat. Die Akte wird wieder geschlossen, die im Oktober 2008 einberufene Soko aufgelöst. Im Juni 2010 wird der operative Leiter jener Soko, Franz Kröll, tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord durch Erschießen, der allerdings rasch angezweifelt wird und Anlass zu verschiedenen Theorien gibt. Im Zusammenhang mit dem Tod des Ermittlers meldet sich wenige Monate später auch Johann Regut zu Wort. Man müsse weiter ermitteln, das sei er Kröll schuldig. Andernfalls könne er sich nicht mehr im Spiegel anschauen. Die bisherigen Ermittlungen seien wesentlich und langfristig behindert, wichtiges Material gar unterschlagen worden. Kröll sei einer sachlich nicht vertretbaren Druckausübung ausgesetzt gewesen, indem man ihm im November 2009 unmissverständlich nahegelegt habe, den Ermittlungsakt zu schließen. Und das, obwohl sich kurz davor weiterer akzentuierter Aufklärungsbedarf ergeben hatte. Für den Tod kämen ausschließlich dienstliche Gründe in Betracht. Die zuständige Behörde in Graz bezeichnet die Vorwürfe als völlig aus der Luft gegriffen. 8. September 2010. Meine Autobiografie 3096 Tage erscheint. Im Mai hat die Konstantin-Film bekannt gegeben, dass Bernd Eichinger den Stoff verfilmen wolle. Nach seinem Tod übernimmt Sherry Hormann die Produktion. Die Dreharbeiten sollen 2012 beginnen. 2. November 2010. Es wird bekannt, dass die Innsbrucker Staatsanwaltschaft gegen fünf Staatsanwälte aus Wien wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs ermittelt. Basis für die Ermittlungen ist eine sogenannte Sachverhaltsmitteilung an das Parlament von Johann Regut, dort der die Beschuldigten konsequent und beharrlich entscheidende polizeiliche Ermittlungsergebnisse vernachlässigt haben sollen. 3. Mai 2011. Die Republik Österreich lehnt eine Entschädigungszahlung für meine Zeit in Gefangenschaft ab, da vor meiner Selbstbefreiung kein begründeter Verdacht gegen den Entführer bestanden habe. 4. November 2011. Nach zehn Monaten Arbeit entlastet ein 600-seitiger Bericht der Staatsanwaltschaft Innsbruck die fünf des Amtsmissbrauchs angeklagten Juristen der Staatsanwaltschaft Wien. Das Verfahren wird eingestellt. Es gebe keinen Hinweis, dass Ermittlungsschritte bewusst unterlassen worden sein. Auch habe sich niemand vorschnell auf Priklopil als Einzeltäter festgelegt. Es gäbe schlicht keinen Hinweis auf das Gegenteil. Für den ehemaligen Höchstrichter Adamowitsch kein Grund, seine Auffassung von der Mehrtätertheorie zu ändern. Die FPÖ springt ihn zur Seite und wärmt, wie bereits erwähnt, die Geschichte mit »meinem Kind« wieder auf. Starke Indizien würden dafür sprechen, obwohl in den Unterlagen des Allgemeinen Wiener Krankenhauses eine Schwangerschaft definitiv als »ausgeschlossen« vermerkt ist. Das hatte Professor Friedrich bereits im Oktober 2009 der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. So stand es auch in allen Akten, die den diversen Kommissionen und Ausschüssen zugänglich waren. Im Februar 2012 wird diese angebliche Schwangerschaft dazu führen, dass ein Polizeiinspektor getarnt als Verkehrserzieher in einer Schule in Laxenburg auftaucht, um an geeignetes Genmaterial eines kleinen Mädchens heranzukommen. Immerhin hätte ich das Kind nicht umgebracht, sondern an die Schwester von Ernst H. übergeben. Ein schwacher Trost. Wieder werden Menschen in eine Sache hineingezogen, ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt, die vollkommen unschuldig sind. Wegen der Fantasien einiger Herrschaften, die jeden Bezug zu Anstand und Moral und Maß, vor allem aber zu den Fakten, verloren zu haben scheinen. Mögliche Verbindungen des Polizeiinspektors zu Höchstrichter Rejuth werden im Frühsommer 2015 abschließend vor Gericht diskutiert. Der Beamte hat angegeben, von Rejuth beauftragt worden zu sein, was dieser erfolgreich zurückgewiesen hat. Eine Telefonrufdatenrückerfassung ergibt allerdings für die Zeit unmittelbar vor und nach dem Vorfall von Laxenburg einen regen Kontakt zwischen den beiden. Vom Vorwurf der Falschaussage wird Rejuth freigesprochen. Im Zweifel habe der Ex-Präsident des obersten Gerichtshof schlicht vergessen, bei seiner Befragung den Kontakt zu jenem Beamten zu erwähnen, so das Gericht. Dezember 2011. Ein weiterer parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird ins Leben gerufen. Wie beim Ersten werden die Ausschussmitglieder dazu vereidigt, Verschwiegenheit zu wahren, insbesondere über die Details, die meine Persönlichkeitsrechte verletzen könnten. Mai 2012. Den Medien werden Dokumente aus dem Untersuchungsausschuss zugespielt. Das Leck lässt sich nicht konkret ausmachen, aber es ist offenbar da. Die Rede ist von parlamentarischem Geheimnisverrat. Das sei zwar ein großer Vertrauensbruch, sagt der Vorsitzende, aus einem geheimen Ausschuss dürften keine Unterlagen an die Öffentlichkeit dringen, dennoch könne er die Immunität der Mitglieder nicht aufheben. Juni 2012. Es wird entschieden, den Fall noch einmal komplett aufzurollen und dabei die Hilfe von externen Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Cold-Case-Experten des FBI und des Deutschen BKA. In der Presse ist von einer Bankrotterklärung Österreichs zu lesen. 15. April 2013. Auch diese Experten bestätigen, dass Priclopil mit hoher Wahrscheinlichkeit allein gehandelt hat, dass er keine Verbindungen zu ominösen Pornoringen gehabt und dass er sich tatsächlich umgebracht hat. Um eine Stellungnahme zu diesem Ergebnis gebeten teile ich mit, ich bin froh, dass Cold-Case-Spezialisten mit internationaler Beteiligung durch das deutsche BKA und das amerikanische FBI festgestellt haben, dass keine Beweismittel für eine mögliche Beteiligung Dritter, d.h. für eine Mehrtätertheorie vorhanden sind. Ich hoffe, dass dieser Bericht einen Schlusspunkt im Kriminalfall Natascha Kamposch setzt. Es ist mir bis heute unbegreiflich, wie viele Schleifen gedreht wurden, wie viel Zeit und Energie und Geld verpulvert wurde, nur um immer wieder zum exakt gleichen Ergebnis zu kommen. Ein ums andere Mal wurde wieder ein neuer Haken geschlagen, wie nun der, dass Priclopil bereits tot auf den Gleisen gelegen habe. Wer hat ihn umgebracht? Wer hat ihn dorthin gelegt? Auch wenn der Obduktionsbericht, die Aussage des Schnellbahnführers und eben jene Berichte der externen und internen Experten besagen, dass es keinen berechtigten Zweifel am Selbstmord geben könne. Im Frühjahr 2016 wird diese These wieder aufgewärmt. Der Bruder des verstorbenen Leiters der Wiener Soko Kamposch hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Über Franz Kröls Freitod hatte es sogar Mordspekulationen gegeben. Dem Spiegel gegenüber sagt Johann Rejuth, dass ein Kriminalfall mit zumindest einem relevanten Mordverdacht als abgeschlossen gilt, noch bevor alle wesentlichen Ermittlungsansätze ausgeschöpft wurden, kann nicht tatenlos hingenommen werden. Es ist eine einzige Endlosschleife. Auf Wiederhören bei Audible. Untertitelung des ZDF für funk, 2017